Wenn ihr zur Ruhe kommt, würde ich jetzt gerne anfangen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ron. Ich bin hier aus Germaring, aus dem Landkreis Hülsenfeldbruck. Wir haben heute diese Veranstaltung organisiert. Der Bezirksvorstand hat mal gemeint, die Piraten aus Hülsenfeldbruck könnten keinen Bezirksparteitag machen. Gut, haben wir gesagt, machen wir Landesparteitag. Ich möchte eigentlich nicht viel sagen, sondern hauptsächlich danklos werden. Ich habe das hier bestimmt nicht alleine gemacht, auch wenn ich seit Januar, genau seit dem 14. Januar, an diesem Parteitag plane. Man hat mir vorgeworfen, es sei unpiratisch. Aber ich plane gerne ein bisschen längerfristig, ein bisschen redundant, einiges doppelt. Deshalb funktioniert heute auch alles. Und da... Zumindest, ich habe noch keine Beschwerden gehört, dass das Netz nicht funktioniert. Auch jetzt nicht. Gut, also, ich möchte hauptsächlich dem Kalle danken, der hier hauptverantwortlich für die Audio- und Videotechnik alles hier organisiert hat. Er hat das allerdings nicht alleine gemacht, er hat ein ganzes Team mitgebracht. Ich kenne leider Ihren Namen nicht. Ich weiß jetzt nur, dass Günther mitgeholfen hat. Die anderen kann ich jetzt namentlich nicht ernennen, aber dem möchte ich natürlich trotzdem danken. Florence wird heute fürs Beaming zuständig sein. Felix hat das Design für diese Roll-Ups gemacht. Seeker möchte ich danken im Namen des Vorstandes, weil er mich da unheimlich unterstützt hat und er immer erreichbar war. Heute Morgen als Helfer waren Richie, Olli, Magnus und Marleen besonders aktiv. Im Hintergrund haben sich Thomas um die Webseite gekümmert, Christian auch um den Twitter-Account. Was ich super fand, ist, dass von heute auf morgen der Arnold die Antragsfabrik zum Laufen gebracht hat. Ganz besonders möchte ich Wolfgang, der heute Morgen zwar ein bisschen verschlafen hat, aber trotzdem sehr pünktlich da war, danken, dass er heute das Streaming macht. Also das Videostreaming. Wir haben nämlich noch zusätzlich das Piratenradio da und Andreas macht einen Audio-Stream. Hartmut macht heute Fotos. Dem möchte ich auch jetzt schon danken, weil er schon flessig Fotos gemacht hat. Ich hoffe, das wären richtig schöne Fotos, die wir auch nachher vom Vorstand machen können. Dominik und Sabrina haben die Akkreditierung gemacht. Ich hoffe, ihr wart alle da und habt Stimmkarten bekommen. Die Stimmkarten, die sind aus Berlin gekommen. Da möchte ich in Abwesenheit nochmal den Faxe danken, dass er uns so prompt die Karten wie am Bundesparteitag gemacht hat. Ich fand, die sieht einfach schön aus. Für das Netzwerk heute, das ja funktioniert, möchte ich den Marc danken, der heute um 5 Uhr noch irgendwas aufgestanden ist, extra hergefahren ist. Und ich habe bestimmt noch eine ganze Reihe vergessen, aber auch dem danke ich und möchte ein ganz großes Lob aussprechen. Damit bin ich durch. Und jetzt hören wir ein paar Grußwörter aus dem Bundesvorstand, Sebastian Nerz. Es ist dein Part. So, Ahoi zusammen. Ich habe diesmal meine Rede sogar auf Papier mit. Also falls man im Notebook abstürzt, muss ich diesmal nicht laufen. Wenn man Politik macht, ganz besonders wenn man sie in der Piratenpartei macht, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Gleichzeitig geschieht so viel, dass man kaum mehr nachkommt. Tage wie Monate, Jahre wie Stunden. Es ist eine sehr spannende Zeit. Gesellschaftlich gibt es grundlegende Veränderungen, politisch den absoluten Stillstand. Und eine kleine Partei schickt sich an, die verkrusteten Strukturen in Deutschland aufzubrechen. Der letzte Parteitag in Bayern war vor Marginal mehr als einem Jahr. September 2010, das ist nicht wirklich lange her. Wenn man sich das mal überlegt, ein Jahr ist keine lange Zeit. Aber es ist in dieser Zeit wahnsinnig viel geschehen. Die Piratenpartei hat sich fortentwickelt. Und das ist gut so, denn wir sind weiterhin notwendig. Wir sind das liberale Korrektiv, das die FDP seit 60 Jahren hätte sein sollen. In Chemnitz wurden Weichen gestellt, sodass wir uns nun ganz offiziell eine sozialliberale Partei nennen können. Auch organisatorisch hat sich einiges verbessert. Wir sind schlagkräftiger geworden, unsere Strukturen wurden effizienter. Der rasente Mitgliederansturm stellte uns vor einige Herausforderungen und so langsam haben wir diesen gut verdaut. Auch wird die Piratenpartei extern mittlerweile ganz anders wahrgenommen. Seit Mai gab es kaum eine Woche, in der wir nicht durch die Medien geisterten. Unsere Ideen werden langsam aufgegriffen. Wir werden als Partei ernst genommen. Dennoch liest man gelegentlich, besonders von Bötchenfahrern, die von einem Traumschiff träumen, dass die Piratenpartei eine monothematische Eintagsfliege wäre. Nun, seit der Niedersachsenwahl haben wir deutlich über 100 Mandate und Kreis- und Bezirksvertreterversammlungen. Und das beweist hier das Gegenteil. Und vermutlich kennen alle hier die überragenden Prognosen für die Wahl in Berlin. Die aktuellste sagt uns 9% voraus. Wenn es nicht noch eine größere Katastrophe gibt, werden wir morgen ins Abgeordnetenhaus Berlin einziehen. Das macht den Etablierten Angst. Denn dann können wir zeigen, dass man Politik sinnvoll gestalten kann. Eine transparente Politik, die den Bürger in den Mittelpunkt stellt. 2013 können wir dies dann im Bund demonstrieren. Und auch hier in Bayern. Ich beneide euch ganz, ganz ehrlich nicht um eure anstehenden Aufgaben. Ihr habt in kurzer Folge vier Wahlen. Daher meine Bitte. Bereitet euch frühzeitig darauf vor. Ich weiß, dass Piraten gerne und gut improvisieren. Aber das wird nicht ausreichen. Was auch immer ihr tut, ihr werdet genug improvisieren müssen. Jeder Improvisationskünstler kommt auf seine Kosten, auch wenn alles gut strukturiert wird. In der Vorbereitung wird auch hier die Frage aufkommen, ob die Piraten wirklich die Parlamente ändern sollten. Auf diese Frage kann es meiner Meinung nach nur eine Antwort geben. Ja. Jeder Tag Jeder Tag, jede Pressemeldung aus München, Berlin oder Brüssel zeigt, dass die Piratenpartei alternativlos ist. Die Politik in Deutschland steuert immer schneller auf einen Abgrund zu. Wir haben die SWIFT-Verhandlungen gesehen. Wir haben gesehen, dass die EU sich keinen Deut um Bürgerrechte schert. Dann gab es ein paar Pro Forma entgegenkommen. Naja, die erwarteten Gesetzesverstöße der sogenannten Law-and-Order-Politiker gab es bereits. Außerhalb der Bürgerrechtsparteien interessiert es eigentlich niemanden. Menschen werden nur noch als potenzielle Terroristen wahrgenommen. Wie reagiert die EU? Sie kümmert sich darum, dass die EU-Kommission mehr Kompetenzen erhält. Natürlich ohne, dass man die Strukturen der EU demokratisieren würde. Was ist in Deutschland? Naja, was soll man sagen? Wir haben in Deutschland derzeit kein gültiges Wahlrecht. Die Grundlage einer Demokratie ist unserer Regierung scheißegal. Liebe Bundestagsparteien, das kann nur eins bedeuten. Ihr wollt gar keine Demokratie. Danke, dass ihr das endlich offen zeigt. Das erklärt auch die Äußerungen des Herrn Uhls zur Vorratsdatenspeicherungspetition. Weit über 50.000 Unterschriften wurden in wenigen Wochen gesammelt. Die Richtlinien, die der Bundestag sich selbst gegeben hat, sind erfüllt. Und Herr Uhl? Er diskriminiert die Petenten. Er meint, sie müssten ihr Freiheitsbild überdenken. Herr Uhl, nicht die Petenten müssen ihr Freiheitsbild überdenken. Sie sollten die 10. Klasse wiederholen und sich nochmal anhören, was Demokratie eigentlich bedeutet. Politische Veränderungen sind in Deutschland dringend notwendig. Der Souverän, das Volk, war zu ruhig in den vergangenen Jahren. Die Damen und Herren Abgeordneten haben sich daran gewöhnt, dass sie schalten und walten können, wie sie wollen, und niemand sagt etwas. Insbesondere aber die Regierung hat sich daran gewöhnt. Auf der Strecke geblieben ist die Bürgerbeteiligung. Auf der Strecke geblieben ist auch das Parlament. Sagt zumindest der Vorsitzende des Bundestages, und der muss es ja wissen. Grundlegende Freiheitsrechte gibt es nur noch so weit, wie man sie in Karlsruhe einklagen kann. Und das muss sich ändern. Nein, das müssen wir ändern. Wir sind der Ruck, der durch Deutschland gehen wird. Es wird nicht einfach werden. Wir haben viel vor uns, sehr viel. Grundlegende Veränderungen des Staates und unserer Gesellschaft stehen uns bevor. Es wird unsere Aufgabe sein, sie zu entwerfen. Wir müssen die Menschen in die Politik einbeziehen. Wir müssen die Grundrechte stärken, ein tragfähiges Sozialsystem entwerfen, wirtschaftspolitische Herausforderungen meisten, Umweltkatastrophen abwenden, ein neues außenpolitisches Konzept entwerfen, das die EU auf eine sinnvolle Ebene hebt. Kurz, wir müssen und wir werden einfach alles reformieren. Das wird nicht einfach. Aber wir werden es schaffen. Denn wenn wir es nicht machen, dann macht es niemand. Also genießen wir den heutigen Parteitag. Morgen schreiben wir Geschichte. Mein Name ist Sebastian Nertz und ich bin verdammt stolz darauf, Pirat zu sein. Vielen Dank. Ich nehme mich vorhin bei allen bedankt, die diese Orga hier überhaupt möglich gemacht haben. Nur er selber ist leer ausgegangen. Und wir haben gestern ein Lebkuchenherz machen lassen. Da steht drauf, Basispirat Nummer 1. Und ich dachte mir, das hat er dafür verdient. Herzlichen Dank. Ja, Servus Piraten. Herzlich willkommen zum sechsten Landesparteitag der Piratenpartei in Bayern, den ich hiermit offiziell eröffne. Wir fangen ruckzuck an und zwar damit, dass wir den Versammlungsleiter bestimmen, beziehungsweise die Versammlungsleiter. Es haben sich erfreulicherweise zwei Piraten bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. Und zwar ist das einmal Andi Popp, den ihr wahrscheinlich alle kennt und René Brosig, den ihr auch alle kennt. Ich würde vorschlagen, dass wir das machen, was ich am liebsten mache. Nein, die Protokollanten können die machen. Jetzt? Jetzt ich. Ich würde vorschlagen, dass wir das machen, was ich am liebsten mache, nämlich abstimmen lassen. Wer damit einverstanden ist, dass die beiden Versammlungsleitungen für heute machen, der hebt bitte die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Und ich glaube, das ist ein klares Votum. Besser geht es nicht, das können wir so weitermachen. Dann habt ihr den Job und ich übergebe damit auch schon an euch. Danke. Danke. Er hat mir erklärt, dass das mein Mikro ist und dass ich es nicht aus der Hand geben soll. Nee, 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 nee. Danke. Okay. Ha, es geht doch. So, ich versuche langsam zu sprechen. Ihr habt jetzt zwei Optionen. Wenn ihr euch gut benehmt, dann kann ich mich aufs Langsamsprechen konzentrieren. Wenn ihr euch schlecht benehmt, dann wisst ihr, was kommt. Okay, es gibt noch kurz zwei organisatorische Sachen, die ich hier gerne abhandeln möchte. Bitte einmal müssen wir noch abstimmen, ob wir Gäste sowie Audio- und Videoübertragungen zulassen. Bitte einmal kurz die blaue Karte, wer dafür ist, Gäste und Audio- und Videoübertragung. Vielen Dank, das ist ein eindeutiges Votum. Jetzt werde ich die Tagesordnung mal eigenmächtig ändern, denn wir haben nämlich eine Sache in der eingeladenen Tagesordnung nicht. Das ist der Beschluss der Tagesordnung. Jetzt bitte ich die Technik eventuell, meinen, ich habe mir nämlich erlaubt, einen Vorschlag für die Tagesordnung zu machen. Der ist im Großen und Ganzen das, was ihr in der Einladung gehabt habt. Es kommt lediglich der Bericht des Schiedsgerichts dazu. Ich weiß nicht, ob die was sagen wollen, aber sieht man das vielleicht unter Punkt 6, sowie der Satzungsänderungsantrag und die beiden Programmänderungsanträge noch vor der Vorstandswahl. Das ist ein Usus, den wir mal gepflegt haben, damit der Vorstand auch weiß, was er danach vertreten soll, bevor er gewählt wird. Ich bitte jetzt um Wortmeldung. Ich hätte gerne eine Änderung, weil die Wahl der Kassenprüfer zum Schluss etwas böse ist, weil dann die Kasse befürchtet werden soll. Du verwechselst Rechnungs- und Kassenprüfer. Die Rechnungsprüfer kommen jetzt gleich. Die stehen unter 2.5. Die Kassenprüfer sind die, die das ja überwählen. Okay. Ja? Den ist mir nicht bekannt. Orga-Vorstand. Haben wir den? Der liegt jetzt derzeit nicht vor. Ist derjenige, der den eingestellt hat, ist der hier, der den Vorschlag geschickt hat? Okay, dann haben wir zwei quasi zur Abstimmung. Wir haben erstmal, ich würde gerne den zuerst zur Abstimmung stellen. Wer ist für diese TO? Möge ich jetzt bitte die blaue Karte heben. Wer dagegen ist die rote? Das ist ein eindeutiges Votum. Damit ist diese Tagesordnung angenommen. So, dann brauchen wir noch die Geschäftsordnung. Ja, ich habe mir auch hier erlaubt, die Geschäftsordnung, die wir bisher geltend hatten, an einer Stelle zu ändern. Zwei Stellen zu ändern. Einmal ist das bloß eine formale Sache. Das ist, dass irgendwo eine relative Mehrheit gestrichen worden ist. Ich weiß nicht, Technik können wir die auch haben? Okay. Okay, die Geschäftsordnung ist bisher wie gehabt. Nur, dass, wie wir es beim Bundesparteitag als Usus hatten, Änderungen zur Tagesordnung und zur Geschäftsordnung schriftlich eingereicht werden. Gleichzeitig hat mir der designierte Wahlleiter, das ist der einzige, der sich bisher zur Verfügung gestellt hat, darauf hingewiesen, dass es einem in der Wahlordnung, dass noch das Wort Enthaltung als explizite Stimmabgabe steht. Das müssten wir auch noch streichen, weil das sonst mit den Stimmzetteln nicht passt. Das ist aber auch nur eine Formalität. Gibt es, hat jeder verstanden, was ich gerade beschrieben habe? Fühlt sich jeder in der Lage abzustimmen? Wer fühlt sich nicht in der Lage abzustimmen über die Geschäftsordnung? Zwei. Die Geschäftsordnung findet sich, wenn ihr auf die Seite des Landesparteitags schaut, da ist die alte Geschäftsordnung verlinkt, so wie dahinter habe ich den Vorschlag zur neuen verlinkt. Auf der Seite des Landesparteitags, im grünen Kasten, in der Wiki-Seite. Die einzige Änderung, die relevant ist, ist, dass Änderungen zur Geschäftsordnung und zur Tagesordnung schriftlich eingereicht werden. Alles bleibt sonst wie bekannt. Die anderen zwei Sachen sind nur formale Geschichten. Okay. Bitte? Doch. Doch. Landesparteitag-Wiki-Seite. Da gibt es eine Seite, da ist die Geschäftsordnung verlinkt. Das ist, glaube ich, ein grüner Kasten. Nein? Okay, gut. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Es ist die bekannte Geschäftsordnung mit dem einzigen Unterschied, dass GO-Anträge zur Änderung der Tagesordnung und zur Änderung der Geschäftsordnung schriftlich eingereicht werden. Ich denke, das sollte jetzt klar sein. Ich würde jetzt gerne darüber abstimmen, wer es da führt, die GO zu ändern. Möge bitte die blaue Karte heben. Wer dagegen ist die rote? Damit ist die neue Geschäftsordnung angenommen. Vielen Dank. So, jetzt brauchen wir nur noch die restlichen Versammlungsämter. Versammlungsämter, das heißt, wir brauchen erstmal einen Wahlleiter. Haben wir schon. Und Bild- und Tonübertragung. Gut. Alex, wir stehen drauf, nochmal darüber abzustimmen, ob wir Presse zulassen. Wer ist dafür? Bitte die blaue Karte heben. Vielen Dank. Mit Bild- und Tonaufnahmen und Texten und was es alles gibt. Nochmal bitte die blaue Karte heben. So, vielen Dank. Gut. Jetzt. So, jetzt kommen wir zur Wahl des Wahlleiters. Ihr wisst, es wird heute gewählt, wir brauchen einen Wahlleiter. Bisher hat sich TJ dafür zur Verfügung gestellt. Noch jemand, der sich aufstellen möchte? Niemand? Dann bitte ich die Versammlung jetzt abzustimmen. Wer ist dafür, dass TJ den Posten des Wahlleiters übernimmt? Auch das ist ein eindeutiges Votum. Vielen Dank. So, dann brauchen wir jetzt noch Protokollanten und Rechnungsprüfer. Wer möchte Protokoll führen? Sylvie hat sich bereits erklärt. Möchte noch jemand Sylvie unterstützen? Gut. Hältst du durch den ganzen Tag? Okay, gut. Also gibt es Widerspruch gegen Sylvie als Protokollführer? Das ist nicht der Fall. So, dann brauchen wir noch jetzt die Rechnungsprüfer. Bisheriger Usus war, dass sich die Kassenprüfer für die Rechnungsprüfer aufstellen. Sind die Kassenprüfer da? Wunderbar. Ja, die dürfen jetzt auch die Rechnungsprüfer. Also, ihr beide werdet. Also Sabrina und ich, Thilo. Also Sabrina und ich, Thilo, wir sind Kassenprüfer, was ich gerade wieder falsch verwechselt habe, und stellen uns für die Rechnungsprüfer. Okay, wer ist dafür, dass die beiden Kassenprüfer machen? Bitte blaue Karte. Rechnungsprüfer, vielen Dank. Dankeschön, damit seid ihr zu Rechnungsprüfern bestellt und wir sehen euch später wieder. So, damit ist der Formalfuh beendet und wir kommen zum Tätigkeitsbericht des scheidenden Vorstands. So, wer möchte zuerst? Stefan möchte zuerst, also gut. Andi, ich dachte, du brauchst ein bisschen länger. Ich dachte, du wolltest langsam reden. Achso, okay, alles bloß Tricks. Okay. Tätigkeitsbericht. Ich habe zwei Zeilen vorbereitet. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, wie immens viel Arbeit. Wie wenn es viel Mi, Mi, Mi es gibt für diesen Job. Wie viel Stress, wie viel Nerv es kostet und wie oft man mitgeteilt bekommt, dass das, was man macht, blöd ist. Dann hätte ich es mir wahrscheinlich anders überlegt. Nachdem ich aber jetzt das Jahr durchgehalten habe und gesehen habe, wie viel man erreichen kann, wenn man zusammenhält und was tut und Leute findet, die einen unterstützen, bin ich froh, dass ich es trotzdem gemacht habe. Wir haben in den letzten zwölf Monaten eine ganze Menge Zeit in die Verwaltung investieren müssen. Wir haben Telcos gemacht über Stunden und wenn es mit den Telcos nicht mehr funktioniert hat, dann haben wir Telefonate von Nase zu Nase gemacht, um zu klären, wie wir mit den fehlerhaften Daten in CWCRM umgehen, was wir mit den Mahnungen und den Erinnerungen machen und so weiter. Es war unglaublich viel Arbeit. Es gab zwischendurch Frust, weil es so schwierig war, an die Informationen zu kommen. Wir haben dabei einen Schatzmeister verloren, der irgendwann keine Lust mehr hatte auf den ganzen Frust. Es war ziemlich haarig. Aber inzwischen haben wir einen Status, mit dem man einigermaßen arbeiten kann. Dominik wirkt inzwischen etwas gelassener. Macht inzwischen ab und zu am Wochenende nichts und das ist ein gutes Zeichen. Möglicherweise würde euch später... Eines gab es, wo ich die nicht erreichen konnte. Okay, er würde euch später selber noch was dazu erzählen. Das war das eine Thema. Das andere Thema, was wir angegangen sind, war die Vernetzung mit anderen Organisationen. Die Arbeit mit den Medien, wir wollten sicherstellen, dass wir die Presse auch erreichen, dass die Presse sich wenigstens an irgendjemanden wenden kann, wenn sie Fragen dazu haben. Das hat wunderbar funktioniert. Alex hat da immens viel geleistet, um dafür zu sorgen, dass die Leute von der Presse auch wissen, wen sie anrufen müssen und dass sie auch prompt ein Feedback und eine Antwort bekommen. Alleine dafür herzlichen Dank an Alex für die tausendsten von Stunden, die er da investiert hat. Auch das in meinen Augen durchaus ein Erfolg der letzten zwölf Monate. Was ich selber mitgemacht habe oder wo ich viel gemacht habe, war, ich habe die Orga für zum Beispiel die Marina Kassel gemacht, um einfach sicherzustellen, dass wir mit den anderen Landesverbänden eine Zusammenarbeit haben, weil es einfach dumm ist zu glauben, dass wir Piraten in Bayern eine Insel sind und wir das alles alleine können. Wir sind ohne die anderen Landesverbände einfach nur ein Sechzehntel der Piratenpartei und deswegen war es mir wichtig, dass wir mit den anderen zusammenarbeiten und dafür war die Marina in Kassel gut und deswegen habe ich sie mit organisiert. Was ich noch gemacht habe, war, ich bin auf fast allen Bezirksparteitagen gewesen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass man mit den Leuten in Kontakt ist, dass die Leute wissen, dass man erreichbar ist, dass man für Fragen zur Verfügung stellt. Ich habe bis auf einen schwäbischen alle Bezirksverbandsparteitage geschafft. Die Schwaben hatten dummerweise einen Termin, bei dem ich nicht konnte, es tut mir leid. Alle anderen habe ich hingekriegt. Was ich auch gemacht habe, ist, ich war auf vielen Stammtischen, auf sonstigen Veranstaltungen, die die Piraten gemacht haben, um einfach erreichbar zu sein. Also mir war es wichtig, dass ihr wisst, dass ich da bin und dass man mich auch kriegt, wenn man was braucht. Und ich habe auch versucht, wenn ich irgendjemandem gesagt habe, ich kümmere mich darum, es tatsächlich zu machen. Es hat nicht immer geklappt. Ich weiß, dass zwei E-Mails ein bisschen länger gelegen sind, aber ich glaube, bei den anderen hat es einigermaßen funktioniert. Okay, also das war so das, was ich nach innen gemacht habe. Insgesamt muss ich aber zugeben, dass die politische oder die Öffentlichkeitsarbeit nach innen des Landesvorstands, in dem ich Vorsitzender war, dünn war. Also wir hätten nach meinem Gefühl deutlich mehr Erreichbarkeit zeigen können. Wir hätten nach meinem Gefühl deutlich mehr Kontakt mit euch allen haben müssen. Das ist mein Gefühl. Ob es stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber mir ist da immer wieder so ein bisschen zu Ohren gekommen, was macht eigentlich der Landesvorstand? Und ich denke mir dann, verdammt, dann müsste man mehr tun, damit ihr seht, dass wir da sind und was tun. Deswegen habe ich mir das auch als Punkt auf die Agenda für eine weitere mögliche Amtszeit geschrieben. Ich will, dass wir da besser werden, als wir es bislang waren. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich habe politische Projekte vorangetrieben. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang meiner Amtszeit wurde mal kritisiert, dass der Landesvorstand nicht politisch arbeitet. Ich dachte mir, hey, gib mir doch wenigstens mal Zeit, ein bisschen Fuß zu fassen und zu sehen, wie das überhaupt funktioniert. Und ich habe dann angefangen. Es gab eine Aktion, dieses OB-Casting in Neumarkt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das OB-Casting war eine geniale Sache, weil wir haben gesagt, wir machen Politik anders. Wir haben es den Medien gesagt und die Medien haben gesagt, hey, das ist cool, dann wollen wir darüber berichten. Das heißt, wir haben es geschafft, in der öffentlichen Wahrnehmung damit nach oben zu kommen. Und das war es schon mal wert. Wir haben zwar dann die Unterstützerunterschriften nicht hinbekommen, wir haben also 215 Unterschriften gebraucht und hatten nur einen Bruchteil. Das ist eigentlich schade, aber, und das ist für mich das Entscheidende, wenn Piraten nur dann irgendwo an einer Aktion teilnehmen oder an einer Wahl teilnehmen würden, wenn sie wüssten, dass sie gewinnen, dann ist das Ganze sinnlos. Man muss es immer und immer wieder probieren. Gut, das war das eine Projekt, an dem ich mich beteiligt habe, wo ich ein paar Telefonate mitgeführt habe. Ich glaube, es waren zwei oder drei. Und dann war die andere Aktion dieses Volksbegehren, das wir initiiert haben. Wir haben beschlossen, dass die Studiengebühren in Bayern blöd sind. Wir haben nämlich festgestellt, dass es von 16 Bundesländern nur zwei gibt, die dauerhaft daran festhalten. Baden-Württemberg hat beschlossen, dass es Studiengebühren nicht braucht. Die anderen Bundesländer haben sie alle nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann muss es in Bayern auch ohne gehen. Ich habe dann eine Weile versucht, Leute zusammenzufinden, die mir dabei helfen. Und hatte dann irgendwann morgens auf dem Weg zur Autobahn einen Bericht im Bayerischen Rundfunk gehört, dass Seehofer gestern gesagt habe, die Studiengebühren in Bayern müssten auf den Prüfstand. Und dann denke ich mir, scheiße, wenn der das Thema jetzt aufnimmt, dann ist es für uns tot. Dann habe ich zwei oder drei Stunden später wieder im Radio gehört, der Heubisch hat gesagt, dass das auf keinen Fall geht, weil die Studiengebühren sind wichtig. Da dachte ich mir, Gott sei Dank. Das Ergebnis war, dass der Heubisch den Seehofer zurückgepfiffen hat. Und der Seehofer dann am Nachmittag gesagt hat, ja, er will nur, dass die Verwendung der Studiengebühren auf den Prüfstand kommen. Dann dachte ich mir, hey, dann ist es cool, dann können wir das. Und dann habe ich beschlossen, ich habe mit Alex zweimal telefoniert, wir haben festgelegt, dass wir drei Wochen Vorlauf brauchen, um eine Pressekonferenz einzuberufen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben eine Pressekonferenz eingeladen. Ich habe auf die Schnelle noch ein paar Leute dazu gesucht, damit wir mehr waren, damit das Team größer wurde. Und wir haben die Antragsformulare gemacht, wir haben Flyer gemacht und so weiter. Das kam für viele von euch ein bisschen hoppolperdiepolter und überraschend. Und das gebe ich zu, aber das ließ sich einfach aufgrund der Situation nicht anders machen. Hätte ich erst einen Landesparteitag einberufen, um zu klären, ob wir das machen dürfen, wäre die Sau schon tot gewesen. Also deswegen war das der Weg, den ich gegangen bin. Und ich denke, im Nachhinein betrachtet, war es der Richtige. Das waren die beiden großen Projekte. Ansonsten habe ich eine ganze Menge Kleinkram gemacht. Ich habe die Sitzungen einigermaßen geleitet. Man hat mir gesagt, dass ich dabei etwas genervt gewirkt hätte. Das tut mir leid. Aber ansonsten, glaube ich, war meine Amtszeit durchaus erfolgreich. Am Anfang ein bisschen leise, aber ich glaube, das ist auch normal. Ich war, wie ihr wisst, vorher stellvertretender Vorsitzender im Bezirksverband Oberpfalz. Das heißt, ich wusste nicht, wie man den Landesverband leitet. Eine neue Erfahrung war für mich auch, dass egal, was ich auf egal welcher Mailingliste schreibe, es ist sofort viel, viel mehr Leute interessiert als vorher. Das muss man auch erst mal irgendwie verkraften. Alles in allem denke ich, dass meine Amtszeit relativ erfolgreich war. Wir haben die Piraten vorangebracht. Wir sind immer noch Leute. Ich stehe nicht vor einer komplett leeren Halle. Und deswegen stelle ich mich auch zur Wiederwahl. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast gesagt, du hast zu den Bezirken nicht so viel Kontakt gehabt. Was ist das Problem, kurz anzurufen? Also einfach mal zu fragen, wie es uns geht. Das stimmt, also es kam jetzt nicht so vor. Gute Frage. Ich habe mit mehreren Bezirksvorständen immer wieder mal telefoniert. Ich habe angerufen und gefragt, wie es so geht. Und ich habe auch immer die Antwort bekommen, wie es geht. Nicht alles war okay. Nicht alles war top. Aber ich glaube schon, dass ich auch in den Bezirksvorständen erreichbar und verfügbar war. Aber ich habe ja schon gesagt, das nächste Mal wird das noch mehr. Okay. Das ist keine Drohung, das ist nur ein Versprechen. Okay, weitere Fragen? Also du hast gesagt, du hast Vernetzung mit anderen Organisationen betrieben. Jetzt ist für mich die Frage, mit welchen Organisationen, mit welchen sind wir jetzt schon vernetzt und seit wann? Auch zum Thema VBSG wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, da jetzt nicht allein zu starten. Aber das ist eine andere Sache. Und politische Projekte, also das Thema Oberpfalz, Neumarkt ist ja leider gescheitert. Das muss man einfach so sagen. Und zum Thema VBSG, die Frage ist, ob die rechtlichen Probleme, die jetzt auch andere ansprechen und nicht nur andere Parteien, ob die jetzt mittlerweile geklärt sind wegen der Zulässigkeit. Okay, drei Fragen auf einmal. Fangen wir mit dem OB-Casting an. Nein, das OB-Casting ist nicht gescheitert. Das OB-Casting war ein Erfolg. Wir haben mit 100 Euro dafür gesorgt, dass wir mehrere Wochen lang immer wieder in den Medien waren. Für uns sind die Medien verdammt wichtig. Und Spencer, nochmal, wenn man nur an einer Aktion teilnimmt, wenn man am Schluss der König oder der Sieger ist, dann ist es keine Demokratie, sondern Käse. Also, gut, die zweite Frage. Das OB-Casting. Ja, es gibt rechtliche Bedenken und zwar könnte es sein, dass das Volksbegehren vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof nicht zugelassen wird, weil es nicht haushaltsneutral sei. Das ist eine Begründung, die in Bayern bei jedem zweiten Versuch, ein Volksbegehren zu starten und die 25.000 Unterschriften zusammen hat, relevant ist. Das heißt, hätten die auch gesagt, wir machen das nicht, weil es könnte sein, dass der Verfassungsgerichtshof uns nachher stoppt, dann hätte es die Hälfte aller Volksbegehren gar nicht gegeben. So funktioniert so ein System nicht. Wenn du eine Idee hast und Rechtssicherheit haben willst, dann musst du es probieren und wenn am Ende steht, das geht nicht, super, dann bist du genauso gut wie alle anderen, die es auch gemacht haben. Wenn du die Chance hast, durchzukommen, hurra. Und genau das haben wir gemacht und das ist der Weg eines Volksbegehrens. Wenn du Volksbegehren initiieren dürftest und sicher sein könntest, dass sie auf jeden Fall durchgehen, dann bräuchtest du ja die ganzen Instanzen nicht, die da prüfen und nochmal einen Riegel haben. Okay, also ich denke, erfolgreich. Also, die dritte Frage. Ganz kurz, die Frage war nicht, ob es zulässig ist. Die Frage ist, ob wir das irgendwie in irgendeiner Form mit jemandem, der juristisch sich auskennt, rechtlich vorab geklärt haben. Also, ein Anwalt oder sonst irgendwen. Oder haben wir einfach nur aus unserer, ich sage jetzt mal, leihenhaften Juristensicht, die wir alle haben, das einfach gesagt, ach, das ist zulässig, weil wir das jetzt so denken. Haben wir mit irgendeinem Anwalt gesprochen, mit irgendjemandem, der sich auskennt? Denn ganz ehrlich, von Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben und einfach sagen, das geht so, das machen andere Parteien, das sollten wir eigentlich nicht machen. Ja, du hast recht. Wir sollten nur Dinge tun, von denen wir auch was verstehen. Und ich bin kein Jurist. Deswegen habe ich mir nicht angemaßt, diese Entscheidung alleine zu treffen. Ich hatte fünf, sechs Telefonkonferenzen mit mehreren Vorstandsmitgliedern von Mehr Demokratie e.V. Ich hatte ein Gespräch mit Sebastian Frankenberger. Ich habe mir also juristischen Rat gesucht. Ich habe versucht, jemanden von der Uni Regensburg, von der juristischen Fakultät zu bekommen. Und das Ergebnis war, und jetzt wird es spannend, das Ergebnis war, ja, das kann gehen. Nein, das geht nicht. Ja, das geht vielleicht. Okay, und dann hatte ich so viele verschiedene Meinungen, dass ich gesagt habe, super, dann müssen wir es probieren, um es rauszufinden. Und genau das machen wir jetzt. Wir sammeln 25.000 Unterschriften. Wir werden 25.000 Leute in Bayern dazu bringen, dass sie sagen, hey, das, was die Piraten da machen, das ist cool, das unterstütze ich. Was ist daran falsch, selbst wenn wir scheitern? Darf ich jetzt, darf ich bitten, aus dem Tätigkeitsbericht jetzt keine Diskussion über das Volksbegehren zu machen? Das war jetzt lang genug diskutiert. Danke. Ihr könnt das gerne danach noch ewig lang diskutieren, aber wir müssen hier weiterkommen. Okay, die dritte Frage, also der dritte Teil der Frage war ja, mit wem habe ich mich vernetzt? Der Clou an der Geschichte ist, dass ich nicht alles alleine machen musste. Ich hatte tatsächlich jemanden, der für mich zu Attac gegangen ist. Also wenn ich jetzt sage, für mich, Alex, tut mir leid, der für uns zu Attac gegangen ist. Ich war beim Landesparteitag der SPD. Ich war beim Bundesparteitag der ÖDP. Ich war bei, verdammt, irgendwo in anderen Parteitagen. Es waren noch mehrere. Das heißt, ich habe tatsächlich versucht, Leute zu finden, die in anderen Parteien irgendwo sind und von denen es gut ist, wenn man sich einfach mal getroffen hat und ein bisschen mit denen geplaudert hat, weil das nämlich hilft. Das habe ich gemacht. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern das haben wir gemacht. Und das sehe ich als Aufgabe in dem Vorstand. Okay, danke. Okay. Nachdem es jetzt anscheinend tatsächlich keine weiteren Fragen mehr gibt. Danke, Stefan. Dann, ihr dürft applaudieren, ja. Dann ist Validum jetzt als nächstes dran. Hallo erst mal. Ich möchte einen kurzen Einblick darüber geben, was ich im letzten Jahr so gemacht habe. Aber mich an der Stelle auch für euer Vertrauen bedanken, dass ihr mich zweimal in diesen Vorstand gewählt habt, nämlich 2009 und 2010. Ich musste aber auch feststellen, dass in den letzten zwei Monaten meine privaten und vor allem familiären Dinge wesentlich zu kurz gekommen sind. Und deshalb sage ich gleich, ich kandidiere heute für dieses Amt nicht mehr. Bedanke mich aber bei allen, die mich unterstützt haben, die uns alle unterstützt haben und die mit mir zusammen Aktionen gemacht haben. Ja, was ist so nach der Wahl letztes Jahr, 2010, passiert? Hat sich primär eigentlich kaum was geändert. Wir hatten natürlich ein neues Team. Die Aufgaben für mich im Vorstand blieben etwa gleich. Und ja, gute und schlechte Themen, schwierige Themen hatten wir auch. Aber die haben wir, denke ich, ganz gut zusammen gemeistert. Auch da an meinen kompletten Vorstand, dadurch jetzt, dass ich hier ausscheide, möchte ich mich bedanken bei all den Vorstandsmitgliedern, die sich in auffahrungsvoller Weise ihre Zeit dazu genutzt haben, diesen Laden irgendwie weiterzubringen. Ich kann mir kaum vorstellen, das wird der Dominik dann vielleicht später noch sagen, wie viel Zeit Dominik in die Verwaltung gesteckt hat. Ich weiß nur, dass er... Ja, das ist ungekehrt, ich soll sagen, welche Zeit er nicht... Ja, also welche Zeit er nicht reingesteckt hat. Also jeden Tag bis sehr früh dort dran gesessen hat, um das hinzubekommen. Ja, ich hatte dedizierte Aufgaben. Wir haben das ja im Vorstand so geregelt, dass einige Aufgaben von einer Person übernommen werden und sie sich dann beruflich oder hauptmäßig darum kümmert. Und da habe ich unter anderem die Bündnisarbeit schon auch letztes Jahr in meiner Beschreibung gehabt. Das gestaltet sich natürlich als Partei nicht ganz so einfach, weil man nicht einfach hergehen kann und große Bündnisse gründen kann, weil die Vereine und unabhängigen Organisationen natürlich immer erst einmal die Frage stellen, was willst du von mir. Aber ich denke, wir haben es doch ganz gut hinbekommen, zum Beispiel mit dem Akra-Census-Lokal Aktionen zu starten. Und für mich ist und bleibt ein ganz wichtiger Kontakt der Akra-Vorrat, wo sich immer neue Möglichkeiten und Chancen ergeben, die dazu geführt haben, dass man zu politischen Expertengesprächen eingeladen wird und Ähnliches. Ja, die Programmentwicklung habe ich auf meine Fahnen geschrieben. Wir sind da an einigen Punkten weitergekommen, als wir letztes Jahr waren im Vergleich. Viele Piraten engagieren sich regional für die verschiedensten politischen Themen, aber leider fehlt es uns noch an einer wirksamen überregionalen Zusammenarbeit, was die Programmentwicklung angeht. Wir haben letztes Jahr so ein Programmentwicklungskonzept beschlossen. Ich glaube, ihr wisst es nicht mehr. Da gibt es zwar wichtige Hinweise, aber so gelebt wird es halt nicht. Und was ich mir hoffe, ist, dass wir nicht nur das Konzept überarbeiten, weil das bringt wahrscheinlich uns erstmal in der Situation wenig, sondern dass wir einen Weg finden, da wirklich loszulegen. Deutsche 2013 ist Wahl und nicht nur eine, sondern ganz viele. Wir haben die Landtagswahl, wir haben die Kommunalwahlen, die auf uns zukommen, die Bundestagswahl und ein Jahr später schon die Europawahl. Da müssen wir echt anpacken, was Programmatik angeht. Auch wenn wir natürlich alle lernen mussten, das Programmpunkt auszuarbeiten, mit einem gewissen Qualitätsanspruch und Praktikabilitätsanspruch, gar nicht so einfach ist. Aber ich denke, wenn wir zusammenarbeiten und dort die Köpfe zusammenstecken, dann kriegen wir das schon hin. Auch manchmal über Gräben hinweg. Das muss man auch sagen. Jedenfalls ich, als Gurke dann, möchte mich auch auf die Programmarbeit konzentrieren und einige Themen erarbeiten. Ja, was haben wir noch gemacht? Vortragsprogramm. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Wir haben letztes Jahr im September, Oktober damit angefangen, ein Vortragsprogramm zu planen. Dazu haben wir einen Praktikanten auch angestellt. Ich weiß nicht, ob er heute hier ist. Da nochmal ganz, ganz großes Dank an ihn, der sich da sehr stark reingehangen hat. Es gab viele unterschiedliche Vorträge an auch unterschiedlichen Orten, nicht nur in München. Wobei ich sagen muss, es war relativ München-konzentriert. Vielleicht können wir das demnächst mit anderen Orten ergänzen. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Veranstaltungen zu einer gewissen Regelmäßigkeit finden, weil das ist das, wo wir den Leuten zeigen können, dafür stehen die Piraten. Das interessiert die Piraten. Da gibt es die Möglichkeit für Leute, uns kennenzulernen. Ja, ein paar Stichpunkte vielleicht noch. Ich habe eine ganze Menge Umfragen durchgeführt, für die ich nicht nur Lob geerntet habe. Ich habe Landesparteitage, zu Landesparteitagen auch anderer Landesverbände eingeladen, weil ich irgendwie zum Man of the Mass Mail geworden bin. Und ja, auf der Straße, ein paar Aktionen haben wir gemacht, von der Demo bis hin zum Mahnwachen. Und ja, das ist so das, was ich jetzt hier als wichtig empfinde. Ihr könnt meinen kompletten Tätigkeitsbericht im Wiki nachlesen. Der ist da verlinkt, schön ausformuliert, nicht so wie jetzt. Und vielleicht noch eine Sache abschließend. Ich habe in den letzten zwei Monaten, muss ich zugeben, kaum noch etwas gemacht. Das liegt, wie gesagt, in meiner familiären Situation. Ich hatte im Juni eine Situation mit meiner Tochter, nachdem ich einige Abende nicht da war und immer von der Arbeit direkt für die Piraten weg, wo ich dann gemerkt habe, die nimmt mich jetzt nicht mehr als Vater wahr. Und das war mir dann echt zu viel. Und habe da meine Tätigkeiten immer weiter eingestellt. Und da möchte ich mich bei den Leuten entschuldigen, die auf meinen Support gewartet haben, der sonst immer da war und dann halt nicht mehr kam. Aber, wie gesagt, manchmal muss man sich entscheiden, was das Wichtige ist. Ja, das heißt nicht, ihr seid mich los. Für kleinere Aufgaben stehe ich immer noch bereit, aber halt nicht mehr in diesem zeitlichen Rahmen. Dankeschön. So, jetzt noch Chance, Fragen zu stellen an Validom. Da kommt eine. Du hast dieses Programmentwicklungskonzept angestoßen, dir ausgedacht, erarbeitet, wie auch immer. Kannst du kurz erläutern, warum es gescheitert ist? Also, an der bangelnden Zustimmung kann es nicht liegen. Behaupte ich jetzt, weil das Ding wurde einstimmig beschlossen beim letzten Parteitag. Vielleicht hat es den Einzelnen zu stark überfordert. Also, das Individuum, der einzelne Pirat, dort zu stark überfordert in Art und Weise, dass er erst mal etwas in der Hand haben muss, bevor er überhaupt irgendwo hingeht. Vielleicht können wir da noch einen Weg finden, dass überhaupt Konstrukte entstehen, über die man diskutieren kann. Daran fehlt es, glaube ich, dass wir es schaffen, zumindest ein paar Zeilen Text zusammenzukriegen, wo wir uns darüber streiten können. Das ist, denke ich, das Wichtige. Und von da an kriegt man so ein bisschen die Aufregung in den Laden und vielleicht dann kann man einen sehr guten Vorschlag daraus erarbeiten oder auch einen guten Gegenvorschlag. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank, Validum. Ihr dürft auch jetzt noch mal apparieren. So, bevor wir zum nächsten kommen, eine kurze Durchsage. Hier ist ein Parkticket abgegeben worden. Einfahrt, 9.57 Uhr und 37 Sekunden. Wer etwa um diese Zeit eingefahren ist, möge kurz überprüfen, ob es sein Ticket ist und möge es dann vorne abholen. So, Arthur steht schon in den Startlöchern. Du hast das Wort. So, hallo, allerseits. Bei mir ist es ein wenig anders. Normalerweise sitze ich ja immer nur beim Kabuff, mache meine Arbeit und wenn es ja vorbei ist, zeige ich auch die Präsentation dessen, was ich getan habe in Form von Zahlen, G&V-Bilanz und so weiter und damit hat sich erledigt. Nur diesmal bin ich ja schon, wie ihr wisst, vorher zugetreten. Deswegen kann ich das nicht präsentieren. Vielleicht nur ein paar kleine Worte, wieso so was dazu gekommen ist. Also, Stefan hat es schon erwähnt, es war eine Menge Frust dabei, der sich da eingearbeitet hat. Nur ein kleines Beispiel. Es ging schon los, wo ich dachte, ich sitze eigentlich da, mache meine Arbeit, wie die anderen Schatzmeister alle auch. Jeder kümmert sich in höchster Not um die Parteienfinanzierung, damit wir das zeitlich noch einhalten können. Und auf einmal kommt das Kabuff über eine Medienliste, die Schatzmeister torpedieren die Parteienfinanzierung. Hat nicht nur mich getroffen, sondern andere auch. Also, es gab eine Menge Frust innerhalb der Schatzmeister. Und das Ganze, anstatt dass es weniger wird, hat sich das dann über die nächsten Wochen und Monate noch versammelt. Also, es kam sehr oft der Fall, dass ich von der Arbeit nach Hause bin, die auch nicht wenig ist, aus meinen zwei, drei Stunden, die ich jeden Tag hatte, um mich darum zu kümmern, haben wir erstmal gesagt, so, holt scheiße ich drauf, ich mache jetzt nächste Woche weiter. Irgendwann ging das nicht mehr und dann war das die logische Konsequenz. Also, nachdem ich nicht mehr als ein, zwei Stunden am Tag übrig hatte, um mich dann auch noch mit dem Ergebnis noch darüber zu ärgern, was da auf mich zukommt, war die einzige Konsequenz, die mir übrig blieb, einfach zurückzutreten, um da frei zu machen und Leute da rein zu lassen, die halt mehr Zeit haben und auch mehr Energie und eine dickere Haut vor allem. Ja, ich habe keine Zahlen zu präsentieren. Gut, Fragen an Arthur? Ich sehe ein paar Leute, die sich bewegen, aber keiner geht aufs Mikrofon zu. Okay. Ich möchte mich dazu noch am Ende nochmal bei meinen Kollegen bedanken, also vor allem die, die räumlich in meiner Nähe waren, also Stefan und Dominik haben eine Menge Unterstützung geleistet. Okay, danke Arthur. Jetzt ist die Frage irgendwie... Alex, machst du den nächsten? Gut. Dann mache ich wohl. Also, ein Piraten-Cabrio, über 16.000 gefahrene Kilometer, circa 60 Vor-Ort-Termine, viele Anrufe, Mails und weitere Aktionen und ein Jahr später sehen wir uns wieder. Was habe ich so gemacht? Ich war bei fast allen Bezirksparteitagen, Schwaben tut mir leid, da war zur gleichen Zeit die Marina Kassel. Andere Veranstaltungen habe ich auch besucht, wie das Frankenplenum, politischer Aschermittwoch oder der Neujahrsempfang. Außerhalb von Bayern war ich bei den Landesparteitagen in Hessen, Brandenburg und Baden-Württemberg. Das ist wichtig, dass wir einfach mit den anderen Landesverbänden in Kontakt treten, dass wir mit den Leuten quatschen. Ich war auf den Bundesparteitagen in Chemnitz und Heidenheim, habe Wahlkampfhilfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz insofern durchgeführt, als dass ich mit mäßigem Erfolg Unterstützerunterschriften gesammelt habe. In Berlin hat mir einfach die Zeit gefehlt. Ich habe regelmäßig Kontakt mit den Presseleuten in Berlin gehabt und Ideen eingekippt. Ansonsten habe ich Kontakten gehabt mit verschiedenen Landesverbänden jenseits von Landesparteitagen wie Thüringen, Hessen, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Saarland und natürlich mit dem Bundesvorstand. Auch außerhalb Deutschlands habe ich zugesehen, dass wir Kontakte knüpfen mit den Piraten- bzw. Piratenparteien aus Spanien, Kanada, Tunesien, Marokko, Russland, Slowenien, natürlich Österreich, die Schweiz und Luxemburg und mit der PPI. Ich bin sehr stolz darauf, ein ganz kleinen Körnchen beigetragen zu haben zu den Revolutionen in Tunesien und Ägypten und zu den demokratischen Bestrebungen in Marokko. Falls ihr es nicht wisst, in Marokko gibt es Piraten genauso wie in Tunesien. In Tunesien ist, glaube ich, die Partei gegründet oder in Gründung in Marokko nicht. Zu der Frage, die hier kam zu den Kontakten mit anderen Organisationen, die kann ich besser beantworten als Sekor, tatsächlich Kontakte wurden geknüpft mit ATAK, mit der Gewerkschaft der Polizei, mit der Humanistischen Union, auch mit Parteien wie die Partei, der ÖDP, der SPD und die Grünen. Ansonsten in der Öffentlichkeitsarbeit habe ich mit verschiedenen Journalisten getroffen. Ich habe zugesehen, dass erste Strukturen aufgebaut wurden, dazu gleich mehr. Ich habe das große Glück gehabt, dass ein Projekt wie die Co-Pirates schon bei mir war. Es war ein Projekt, wo der Choreograf sehr piratisch gedacht hat und wo viele Piraten, und ich danke euch davor, dafür über ihren eigenen Schatten gesprungen sind und tatsächlich mitgetanzt haben. Piraten, die sich körperlich bewegen. Vorträge und Podiumsdiskussionen, da habe ich verschiedene Leute hingelotst. Und natürlich habe ich viele Interviews geführt und habe auch Telefonbereitschaft gemacht. Die Öffentlichkeitsarbeit ist aber nicht nur Kontakt mit der Presse, sondern auch die Unterstützung von Konzepten wie die Heroin Kids. Ich war in Kontakt mit den Künstlern und bin immer noch in Kontakt mit denen. Ich fand das Konzept sehr gut und vor allen Dingen fand ich es unendlich bescheuert, dass die Bayerische Anstalt für Medien dagegen geklagt hat und das Ganze verbieten wollte. Ich war beim Hambacher Fest und natürlich bei allen Christopher Street Days außer Würzburg. Auch dort hatte ich innerparteilich was anderes zu tun und habe sogar in Ulm-Neu-Ulm eine Rede gehalten. Weiter geht es mit der Öffentlichkeitsarbeit. Stellt euch vor. Das Projekt Kinder wollen singen, diese Liederbücher, die werden weiterhin verteilt, die sind verteilt worden, sind weiterhin verteilt. Ich habe drei Kisten mitgebracht, wer welche Bücher braucht, soll mir einfach nur Bescheid geben. Das Projekt Volksbegehren Studiengebühren, wie Seko schon sagte, wir haben uns das angeschaut, wie die ganze Zeit manche Leute dafür meinten, zuständig zu sein und nichts ging. Erst als Seko sich der Sache angenommen hat, haben wir auch das Ganze gestartet und entsprechend haben wir auch Pressekonferenzen und wir haben etwas geschafft, was eine 2%-Partei im Allgemeinen nicht schafft. Und ich sage 2%-Partei, weil wir in Bayern noch eine 2%-Partei sind. Noch. Wir haben nämlich den anderen ein Thema vorgesetzt. Es gibt niemand, der über Studium- oder Studiengebühren redet und an der Piratenpartei vorbeigeht. Und das muss man als kleine Partei mit lauter Ehrenamtlichen schaffen. Der Applaus war übrigens an alle, die die ganze Zeit Unterschriften sammeln. Bei der OBB Neumarkt, die ich auch als Erfolg sehe, habe ich ein bisschen was mitgemacht, aber wir hatten zum Glück den Stefan Eisvogel, der da sehr viel Energie reingetragen hat. Dafür herzlichsten Dank. Habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte? Beileibe nicht. Ich habe Strukturen aufgestellt, aber diese Strukturen müssen gefüllt werden. Wir haben 5,5 Seiten Programm. Davon sind 3 Punkte Wahlprogramm. Wenn ihr glaubt, 2013 können wir an die Leute gehen und mit 3 Programmpunkten eine Wahl gewinnen. Ich sehe das ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe Weichengesetz für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auf Bund-Niveau quer durch alle Levels das Funkfeuer. Das ist ein System, um Kontakte mit der Presse zu verwalten und auch Pressemitteilungen zu verschicken. Das funktioniert langsam, aber sicher auch gut. Ich habe mein Konzept für strategische Öffentlichkeitsarbeit jenseits von Bayern auch in der Marina Kassel und auch dem Bundesvorstand vorgestellt. Teile davon werden übernommen werden. Wir werden bald, sobald wie man das in einer Partei mit lauter Ehrenamtlichen tun kann, ein System, um solche Sachen wie Videos oder Radio oder, 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 also das, was man im Allgemeinen Assets nennt, Informationen, Bilder etc. pp. zu verwalten, parteiweit. Und so endet dieses Jahr für mich mit gemischten Gefühlen. Ich habe Weichen gesetzt für 2013 und 2014. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich erhofft hatte. Ich hoffe, im Rahmen meiner Möglichkeiten als Ehrenamtlicher, die wir ja alle sind, vielleicht ab Montag ein paar weniger, die richtigen Weichen, die richtigen Fundamente gesetzt zu haben. Doch diese Fundamente sind nichts ohne euch. Das Haus Piratenpartei muss von der Basis aufgebaut, gelebt und bewohnt werden. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Ich bin um viele Erfahrungen in diesem Jahr reicher geworden. Ich bin um viele Freunde reicher geworden. Ich bin auch um einige Feinde reicher geworden. Möge ich mir die richtigen Freunde gemacht haben und die richtigen Feinde. Es war ein bewegtes Jahr. Die nächsten werden noch bewegter. Und das ist ein Versprechen und eine Warnung. Vielen Dank. So, Frage? Okay, bitte. Also, deine Hauptaufgabe war doch politisch. Was waren denn jetzt deine politischen Ziele und wie weit bist du damit gekommen? Meine Hauptaufgabe? Meine Hauptaufgabe? Ich frage es nicht. Also, dass wir immer hören, dass ihr rumfahrt, das ist zwar wirklich sehr dankenswert, aber was war jetzt dein politisches Ziel, und das politische Ergebnis? Man muss natürlich rumfahren, Leute besuchen, Kontakte knüpfen, aber was war das politische Ergebnis dieser Kontakte? Zum Beispiel bei der Polizeigewerkschaft. Darüber solltest du uns doch bitte noch ein bisschen was erzählen. Zur Klärung. Meine Aufgabe als politischer Geschäftsführer, auch wenn es sich so nennt, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch die Aufgabe, die wir uns in der konstituierenden Sitzung so gegeben haben. Entsprechend habe ich mich in erster Linie darum gekümmert, tatsächlich diese Kontakte, diese Öffentlichkeitsarbeit im breiten Sinne aufzustellen. Was haben wir bei der Gewerkschaft der Polizei politisch erreicht? Die kennen uns. Die sprechen mit uns. Die haben gemerkt, dass wir nicht irgendwie nach Schwefel riechen und Hörner haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe nicht, ich habe mich nicht aufgestellt im September letzten Jahres mit dem Gedanken, wir werden in Bayern ab sofort für 20 Prozent der Wähler attraktiv sein. Das ist langfristige Arbeit, politische Arbeit, ist das beständige Bohren dicker Bretter. Und entsprechend habe ich da Weichen gesetzt. Resultate werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren erleben. Kurze Nachfrage. Kurze Nachfrage. Polizeigewerkschaft. Wo siehst du denn die Übereinstimmungen der Ziele der Polizeigewerkschaft und ihrer Forderungen zu unseren Forderungen? Oh, wir haben... Nein, nein, lass mich das machen. Also, die Polizeigewerkschaft möchte die Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, damit können wir nicht einverstanden sein. Die Polizeigewerkschaft wiederum ist der Meinung, dass Kameras nicht unbedingt notwendig sind, dass es viel besser wäre, einfach Polizisten, Beamte vor Ort zu haben. Da gibt es eine Übereinstimmung. Und ehrlich gesagt, ich treffe mich nicht mit den Leuten deswegen, weil es eine Übereinstimmung gibt. Es gab eine Podiumsdiskussion in Augsburg mit der CSU. Die haben wir nicht geführt, weil wir Übereinstimmungen sehen, sondern weil man sich auch mit denen trifft, die eine andere Meinung haben und man tauscht Meinungen aus. Man sieht zu, dass die anderen auch die eigene Meinung verstehen. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen der Gewerkschaft der Polizei in Bayern jetzt viel eher verstehen, was wir Piraten meinen. Dass sie es übernehmen, ich gehe nicht davon aus, ich gehe nicht davon aus, dass morgen die Gewerkschaft der Polizei, weder in Bayern noch jenseits, sagen wird, hey, die Piraten haben uns überzeugt, wir verzichten auf die Vorratsdatenspeicherung. Das wäre schön, ich wäre dafür, aber ich glaube nicht, dass das erreichbar ist. Es geht aber nicht darum, dass die anderen unsere Meinung übernehmen. Es geht in erster Linie darum, dass sie sie verstehen. Dass sie wissen, dass sie wissen, hier gibt es eine andere Meinung und die stellen wir nicht auf, einfach nur um Rabä zu machen oder Mimimi, sondern tatsächlich, weil wir aus eigenen Gedanken dazugekommen sind und diese Gedanken teilen wir dann. Und diese Gedanken, da bin ich mir sehr sicher, haben die Leute der Gewerkschaft der Polizei mitbekommen. Ob sie sie nachvollziehen können oder nicht, aber eine Sache stimmt, eine Sache, die die Gewerkschaft der Polizei beziehungsweise zumindest die Leute, mit denen wir uns getroffen haben, mit uns teilen. Sie unterschreiben gegen Studiengebühren. Okay, da ich keine weiteren Fragen mehr sehe, an dieser Stelle danke Alex. Danke. Wir haben noch drei Opfer, von denen springt jetzt gerade keiner auf. Wer möchte das Nächstes? Dominik? Okay. 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 Ich stehe wieder im Rampenlicht, das war in der Freiheit schon so. So. Ja, hallo Piraten. Wali hat vorhin, bevor ich mit meinem Tätigkeitsbericht anfange, vorne weggenommen, ich habe so viel Zeit investiert. Dazu will ich jetzt versuchen, auch wenn wir hier alle viel IT-affin sind, ein Bild zu zeichnen, wie sieht die Verwaltung momentan bei den Piraten aus. Wir stellen uns eine Wüste vor, brennt heiß, da stehen drei Verwaltungspiraten, jeder hat einen 100-Kilo-Klotz vor den Füßen und sollte jetzt 200 Meter schieben. Das ist die Verwaltung bei den Piraten. Wir haben jetzt dank eines Bundesschatzmeisters, der gerade weg ist, haben wir jetzt die Erfindung gemacht, dass es Messer gibt. Da hinten ist er. Und ab Januar werden wir uns aus den Kletzen Kugeln schnitzen und dann geht auch die Verwaltung leichter. Applaus Und dieses Bild dient dazu, der Faktor Zeit in der Verwaltung bei den Piraten ist vollkommen absurd, den in irgendeinen Maßstab zu setzen, was man geleistet hat. Wenn ich am CWCM Stimmberechtigungen setze für 2.500 Mitglieder, dann sagt jeder, naja, das ist halt von nicht stimmberechtigt auf Stimmberecht. Nee, nee, das ist das CWCM. Da wird aus einer einfachen Sache, die ich in einer guten Buchhaltungssoftware in 5 Minuten mache, wenn da 5 Stunden. Da gibt es Faktoren, mit denen rechnet man gar nicht. Die muss man dann leidvoll erfahren. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. So, soviel dazu. Ich halte mich mit Mimimi kurz, das hat Stefan schon genug gemacht. Nun zu meinem Tätigkeitsbericht. Ich bin vor einem Jahr angetreten mit dem Motto Landesverband als Leistungsverband. Hätte ich gewusst, dass Stefan mit dabei ist, hätte ich das Thema Leistung weggestrichen. weil der kam irgendwann auf die Idee, dass wir da was arbeiten. Und nicht nur arbeiten, sondern das waren die Eichhörnchen. Transsexuell sind die, glaube ich, und auf Coke sind sie auch noch. Und die rennen einfach los. Und du als Verwaltungspirat rennst mit einem 100-Kilo-Glotz hinterher. Ja, Stefan, jetzt darf ich es wenigstens im Tätigkeitsbericht. Gut, eins der Ziele war, die Verwaltung mir in Gänze anzuschauen. Das habe ich gemacht. Wie anfangs erklärt, die Verwaltung bei den Piraten ist Handarbeit. Und zwar Handarbeit intensiv, Excel-Tabellen. Da muss man wissen, was man macht. Da muss man gutes Kopfgedächtnis haben. Ich habe mir das angesehen. Ich habe ausgemistet. Ich habe neu restrukturiert. Wir haben dadurch jetzt eine schlankere Verwaltung. Ich habe es geschafft, die Bezirke ein Stück weit zu entlasten. Die sind jetzt so entlastet, dass ich sie selber teilweise nicht mehr sehe. Ist vielleicht ein Punkt, den man etwas ändern sollte. Da sage ich später noch was dazu. Insgesamt kann ich aber sagen, die Verwaltung ist auf einem Standpunkt angekommen. Wenn wir jetzt noch ein funktionierendes Online-Formular mit Mitgliederexport haben, ich schaue in Richtung Klaus, der schaut schon sicherheitshalber weg, dann wird für 2013 aus reiner Verwaltungssicht keine Probleme entstehen. Aber, wie ihr wisst, habe ich die letzte Zeit noch Arthus Rücktritt, den ich sehr bedauere, weil die Gründe, die er da nennt, leider Gottes nicht Gründe sind, die aus meiner Sicht aus seiner Sicht entstanden sind, sondern das bringt die Parteiverwaltung mit sich. Sachen wie, dass zu viele Sachen händisch gemacht werden müssen, dass teilweise Rückmeldungen nicht erfolgen, ist meines Erachtens ein Problem der Methode und nicht der Person selbst. Von dem her möchte ich mich bei Arthus trotzdem für die geleistete Arbeit, die er gemacht hat, bedanken. Ich habe dementsprechend dann die Schatzmeisterei mit übernommen und ich sage gleich vorweg, das werden auch die Rechnungsprüfer oder Kassenprüfer, wie es auch immer heißen, werden das sagen, meine Aufgabe während dieser Zeit war es, den Landesverband am Laufen zu erhalten. Deswegen wird ein oder andere feststellen, dass es weniger Berichte darüber gab, wie die Finanzbuchhaltung insgesamt aussieht, wie gewisse Kontenstände aussehen. Das war zeitlich nicht möglich. Mein oberstes Ziel war in diesem Punkt den Landesverband weiterlaufen zu lassen. Ansonsten wären Aktionen wie das Volksbegehren Bildung wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, weil wir gar nicht wüssten, ob wir Geld da hätten oder nicht. Ein Punkt, den ich ansprechen will, in dem ich meines Erachtens nicht so viel geleistet habe, das ist das Thema Mitgliederakquise sowie die Neupiraten. Es gab die SG Neupirat, da gab es Diskussionen darüber, wie wir ein Mitgliederspaket schnüren. Nachdem wir aber Anfang des Jahres festgestellt haben, und das von 2.600 Mitgliedern nur 1.300 letzten Endes da sind, die auch ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, steht das Ganze plötzlich in einem anderen Licht. Es ist nicht mehr ausreichend, nur ein Neumitgliederpaket zu verschicken, das ist viel zu wenig. Wir müssen viel mehr tun, unsere Neumitglieder aufzunehmen, bestehende Mitglieder, die vielleicht ihren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen, weil sie zu wenig von uns hören, an der Hand zu nehmen und damit auch wieder die Basis mehr zu beleben. Und das ist diesen Punkt, als ich den erkannt habe, habe ich gewusst, dass ich den nicht vollständig ausfüllen kann. Ich bin vom Wesen her, bin ich mehr ein Papiermensch, ein Textmensch, ich eigne mich weniger zur Kommunikation mit Personen, die mir fremd sind. Das heißt, bekannte Personen tue ich mich leichter, auf Menschen, Infostände und solche Geschichten bin ich nicht geeignet. Deswegen trete ich auch für das Amt des Gensex, so wie ich mir den vorstelle, nicht mehr an. Den nächsten Punkt, der auch nicht hundertprozentig funktioniert hat, danach kommt wieder ein bisschen was Positiveres, ist das Thema Verwaltungspiraten in den Bezirksebenen in Zusammenarbeit mit dem Landesverband. Zu einer Teambildung ist es da leider nicht gekommen. Die Gründe sind wir da nicht unbedingt schlüssig, warum es da nicht zu einer Interaktion mit allen, ich will davon einzelne Personen ausnehmen, funktioniert hat. Das muss definitiv nochmal besonders angesehen werden, weil meines Erachtens es notwendig ist, dass die Bezirke und der Landesverband in Einheit, was die Verwaltung angeht, zusammenarbeitet. Wenn jeder Bezirk für sich selbst arbeitet, abgekapselt, abgeschottet, dann wissen wir nicht, was in Bayern in der Verwaltung tatsächlich passiert. Über was habe ich mich noch gekümmert? Ich war in der Technik mit unterwegs. Ich habe mich um die Wanninger Tickets gekümmert. Das waren, also ich habe versucht, eine Zahl zu ziehen. OTRS, das wir da einsetzen, zählt leider nur bis 2.000 Tickets. Danach heißt es, ja, sind noch mehr vorhanden. Das heißt, es waren mehr wie 2.000 Stück, die bearbeitet, beantwortet wurden, die meistens Verwaltungsaufwände wie Beitragsminderungen etc. ausgelöst haben. Ich habe dementsprechend auch den Vorstand von Uhrenspam, Stefan wird ein Lied davon singen können, befreit, da das alles in der LGS, also in der Landesgeschäftsstelle aufgeschlagen ist und der Vorstand entsprechend die Anfragen weiterbekommen hat, die für ihn auch relevant waren. Ich komme jetzt ein bisschen früher zu meinem Fazit, wenn man einen Blogbeitrag unter netandrück.nl gelesen hat, der kann sich das Ganze nochmal ansehen. Aus meiner Sicht habe ich das damalige Kandidaturprogramm, was ich vorgestellt habe, erfüllt. Bis auf das Thema Kommunikation, da gibt es Verbesserung. Teilweise gibt es auch im Verwaltungsbereich etwas Verbesserung noch, vor allem, wenn das Teambuilding funktioniert. Aber unterm Strich bin ich der Meinung, dass sich die Verwaltung zumindest jetzt auf dem Standpunkt hat. Wir könnten in der Bundestagswahl, wenn wir noch ein Jahr dranhängen, dann können wir sicher in den Bundestagswahlkampf und dann können Sie sich pro Tag vom Jahr auch 500 Mitglieder anmelden. Das war es soweit. Tickets schreiben heute keine, aber Fragen dürfen wir stellen. Also ich habe jetzt immer wieder das Wort Kommunikation, deshalb bin ich in anderen Tätigkeitsberichten vom Landesvorstand auch gelesen. Was ist denn jetzt so schwierig, nach außen wie nach innen? Also ihr habt das Gefühl, ihr habt da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. An was lag es? Ich kann es, an was es genau liegt, wenn ich das wüsste, hätte ich das Problem gelöst. So war es auch mit den Sachen, die an dem Punkt, die ich erkannt habe. In dem Punkt weiß ich nicht, an was es liegt. Wenn es die Kontaktaufnahme durch Stefan, der hat es damals übernommen, mit den einzelnen Schatzmeistern gibt, dass um einen flüssigen Mahnlauf zu halten, Rückmeldungen gesendet werden sollen in Form von wir haben keine Neumeldungen oder wir haben keine Beitragseinzahlungen und selbst das nicht passiert. Oder ein Schatzmeister damit Zeit verbringt, zu diskutieren, ob er jetzt eine Liste erneut senden soll, er hätte das doch vor einem Monat bereits getan. Dann ist die Frage, wo da dann der Fehler letzten Endes zu suchen ist. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht sind ein paar Verwaltungspiraten da, dann könnten wir es vielleicht klären. Okay. Diebmeister, ist das eine Frage? Ja, du hast eine ganze Menge Allgemeinplätze bei der Zusammenarbeit dann auch genannt. Für mich, ich würde gerne ein bisschen in Zukunft gucken, was soll denn da denn besser werden? Also jetzt nicht als Kandidatur von dir, sondern im Prinzip aus dem, was du in dem letzten Jahr erfahren hast. Was soll da denn besser werden? Du weißt, dass wir hier zwar alle Piraten heißen, aber doch vom Inhaltlichen nicht unbedingt komplett einen Strang anfassen würden. Von daher, was könnte da denn besser werden, um solche Themen in Zukunft besser zu handeln und eben auch so eine Frustthemen, wie zum Beispiel, dass der Arthur zurücktritt, zu vermeiden? Ja, ein Thema hat sich, ist bereits geändert worden. Wir bekommen eine Buchhaltungssoftware. Vorbei ist die Schubkartonbuchhaltung. Vorbei sind die Excel-Tabellen und ist das ganze Theater. Das ist schon mal eine Erleichterung. In dem Sinne entsteht auch weniger Frust. Was das Thema auf Verwaltungsebene angeht, muss ich definitiv, es muss eine Zusammenarbeit, eine flüssige Zusammenarbeit in allen Richtungen, sowohl von oben nach unten als auch andersherum, möglich sein. Es darf nicht mehr sein, dass ich auf eine Verwaltungsliste schreibe und die fühlt sich an wie ein Wattebausch, an dem ich entgegenpralle. Das ist das eine. Ein weiterer Punkt, was sich ändern muss, das ist, da kommt man wieder zu dem Wort Kommunikation, ist das Thema Mitglieder. Ich habe es kurz angerissen, das muss sich ändern, meines Erachtens reicht es nicht mehr, dass ein Verwaltungspirat Neumitglieder begrüßt. Das ist zu wenig. Ich sehe, dass Verwaltungspiraten primär sich auf faktische Sachen beziehen und nicht jetzt Leute an die Hand nehmen können und eben an die Partei heranführen, wenn man das so nennen will. Das muss sich definitiv ändern. Das ist eins der Punkte, oder zwei, und in die Richtung muss es gehen. Du kannst aber so zusammenwohnen, oder nicht? Ich würde jetzt vielleicht einfach dazu bitten, dass Zeit halber jetzt nicht dann die Vorstände hin und her springen und diskutieren. Bitte einfach sich an Fragen an den jeweiligen Zusammenhalten. Wir können das dann im Anschluss auf mehreren Medien diskutieren, was er besser machen kann. Wir haben dann einen neuen Vorstand, aber bitte sich auf Fragen an den Vorstand beschränken. Eine Frage von Zwanhild über Twitter. Wie viele neue Mitglieder gab es letzte Woche? Zwischen 18 und 19. Ich weiß nicht, ob es 18 oder 19 sind. Wir können aber von einem ungefähren Tagessatz von 2,5 bis 3 ausgehen. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank. Noch einmal bitte einen herzlichen Applaus. Er hat sich verdient. Heide, du hast das Wort. Bitte. Ich werde mich kurz halten. Als Beisitzerin oder Beisitzer wird man so ein bisschen beigesetzt. Zu meinem Tätigkeitsbericht könnte ich natürlich sagen, steht im Wiki. Tut's auch. Aber ein paar Worte möchte ich doch verlieren. Ich habe mir oft anhören müssen, dass ich gar nicht so viel mache. Das finde ich nicht. Ich habe genug gemacht. Ich bin zufrieden damit, mit dem, was ich gemacht habe. Es waren sehr oft Kleinigkeiten, so wie E-Mails lesen, neue Mitglieder supporten. Teilweise auch fernab von Wanninger-Tickets. Zu den einzelnen Sachen, die ich gemacht habe, möchte ich nichts sagen. Aber über fünf Phasen, die ich ungefähr im Landesvorstand hatte, möchte ich berichten. Zunächst hatte ich eine Phase, die sehr motiviert war. Das war direkt nach der Wahl, die ersten zwei Monate. Ich hatte auch damals noch die Motivation, andere zu motivieren. Es hat sich aber dann in der zweiten Phase bis ungefähr Weihnachten 2010 geändert. Ich musste viel überdenken, gerade aufgrund des Bundesparteitags, die Chemnitzer Ergebnisse, insbesondere der Antrag Reset. Vor Chemnitz konnte ich mich mit dem gesamten Piratenprogramm identifizieren. Seit Chemnitz ist es nicht mehr so und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz sein. Allerdings finde ich die anderen Themen genauso wichtig oder sehr, sehr wichtig und dafür müssen wir uns einsetzen. Warum ich damals nicht zurückgetreten bin, war, dass ich einfach das Parteiamt hatte und nicht zurücktreten wollte, weil ich nicht der Mensch bin, der zurücktritt. Und weil ich denke, dass es die Piraten in Bayern ähnlich sehen wie ich. Die dritte Phase war eine Phase der Hyperaktivität. Das war Anfang dieses Jahres. Das ist so geendet, dass ich nur noch ein Wochenende zu Hause war und eigentlich mich jeden Tag ausschließlich mit Piraten beschäftigt habe. Mein Studium ein bisschen vernachlässigt habe. Meine Familie, meine Freunde. Das hat sich natürlich gerecht. Im März von April, in der vierten Phase, die war eher durch Ruhe und Krankheit geprägt. Und ich habe meine Aktivität ganz zurückfahren müssen. Dann möchte ich mich bei Christian Biss, ich glaube, er ist nicht da, fettes März hier an dich, kriegst du, sobald ich dich sehe, weil du den Newsletter übernommen hast und somit weiterhin den Landesverband mit News ausgestattet hast. Das ist auch ein bisschen ein Kritikpunkt. Viele haben, ich habe sehr oft um Informationen gebeten, was soll denn jetzt in den Newsletter rein. Es kann selten antworten. So, und noch nun zur fünften Phase, die ungefähr im Mai 2011 angefangen hat. Die hat angedauert bis heute, wurde allerdings durch Prüfungen unterbrochen. Da war ich gemäßigt aktiv. Es hatte lange Zeit gebraucht, dass ich erkenne, wie ich meine eigene Arbeitskraft so aufteilen kann, dass ich mein Studium, mein Privatleben und das Piratsein unter den Hub bringen kann, ohne dass eins zu sehr zurückfällt oder ich ausbrenne. mittlerweile kann ich richtig priorisieren und wenn ich diese Prioritäten so einhalte, dann haben die Piraten viel, viel mehr von mir. So, jetzt komme ich zu dem, was ich richtig toll fand. Das war, dass ich gelernt habe, Nein zu sagen, dass Christian Biss den Newsletter übernommen hat, der Staat des Volkbegehrens, die Arbeitswut von Dominik, und die Technik im LV Bayern. Da dürft ihr auch mal applaudieren. Womit ich sehr unzufrieden war oder ein bisschen unzufrieden war, dass wir für Entscheidungen für Entscheidungen war sehr hinderlich, selten zu wissen, wie viele Goldmünzen wir jetzt in der Schatztruhe haben. Ich hoffe, dass es sich mit dem neuen Schatzmeister auch um einiges bessert, dass wir von Anfang an oder dass der nächste Vorstand besser gesagt, von Anfang an sagen kann, so und so viel Geld haben wir zur Verfügung. und was ich nicht so toll fand, war die frustrierende kaputze Reederei, die es bei den Piraten nur allzu häufig gibt. zu meinem Fazit, ich habe nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte, teilweise, weil es unmöglich war, auch wegen Kommunikationsproblemen im Landesvorstand. Ich wusste manchmal nicht, wie diplomatisch ich an die Sache rangehen muss und habe es dann doch eher sein gelassen, auf beispielsweise Dominik zurückzukommen und sagen, hey, ich helfe dir. So, lustigerweise habe ich in der letzten Amtswoche gemerkt, wie sehr mir organisatorische Schreibarbeit Spaß macht. Und deswegen bitte ich euch an, dass ihr mich auch wiederwählen könnt. Was ich euch biete, ist auch, dass ich weiterhin an der Kommunikationsarbeit arbeite, also Sachen vom Vorstand auch weiterhin in die Basis trage. Das ist mir doch, glaube ich, recht gut gelungen. Egal, zu welchem Thema zu kommunizieren und im Hinblick auf die Landtagswahl 2013 würde ich auch sehr gern die Organisation des Programms fördern und vorantreiben. Ich würde dann auch alles tun, was ich dafür tun kann, dass wir am Ende der Amtszeit des sechsten Vorstandes ein fertiges Programm haben, das beworben werden kann und einer Aufstellung der Wahlbewerber nichts mehr im Wege steht. Was ich mir vorbehalte, ist, dass wenn mir etwas nicht gefällt, dass ich das in Zukunft zwar nicht laut, aber doch bestimmt sagen werde. und dass ich auch öfter meine Meinung sagen werde, auch wenn sie unbequem ist. Und was ich nicht machen würde, ist, mehr als einmal im Monat durch Bayern beziehungsweise Deutschland zu reisen. Einfach aus Zeitgründen, ich bin auch nur ein Mensch. Was ich auch nicht machen würde, wäre, das gesamte Programm der Piraten parteipositiv zu bewerben, insbesondere Reset. Darauf müsst ihr euch einstellen. Vielen Mikro, du hast es ja selbst schon gesagt, du möchtest dich wieder bewerben, hast selber gesagt, Schreibtisch Pirat, könntest du dir vorstellen, statt Beisitzer jetzt im Gänseck zu machen? Könnte ich mir natürlich vorstellen, allerdings bewirbt sich Franz dafür und ich finde ihn dafür viel besser geeignet und außerdem weiß ich als Beisitzerin was auf mich zukommt, was ich machen kann, was ich machen würde, was ich nicht machen würde. Ich weiß nicht, wer später zuerst gewählt wird, Gänseck oder oder Beisitzer, stehst du denn jetzt, wenn der Gänseck zuerst gewählt wird, als Gänseck zur Wahl? Nein. Danke. Bitte. Nächste Frage, bitte. Bleibt dann dein Stellenprofi gleich, also ich bin jetzt auch Beisitzer und normalerweise vor der Wahl überlegt man sich ja, was man machen will, weil du sagst, es ist nicht alles geschafft. Was ich gesagt hatte, war vor allem, dass ich Dominik unterstützen möchte. Letztes Jahr. Es fiel mir schwer, Dominik meine Hilfe anzubieten, so komisch das auch klingt, aber ich wollte Dominik jetzt auch nicht, Entschuldigung, auch auf den Schlips treten und damit aussagen, hey, du machst das scheiße, weil er es überhaupt gar nicht so macht, sondern er macht es richtig toll, er hat tolle Arbeit geleistet und da wusste ich auch nicht, was ich jetzt machen soll. Und sonst, ja, als Beisitzer ist man eben so ein bisschen beigesetzt, ist einfach so. Und muss die anderen im Vorstand unterstützen und das würde ich auch weiterhin machen. Ich schätze, das habe ich auch nicht schlecht gemacht, wobei ich im März und April natürlich ganz weggefallen bin, das tut mir auch leid, möchte ich mich auch bei den Vorstandskollegen entschuldigen. Jo. Okay, ich sehe keine weitere Frage mehr, dann danke Heide. Last but not least, Klaus, du hast das Wort. Ja, das kann man schauen. Wie immer, man hat es nicht geschafft, meinen Namen richtig zu schreiben, aber das ist heute dann auch egal. Ich werde mit UE geschrieben, aber ist schon okay. Gut, ich war der zweite Beisitzer, LV-Vorstand für das letzte Jahr. Meine Aufgaben, ich hatte auch eine organisatorische und eine politische Aufgabe, ich fange mal mit der Auge ein bisschen an, ich war verantwortlich für die Technik, das ist ja bei uns doch gar nicht so, man merkt, das ist gar nicht zu wenigstens etwas, habe ich lange drauf warten müssen. Ich war verantwortlich für die Technik, ist ja bei uns doch gar nicht so unwichtig, weil sehr sehr viel Kommunikation darüber läuft, das beinhaltet natürlich den normalen Service, sage ich mal, was wir alles intern anbieten, aber das läuft ganz gut somit. Was wir dieses Jahr hatten, war einen größeren Umzug, also wir haben die Technik dementsprechend umgezogen von den alten Servern auf neue und zwar auch nicht so aus Spaß und Töllerei, sondern wir hatten schon immer seit Beginn an diesen anderen Server, also wir betreiben eine Instanz für einen Anonymisierung Server, den wollen wir auch weiterhin betreiben, der war aber bisher die Jahre zuvor immer sehr sehr auf riskanter Kante gebaut, weil er sehr sehr teuer war. Wir konnten den quasi integrieren, ist da ein schönes Wort dafür. Sprich, wir haben den jetzt einfach auf Piraten eigener IT, die wir eh dementsprechend haben, haben die noch ein bisschen erweitert und können da auch in Zukunft diesen Service quasi als politischen Willen weiterhin anbieten und auch einen langfristigen Betrieb garantieren und müssen nicht jedes Jahr bangen, dass wir das Ding wegen Kosten abschalten müssen. Dazu möchte ich ganz herzlich dem Sigi danken. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen, ich glaube, er ist auch nicht da. Er macht es schon zwei Jahre lang und relativ sehr zuverlässig ist, da machen wir ein bisschen Wortkarg, aber ich schreibe eine Mail und dann kommt es zurück, passt alles und der Service läuft auch und wir können hier auch unseren politischen Willen, diesen anderen Server zu betreiben, auch weiterlaufen lassen. Gut, ich habe schon diesen Umzug ein bisschen eingesprochen, wir haben eben alles umgemodelt, das vielleicht auch gar nicht so interessant hier sind, macht aber trotzdem einen Haufen Arbeit, bisher ist eben alles virtualisiert, sprich, mussten alles einigermaßen anfassen, hat auch gut funktioniert, relativ geräuschlos, weil man kaum was bemerkt hat, außer mein persönliches Projekt, die Wordpress-Distanzen, ich habe da ein paar Konflikte mit Leuten geführt, einfach weil sich das bestimmte Leute anders vorgestellt haben, aber prinzipiell den und bin ich auch ganz froh drüber. Das war natürlich nicht nur ich allein, eigentlich war am Anfang der Plan, dass ich gar nicht operativ eingreife, sondern das vom Team aus machen, das hat nicht ganz funktioniert, aber trotzdem war ein großes Team dahinter und ich müsste diesem Team eigentlich irgendwo auch danken, aber das Wort Team wirkt so ein bisschen als ob die das alles nur aufgrund meiner Anweisung machen würden, man könnte auch sagen, die Technik hat das ganz gut auf die Reihe bekommen, trotzdem dass ich mir Sachen erklären lassen musste oder trotzdem dass ich mir die Fragen gestellt habe, also auch hier herzlichen Dank an vor allem freie Leute möchte ich da hervorheben das ist einmal der Olli von ihm merkt man relativ wenig aber er macht sehr viel das habe ich auch selber erfahren müssen aber das ist auch sehr gut weil das einfach verantwortungsvoll und auch konsequent durchführt dann ganz ganz wichtig ist der Basti ich bin selber noch nicht mal persönlich getroffen aber er ist einfach immer da wenn man braucht und schützt bei der ganzen Virtualisierung und er ist auch einfach mal irgendwie Samstag Nacht da und wir hatten einen DDoS Angriff ab und ihr merkt hoffentlich nichts weil die Webseite und die Flaschenpost und der ganze Kram einfach weiterläuft genau den zwei möchte ich danken und natürlich mich auch danken möchte ist der Dominik der ist sowieso überall mit dabei und hilft wo kann genau diesen drei einmal besonderen Dank dafür gut das war eigentlich schon fast so viel des schnöden Technikrahmens ich hatte auch noch politische Aufgaben für mich war das vor allem ich nenne es ein bisschen mein eigenes Erbe unser Engagement im Informationsfreiheitsbündnis wir sind da seit 2009 mit dabei ich erkläre es nochmal gerne weil es oft manchmal so ein bisschen mitläuft und irgendwie relativ sogar in der Parteiöffentlichkeit wenig bekannt ist was das eigentlich ist also es gibt diese Informationsfreiheitsgesetze das ist im Prinzip ein Gesetz dafür was wir fordern nämlich Transparenz des Staatswesens also das ist schon mal eine gesetzliche Grundlage ob es dann funktioniert das ist eine andere Sache aber man braucht erstmal eine gesetzliche Grundlage die gibt es in der ganzen westlichen Welt in ganz Europa in Deutschland in sehr sehr vielen Bundesländern aber natürlich nicht in Bayern deswegen müssen wir da als Bayern und auch als Bayerische Piraten da so ein bisschen die Hausaufgaben mitmachen dazu gibt es eben in Bayern schon weit vor der Gründung des Informationsfreiheitsbündnisses dort sind wir auch mit dabei und das macht mal einen sehr frustrierenden Job weil die machen das seit 2004 und fordern eben dass Bayern das Land Bayern ein Informationsfreiheitsgesetz hat und das ist natürlich in der politischen Lage hier ich glaube es gab sieben Anträge im Landtag die natürlich alle abgeperlt sind dieses Bündnis wo wir uns eben dann durch meine Person auch engagieren hat hat dann angefangen Städte und Kommunen aufzufordern Informationsfreiheitssatzungen zu machen also das Ganze runtergebrochen auf kommunaler Ebene und das hat auch sehr sehr lange gedauert vor einem Jahr gab es in gesamt Bayern unter zehn Informationsfreiheitssatzungen meistens in kleineren Gemeinden wo eben aktive Bürgerbündnisse da waren und ja kann ich sicherlich nicht sagen wir aber das Bündnis das Bündnis der Informationsfreiheit hat da eben lange quasi Lobbyarbeit gemacht und inzwischen verstehen immer mehr Städte mehr verstehen auch immer mehr Städte dass es ein politischer Wunsch ist seiner Bevölkerung Zugriff auf Informationen zu haben und inzwischen haben glaube ich ich glaube es nicht nur ich weiß es auch fünf Großstädte in Bayern unter anderem München Nürnberg Würzburg haben eine Informationsfreiheitssatzung das ist auch so ein bisschen wegweisend für die Landesregierung dass es im Endeffekt darum geht dass wir das überall wollen nicht nur auf Städteebene sondern auch auf Landesebene genau wie gesagt mein Teil dazu ich mag das immer nicht so dieses Eigenlob also wegen mir gibt es keine Informationsfreiheitssatzung mehr oder weniger da gibt es in den Bündnissen viel mehr Leute die viel näher dran sind die viel näher an den kommunalen Vertretern dran sind aber man hilft da halt wo man kann man unterstützt da man 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 trinkt einen neuen Wind mit rein man unterstützt ein bisschen bei der Veröffentlichung man unterstützt ein bisschen bei der Medienarbeit und genau dafür wurde ich letztes Jahr abgestellt oder halt beauftragt es auch um Interventionsfreiheitsbündnis zu machen hat ganz gut funktioniert das habe ich gemacht genau das war es Fragen Fragen bitte jetzt zum Mikro begeben Martin will nicht fragen okay dann sehe ich keine Fragen alle Klarheiten beseitigt okay ja das ist keine Frage ich wollte nur mal dir Danke sagen du hast das glaube ich jetzt als längster durchgehalten ich kenne keinen in der Piratenpartei der vier Jahre Vorstand war und das zeigt mir gewisse Leidensfähigkeit und da Hut ab danke okay keine weiteren Fragen dann vielen Dank so jetzt geht mir gerade der Wahlleiter ab der wollte nämlich die Gelegenheit kurz nutzen das können wir vielleicht später machen sind denn die Rechnungsprüfer jetzt habe ich sie gerade aus den Augen verloren viele habe ich gefunden Sabrina fehlt noch so gut also wir haben jetzt wir haben ein kurzes Slack der Wahlleiter ist schon mal da gut dann fangen wir mit dem an dann übergebe ich das Wort jetzt kurz an den Wahlleiter okay also wir haben zwei Wahlurnen das heißt wir brauchen mindestens vier Wahlhelfer freiwillige vor genau am einfachsten erstmal kurz an die Bühne kommen wer Lust hat es ist kein großer Aufwand man muss bloß zählen können reicht hier vorne an der Bühne an der Bühne passt schon okay ne ist okay gut dann machen wir jetzt kümmern wir uns jetzt um den formalen Kram und ich übergebe wieder an den Versammlungsleiter mache ich die werden im Protokoll okay ich weiß nicht Thilo willst du einfach mal den Anfang machen oder okay dann übergebe ich jetzt das Wort an die Rechnungsprüfer ja während Sabrina kommt möchte ich sagen ja wir haben heute morgen direkt vor dem Parteitag haben wir die letzte Rechnungsprüfung durchgeführt und haben ja erstmal ich weiß nicht ob du wir haben also heute morgen noch einmal geprüft und wir haben noch einiges festgestellt der Thilo hat es auch ganz fleißig notiert und deswegen würde er jetzt die einzelnen Punkte auch noch vorlesen ich will die vorlesen okay also wir haben einige Punkte erste mal wir haben vielleicht als Informationen für alle weil heute gab es ja keine Zahlen so richtig wir haben knapp 54.000 Euro an Einnahmen zu verzeichnen und wir haben und das ist leider der nicht so schöne Punkt bis Ende wir haben circa eine Liquidität von circa 3.000 Euro nur noch im Landesverband ja wir haben einige Punkte die wir festgestellt haben die sind jetzt hier nicht besonders geordnet die sind einfach runtergeschrieben der erste Punkt war der Weltrekordversuch zum Bundesparteitag ja da mussten wir leider feststellen dass es da keinen konkreten Beschluss keinen Auftrag keine Bestellbestätigung ähnliches gab das betrifft ist ein bisschen auch auf Marina Kassel anzuwenden also da würden wir auch dem nächsten irgendwie mal auf den Weg gehen den nächsten Vorstand dass wenn sie auch ja Gelder einsammeln für andere im Auftrag dass dort irgendwie mal was gemacht wird dann haben wir erfahren dass Stefan Seko hat eine Kreditkarte bekommen um einfach verschiedene Zahlungen einfacher vonstatten gehen zu lassen wir haben auch das ist nachher gerade im Vorgriff nachher vielleicht auch später für die nächste Wahl sicherlich wenn schnell Zahlungen zu erfolgen haben sehr sinnvoll allerdings gibt es dazu keine konkreten Regelungen in der GO das würden wir doch dringend anraten dann der LV Bayern hat auch die PPI Konferenz vorfinanziert da ist bis heute kein Geld eingetrieben worden da sind noch Außenstände ansonsten zur Vorlage konkreten Vorlage waren keine Offenrechnungen zu verzeichnen das ist alles beglichen mit dem Umzug der IT das ist leider nicht besonders gut gelaufen weil aufgrund einer verpassten Kündigungsfrist haben wir dann doch bei Gesamt-IT Kosten von ca. 3.000 Euro 2.500 Euro nur wegen einer verpassten Kündigungsfrist bezahlt es ist auch noch die Frage mit dem Anonymisierung Server da müsste dann auch René irgendwie mal später mal was zu sagen weil es darf keine wirtschaftliche Tätigkeit geleistet werden bis heute soweit besteht die Anweisung glaube ich hat sich das geändert das war unser Informationsstand und da gibt es noch so ein paar Fragen der wesentlichste Punkt den auch Dominik angesprochen hatte immer wieder Thema Kommunikation großes Problem hat sich gezeigt dass keiner der Schatzmeister wirklich verfügbar war und erreichbar war egal aus welchem Bezirksverband und das ist ein wirkliches großes Manko was im nächsten dann doch mal vorangetrieben werden soll wir hatten circa im LV auch nur zweieinhalb tausend Euro an Spenden also Aufruf auch an heute mehr spendet ich glaube die Spendenkasse ist auch offen wer heute spenden möchte und wir rufen dann doch zum Spenden auf es gibt kein Kassenbuch bisher das wurde abgeschafft auch ganz wichtig was bei der Prüfung ein großes Problem war wir würden doch anregen dass der Vorstand ein Buch anschafft einen Ordner wo alle laufenden Verträge aufgeführt sind mit Beschlüssen mit den jeweiligen Bestellbestätigungen und ähnliches weil wir haben jede Menge laufende Verträge wir haben keine Beschlüsse die wir finden könnten weil die teilweise auf 2008 zurückgehen auf 2009 oder ähnliches das ist einfach so nicht tragbar der Umzug zu der IT Infrastruktur an Klaus wäre es doch noch sehr nett wenn er einen Vertrag dazu nachreichen könnte es fehlten die Reisekosten Anträge die sind die hatte Dominik glaube ich zu Hause vergessen heute alle die nachgereicht waren was wir auch leider feststellen mussten Anfang des Jahres wir hatten teilweise Rechnungen die für zwei Monate nicht bezahlt wurden inklusive da wurden mehrere Mahnungen ähnliches sind eingelaufen und das kann einfach nicht sein das war konkret war das sogar ein Vortrag der den wir explizit zu eingeladen hatten ich glaube zu mehr Demokratie der einfach nicht bezahlt wurde das kann nicht sein in Zukunft es fehlen uns ein paar Beschlüsse ein paar wenige zum Lesezeichen zum Piratencamp München ganz wichtig auch für alle Mitglieder die demnächst hier irgendwelche Ausgaben machen und auch den Landesverband drauf schreiben als Adressaten dann aber von eigenem Konto bezahlen und dann das Geld vom LV natürlich wieder haben möchten es ist dringend notwendig dass Erstattungsanzeigen erfolgen nicht einfach nur die Rechnung weitergeben sondern weil im LV muss nachgewiesen werden warum zahle ich jetzt auf ein Privatkonto und nicht auf diese Firma ja das war eigentlich das Wesentliche das wichtigste hat was ich noch dazu anmerken kann ist dass Dominik kommissarisch ja schon die Schatz Tätigkeit übernommen hat und dadurch momentan noch keine Außenstände mehr vorhanden sind die hat Dominik alle beglichen das heißt alles was jetzt noch gemacht werden muss ist innerparteilich sprich die Bezirksverbände die haben Geld bekommen und wir haben keine Rückmeldungen bekommen von den Bezirksverbänden wie viele Mitglieder jetzt da sind und ähnliches das heißt wir haben keine konkreten Zahlen wie viel denn zustehen und wie viel denn gezahlt werden sollte dann noch mein großer Appell an alle Bezirksverbände meldet euch bei Dominik und gebt ihnen die Zahlen dazu Ich möchte mich auch und ich denke da spreche ich für uns beide auch noch mal recht herzlich für den Franz beim Franz bedanken der zwischenzeitlich die Buchhaltung geführt hatte er hat dir die super aufbereitet auch Dominik hat das ja dann entsprechend weiter übernommen und entsprechend weiter bearbeitet und ich denke ich spreche für uns beide wenn ich sage dass wir uns recht herzlich bei beiden noch mal für die wirklich intensive Arbeit bedanken möchten Ja Jetzt weiß ich endlich warum man Kassenprüfer oder Rechnungsprüfer nicht mag Dankeschön Ich war selber einer von denen das Schlimme ist nur das das was sie angemerkt haben ist richtig man muss aber und das ich hätte es begrüßt wenn in dem Bericht das ein bisschen klarer Ja möchte ich das können auch gerne erst die Herren dahin oder wer will jetzt Ja Ja Bevor ihr weitermachen gibt es noch Fragen zu den Berichten Ach so Ja Der Bericht läuft noch Er wollte auch noch Stellung Genau So Okay Also ich hätte es begrüßt in dem Bericht wenn man die Linie gezogen hätte ab dem Zeitpunkt wo ich das Ganze kommissarisch übernommen habe diese Linie habe ich nämlich vermisst Ich habe bereits in meinem Tätigkeitsbericht gesagt mein erstes Ziel war es den laufenden Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten Das bedeutet es müssen Rechnungen bezahlt sein Es müssen Verbindlichkeiten beglichen worden sein dass wir im Außenverhältnis nach außen hin bei keiner Stadtverwaltung Mahnungen bekommen dass wir nirgends Mahngebühren bezahlen oder uns selber abgeschaltet werden und der Punkt ist wichtig und diesen Punkt diesen Punkt habe ich habe ich während der Zeit wo ich das kommissarisch übernommen habe zu 100% erfüllt das ist eine Rechnung offen die ist am Freitag reingekommen in einem Zahlungsziel bis zum 30.9 ich habe sowas im Kopf fotografisches Gedächtnis das heißt da ist noch keine Fälligkeit da damit ist zwar eine Rechnung zu bezahlen aber es ist keine fällige Verbindlichkeit so dementsprechend das was jetzt ansteht das ist innerparteilich ich weiß dass ich selber in einem Rechenschafts in einem Prüfungsbericht das Innere die Formalie nach innen schon mal angemängelt habe ja und so schnell holt dann die Sache wieder ein jetzt wird es bei mir bemängelt ich weiß dass diese Punkte da sind mir sind diese Punkte bekannt und ich habe den Kassenprüfern und diese Punkte zu Beginn der Rechnungsprüfung und Kassenprüfung auch genannt das ist ein ganz wichtiger Punkt das heißt nicht die Kassenprüfer mir erzählt es gibt ein zwei Punkte wo sie es getan haben aber im Groben habe ich gesagt das und das sind die Punkte es waren Beschlüsse vorhanden das hatten wir auch schon anders erlebt ich erinnere an 2009 da habe ich keinen einzigen gefunden jetzt sind Beschlüsse da es ist nachvollziehbar Rechnungen sind an Konto ausgeheftet und damit kann man meines Erachtens eine Linie ziehen und die hätte ich ganz gern erwartet ist ja nur ok danke für die Stellungnahme gibt es Fragen zum Prüfbericht bitte ja also hallo prinzipiell zwei Anmerkungen nur ja es gibt diese Kreditkarte und du hast gerade gesagt dass die Kreditkarte vom Seekor die läuft auf ihn die ist aber prinzipiell für den Werbemittelshop angeschafft worden also nicht dass hier der Eindruck entsteht wir hätten hier in Seekor mit irgendwelchen Kreditkarten ausgestattet also man muss immer dazusagen weil es sehr sehr tendenziell klingt das zweite ist die Kündigungsfrist mit dem anderen Server also erstens mal ist die nicht verpasst worden und vor allem schon mal nicht von mir diese Kündigung war eben im Juli wir hatten da einen Vertrag der jährlich war und die vorigen Vorstände die vorigen Technikverantwortlichen und die das eben geplant hatten hatten diesen Server so teuer er war immer als wirtschaftlich es war schon immer ein Zuschussprojekt das wird auch gefordert man darf ja nicht wirtschaftlich tätig werden dass es immer ein politisches Zuschussprojekt war ich habe dann natürlich angefangen dann irgendwann das in Frage zu stellen weil es eben sehr sehr viel Geld kostet was du richtig auch bemerkt hast und es hat eben sehr sehr lang gedauert dass wir das gerade gezogen haben und da ging es eben nicht darum wie du es dargestellt hast dass ich die Kündigungskosten verpasst hätte kam aber so rüber gut ich wollte es nur sagen es ist ja du musst ja auch scharf fragen ist auch okay genau und dann hätte ich noch eine Frage du hast was gesagt es gäbe einen Vertrag von der IT an mich also ich kenne davon nichts das würde ich nochmal ganz klarstellen was das bitte sein soll zu dem Hetzner Server gibt es keinen Vertrag oder Bestellbestätigung oder ähnliches zu der neuen IT okay also weil für mich klang das so dass ich irgendwas selber verticken würde das mache ich nicht da fehlt noch das ist genau das gleiche wie bei dem Weltrekordversuch oder bei anderen generell es muss zu allem ein Vertrag existieren wenn er abgeschlossen ist und wenn es heißt wir haben keinen Vertrag die schicken uns nichts es gibt im Wesentlichen auch eine Bestellbestätigung die man kriegt auch die kann man alternativ verwenden und die fehlt teilweise zum Beispiel beim Weltrekordversuch okay dann ist das klar danke ja ich hätte noch eine Frage zu der verpassten wie auch immer Kündigungsfrist was genau war das war da jetzt wirklich eine Kündigung die verpasst wurde oder war es einfach ein Vertrag der noch länger lief und deswegen nicht gekündigt werden konnte denn wenn es eine Kündigungsfrist war die verpasst wurde dann wäre es gut zu wissen wer die Verantwortung trägt und ob der nochmal antritt und wenn ja könnt ihr das zwei im bilateralen Gespräch klären das wäre ganz nett weil ich ja danke und dann hätte ich noch eine rechtliche Frage eine Ausgabe ohne Beschluss ist doch rechtlich nicht zulässig oder sehe ich das falsch denn ohne Beschluss darf man eigentlich nichts zahlen denn ohne Beschluss geht nichts oder sehe ich das falsch das ist eine Regelung die in der Geschäftsordnung des Vorstandes getroffen wird bis zu welcher Höhe das ohne Beschluss machbar ist ich möchte darauf im Detail gar nicht weiter eingehen denn die Kassenprüfer haben bereits gesagt es fehlt die Dokumentation das ist was anderes als es fehlt der Beschluss das sind ich glaube ein ganz wesentlicher Punkt auf den es hier hinzuweisen gilt gut von meiner Seite ganz kurz zur wirtschaftlichen Tätigkeit die wirtschaftliche Tätigkeit für Landesverbände ist erlaubt gemäß Satzung sie ist nur unterhalb von Landesverbänden ausgeschlossen insofern ist auch dieser Punkt in Ordnung und ihr hattet ja bereits gesagt die Entlastung wird empfohlen gibt es noch weitere Fragen an die Rechnungsprüfung okay das fasse ich mal als ein Nein auf gut dann vielen Dank für euer Statement dann kommen wir dann kommen wir zur Entlastung des Vorstandes ich bitte den Vorstand nochmal nach vorn müssen sich bewegen ich würde an dieser Stelle um eine gemeinschaftliche Entlastung des Vorstandes bitten falls jemand da etwas dagegen hat möge er sich bitte jetzt melden es gibt eine Gegenstimme gut dann würde ich gerne den Bundesparteitag bitten ich bitte um Entschuldigung den Landesparteitag bitten ganz kurz durch Heben der Stimmkarte zu äußern wollt ihr eine gemeinschaftliche Entlastung das fasse ich mal als Ja auf insofern werden wir eine gemeinschaftliche Entlastung durchführen gut dann bitte ich euch jetzt um eure Karte stimmt ihr für die Entlastung des Landesvorstandes das ist ein ganz klares Ja ich bedanke mich und vor allem bedanke ich mich beim bisherigen Landesvorstand für die wundervolle Arbeit Ihr seid damit entlassen danke okay bevor wir zur Wahl des neuen Vorstandes kommen kommen wir zur Abstimmung der Satzungsanträge beziehungsweise oh ich bitte um Entschuldigung der Bericht des Schiedsgerichtes ist noch vorneweg ja ich glaube das Schiedsgericht möchte etwas sagen oder kannst du hallo ah gut ja hallo ich bin Christian Behlendorf ich bin im Moment der Vorsitzende des Landesschiedsgerichts und gemäß unserer Schiedsgerichtsordnung muss ich ja auch nochmal einen Rechenschaftsbericht halten nur damit ihr euch nicht langweilt das Landesschiedsgericht ist letztes Jahr zusammen mit dem Vorstand gewählt worden es waren sieben gewählte Richter beziehungsweise fünf Richter zwei Ersatzrichter davon sind drei aus dem Gericht ausgeschieden vier sind noch übrig das ist das ist ähm etwas knapp weil unter drei dürften wir nicht fallen ansonsten wären wir nicht mehr beschlussfähig und müssten uns neu wählen lassen äh von daher äh auch mein ganz klarer Appell an euch äh stimmt dieses Jahr wieder dafür das Gericht mit äh sieben Richtern zu besetzen weil für den größten Landesverband den diese Partei hat äh sollte das Gericht auch äh das ganze Jahr überhandlungsfähig bleiben ähm gut wir hatten dieses Jahr drei Verfahren und zwar eins im September eins im Januar eins im Februar äh im September das war gleich direkt nach der äh nach dem Landesparteitag also zwei Wochen später ist es bei uns eingegangen ähm da hat ein Pirat äh erstens äh beantragt einen Beschluss des äh vorherigen Landesschiedsgerichts äh für nichtig zu erklären und zweitens eine Ordnungsmaßnahme gegen ein äh gegen einen anderen Piraten angestrebt ähm dieses Verfahren konnten wir aus äh oder mussten wir aus äh mehreren formalen Gründen ablehnen im Endeffekt haben wir uns darauf gestützt dass es absolut äh verfristet war das war viel zu spät eingereicht äh von daher mussten wir uns äh sachlich nicht dazu äußern äh das zweite Verfahren im Januar ähm da gab es ein äh eine Feststellungsklage auf Fristversäumnis für die Einreichung der Anträge für den Kreisparteitag Freising ähm ähm allerdings ist dieser Antrag zurückgezogen worden bevor er bei uns eingegangen ist äh insofern mussten wir uns damit auch nicht groß auseinandersetzen ähm und das dritte Verfahren Ende Februar da ähm gab es eine kleine Rundmail eines Mitglieds des damaligen Bundesvorstands an die äh Landesschiedsgericht und an das Bundesschiedsgericht ähm das uns dazu aufgefordert hat äh die äh äh allgemeinen Grundsätze äh der Schiedsgerichtsverfahren einzuhalten ähm das hatte einen konkreten Hintergrund aber nicht bei uns ähm ähm und wir haben dazu festgestellt dass wir dadurch nicht offiziell angerufen wurden und mussten uns dazu auch nicht mehr groß äußern so das war's schon gibt's noch Fragen ja dann vielen Dank okay jetzt sind wir aber beim Satzungsänderungsantrag da möchte ich den Ron bitten nach vorne zu kommen und seinen Antrag kurz vorzustellen okay wenn der Ron draußen ist würde ich sagen wir springen ganz kurz zu den Programmanträgen dann würde ich die ganz kurz vorziehen wir haben zwei Programmanträge und ich bitte den Arnold nach vorne um seinen Antrag vorzustellen hallo äh ist es möglich kurz ein Meinungsbild zu dem Antrag einzuholen weil ich vorher ein Meinungsbild haben will ob ja ich will aber wenn es möglich wäre vorher schlichtweg ein Meinungsbild haben wer hat den Satz verstanden wer will sich damit überhaupt auseinandersetzen oder ob wir uns die Zeit sparen und ich den Antrag wieder zurückziehe wenn überhaupt kein Interesse dann besteht sich mit diesem Satz auseinanderzusetzen das ist mein Meinungsbild das ich gerne vorher hätte weil dann kann ich mir und euch Zeit sparen Interesse oder ein Anliegen von der jetzt ich vor also besteht Interesse sich mit dem Satz auseinanderzusetzen dieser Satz von dem Antrag der da vorne steht er ist jetzt zum Vorlesen ziemlich kompliziert es ist ein einziger Satz dieser Antrag und ja und wenn da kein Interesse dran besteht dann ziehe ich den Antrag einfach zurück und es hat sich erledigt ich fasse das mal ich fasse das mal ganz kurz zusammen das war ein GO-Antrag auf Meinungsbild korrigiere mich wenn ich das jetzt falsch verstanden habe das Meinungsbild erbittest du dahingehend ob die Versammlung überhaupt dein Interesse hat diesen Antrag hier zu besprechen ist das korrekt? korrekt möchte der Landesparteitag den Programmänderungsantrag P01 das geht um die Piraten und Menschenrechte heute hier diskutieren ok das war jetzt 50-50 das stellt mich jetzt so ein bisschen vor einem Problem genau spätere Behandlung weil er ist mir eigentlich schon wichtig und er hat einen ziemlichen Diskussionsbedarf Antrag auf spätere Behandlung dieses Antrags das ist ein Antrag auf Änderung der Tagesordnung und dieser wäre bitte schriftlich einzureichen geht es bitte auf als schriftlich schriftlich genau also ich hätte Ich habe mittlerweile einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Der Programmantrag P01 soll bis zum Ende des Landesparteitages zurückgestellt werden. Wer ist für die Änderung der Tagesordnung? Das ist eindeutig. Danke. Der GO-Antrag ist damit angenommen und der Antrag wird später behandelt. Okay. Danke vielmals. Gut. Kommen wir zum Programmantrag P01. Wir haben einen GO-Antrag. Okay. Ich beantrage eine Unterbrechung des Landesparteitags für 15 Minuten zum Rauchen, Essen, Pause, Toilette und so weiter. Gut. Gibt es dazu Gegenreden? Formelle. Dann bitte um Handzeichen. Möchtet ihr eine 15-minütige Unterbrechung des Landesparteitages? Ihr macht mir das wirklich schwer. Also ich würde spontan sagen, dass die mir halt für Nein stimmt. Aber ich bitte den Wahlleiter um ein kurzes Statement. Nein. Okay. Der Wahlleiter sieht das genauso. Das heißt, wir unterbrechen die Sitzung nicht. Damit gehen wir weiter zum Programmänderungsantrag P02. Der... Okay. Mittlerweile ist der Ron da. Das heißt, wir können zuerst den Satzungsänderungsantrag S01 behandeln. Dann bitte ich dich kurz an das Pult und dann kannst du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, also ich habe diesen Satzungsänderungsantrag quasi übernommen, den ich auch im Bund gestellt habe, weil es dort hin und wieder immer zu Unstimmigkeiten gab oder zum Verständnis, wie eben halt eine Zweidrittelmehrheit bei uns gebildet wird. Also von was wird die Zweidrittel berechnet? Aufgrund dessen habe ich aber erst mal gesagt, ja, wie wird denn überhaupt die Mehrheit bei uns bestimmt? Wie gehen wir mit Enthaltung um? Und deshalb auch erst mal die Ergänzung vom Paragrafen 9b und dann die vier Wörter in Paragrafen 11, um eben das klarzumachen, dass Enthaltung eben nicht gewertet wird. Also es gab manchmal auch bei den Diskussionen so Probleme, weil ich ja definiere, dass Enthaltung als ungültig gewertet wird. Das bedeutet nicht, dass eine Enthaltung ungültig ist. Nur von der Stimmenwertung ist es eine ungültige Stimme, weil es dann ja in der Satzung heißt, die Mehrheit wird eben nur von den gültigen abgegebenen Stimmen gebildet und eben nicht von irgendwelchen ungültigen oder irgendwelchen Enthaltungen. Die zählen alle nicht rein, das fällt alles eben runter. Und in der Antragskommission gab es jetzt keine Diskussion. Es gab keiner, der voraussichtlich dagegen stimmen würde. Ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr dazu sagen wollte. Mir geht es auch ein bisschen darum, dass man nicht irgendwie erst das BGB, also Paragraf 32 und 33 lesen muss oder das Urteil vom BGH von 1987, sondern dass man einfach nur ein Dokument hat, eben unsere Satzung, wo das klar definiert ist, wo man das nachlesen kann, wie das bei uns mit der Beschlussfassung funktioniert. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Okay, das kommt mir sehr entgegen, vielen Dank. Dann bitte ich euch um Abstimmung zum Satzungsänderungsantrag S01. Wir benötigen eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Okay, das ist ein ganz klares Ja. Der Satzungsänderungsantrag S01 ist damit angenommen. Vielen Dank. Gut, kommen wir zum Programmantrag P02, nicht tödliche Waffen im Polizeigebrauch. Ich bitte Andreas nach vorn, um seinen Antrag kurz vorzustellen. Der Antrag ist ein bisschen holprig entstanden. Mir ist irgendwann aufgefallen, die Antragsfrist ist so irgendwie nur noch wenige Stunden. Und ja, er liest sich scheiße. Aber es geht eigentlich mir mehr bei dem Programmantrag darum, weil letztendlich, bis das in ein Wahlprogramm reingeht, wird das eh noch fünfmal abgeschwächt und verarbeitet und redaktioniert und keine Ahnung was. Insofern geht es eigentlich darum, hier das Zeichen zu setzen, dass die Polizei eben alles hinter Schlagstock nicht mehr gebrauchen soll. hat einfach einen Grund, diese neuen Waffensysteme, Blend-Systeme, was weiß ich, Gas, Taser, es gibt schöne viele neue Erfindungen, zum Teil mit Lichtstrahlen, Schmerzimpulse zu verursachen. Das ist meines Erachtens, sind das Mittel, die die Polizei irgendwann selbst treffen. Und zwar dann, wenn kein Bürger mehr bereit ist, mit der Polizei zu reden, wenn jeder Bürger Schiss vor der Polizei hat, weil anstatt nach dem Perso zu fragen, wird man erstmal getasert und der Perso aus der Tasche gezogen. Und wenn man sich dagegen noch wehrt, kriegt man noch eine zweite Ladung Taser. Und deswegen wäre den Anfängen, schon die Erprobung will ich hier in Bayern bei der Landespolizei nicht sehen und auch in Bayern stationierten Bundespolizeieinheiten eigentlich nicht. Deswegen bitte ich darum, diesen Antrag anzunehmen. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Also, vielen Dank für den Antrag. Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein entschiedener Gegner von Tasern und solchen neuartigen Geschichten, die da ausprobiert werden. Allerdings, und da mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen drum, das sind zwei Messages, die wir damit transportieren. Einmal ist es einfach eine logische Sache, dass wir zum Beispiel Taser ablehnen. Aber das zweite ist so, Cops sind blöd, was keine unbedingt schlechte Aussage ist. Und das zweite ist, was man da mit drinsteht, sind Gase, also sprich zum Beispiel Pfeffersprecher oder CS-Gas, die Ablehnung und Blendgranaten zum Beispiel. Also ich möchte gerne, wenn ich als Geißel genommen werde, dass die Polizei mich mit einer Blendgranate rausholt und nicht das ganze Ding abbrennt, bevor ich da rauskomme. Also, es ist einfach eine Praktikabilitätsfrage. Also ich mag Taser nicht, weil sie eben dazu führen, dass sie schneller eingesetzt werden als eine herkömmliche Waffe. Das sieht man ja an internationalen Beispielen. Aber jetzt die komplette Bandbreite, die du da nennst, abzulehnen, das geht mir jetzt schon fast zu weit. Was sagst du dazu? Ich stelle einfach nur die Gegenfrage. Es gab vor einiger Zeit in Russland eine Besetzung einer Staatsoper von tschetschinischen... Ich muss ganz kurz unterbrechen. Wir haben einen GO-Antrag. Ich stelle den GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag zu unterstützen? Ich habe das Meinungsbild noch nicht aufgerufen, aber ich finde das toll. Dein Meinungsbild. Ich antworte trotzdem noch ein bisschen fertig auf Walli. Und zwar, es gab diese Geiselnahme und da gab es nicht gerade wenig tödliche Opfer durch den Einsatz von Gasen. Natürlich ist CS-Gas in der Frauenhandtasche ein sehr wirkungsvoller Schrecker. Aber es geht hier auch in diesem Antrag nicht um Frauenhandtaschen, es geht hier um die Polizei. Und die Polizei nimmt 500 Milliliter-Kanister, diese auf den Rücken schnallen und geht damit auf die Menge los. Und das ist deutlich was anderes wie mal eben zwei Milligramm in einer Frauenhandtasche als schneller Abwehr. Ich habe etwas Formales. Könntest du dir vorstellen, den Antrag als Positionspapier lieber einzureichen, auch aufgrund der Formulierung? Ich bin der Meinung, dass der überarbeitet gehört. Leider Gottes. Ich könnte mir auch vorstellen, den komplett zurückzuziehen. Wenn die Form wirklich das Problem ist, dann verzichte ich lieber auf den... Also als Positionspapier würde ich das auf jeden Fall befürworten. Aber als Programmantrag noch nicht ganz, weil das steht ja dann wirklich so fest. Danke. Jo, ich habe da eher eine Frage, weil mit der Ablehnung der Standardwaffen, Gas, Taser und so weiter bin ich einverstanden. Aber es steht auch was von besandeten Handschuhen. Da gibt es jetzt zwei Sorten. Eine ist innen besandet. Da hast du bloß einen gescheiten Griff. Du kannst den etwas fetten Demonstranten allein wegtragen. Und dann gibt es eine andere, die haben über den Knochen, da ist kein Sand drin, sondern ein Granulat. Wenn du es anspannst, wirkt es wie ein Schlagring. Die sind heutzutage ganz verboten. Welche von den beiden Sorten meinst du? Die zweite. Nur die zweite? Nur die zweite meine ich. Wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, das ist mir auch später erst aufgefallen, dass es halt eben die erste Variante gibt, wobei es da auch sehr unangenehme Verletzungen geben kann. Aber ich sage mal, jeder fette Demonstrant, der wurde bestimmt von der Polizei fünfmal gebeten, bitte aufzustehen. Okay, also wenn nur die zweite Variante gemeint ist, bin ich einverstanden mit dem Antrag. Ja, hallo. Und zwar, mir fällt einfach auf, dass hier bestimmte Waffengattungen favoritisiert werden oder nicht. Für mich ist aber die Frage, eine Waffe ist letztendlich auch immer gegen einen Menschen gerecht. Es gibt halt auch Versivwaffen oder Verteidigungswaffen, wie auch immer. Für mich ist halt der Waffengebrauch entscheidend und der wird ja angeordnet letztendlich. Genauso wie Waffenarsenale werden auch, sage ich mal, verfasst. Für mich wäre eigentlich erstmal eine Transparenz dieser Waffenarsenale wichtiger und auch eine Transparenz über die Weisung des Waffengebrauchs. Das würde ich halt viel besser empfinden, als wenn man jetzt pauschal erstmal alles bestimmte Waffengattungen verbietet oder halt untersagt. Dann reichen Antrag ein. Ja, gerne. René, muss das eine Frage sein? Also muss ich ein Fragezeichen am Ende meiner Ausführungen hinbringen oder kann ich auch etwas dazu sagen? Du kennst die GO. Du darfst natürlich etwas dazu sagen. Na, danke. Also ich verstehe den Sinn und den Zweck diesen Antrags und ich unterstütze das grundsätzlich sehr. Ich habe allerdings ein kleines Problem, jetzt einen Antrag zu beschließen, von dem du selber sagst, ich weiß, der ist fehlerhaft, ich weiß, der ist nicht perfekt und man müsste den da noch nachbessern und dort ist noch etwas nicht richtig. Wenn wir etwas im Programm drinstehen haben, dann ist es deutlich schwieriger, das wieder rauszukriegen, als etwas erstmal zu lassen, zur Kenntnis zu nehmen, dass das ein Punkt ist, der uns wichtig ist und das sauber zu formulieren und dann an einem weiteren Programmparteitag zu beschließen. Also meine Bitte wäre einfach, diesen Antrag aus diesem Grund abzulehnen. Er ist nicht perfekt und nicht sauber. Dann ziehe ich diesen Antrag hiermit zurück. Gut, für das Protokoll, der Programmantrag P02 ist damit zurückgezogen. Möchte den Antrag jemand übernehmen? Ich muss fragen. Sorry. Okay, danke. Kann man Ihnen das Positionspapier einreichen? Jetzt? Gleich? Okay. Dann weiß der zukünftige Vorstand, was ihn erwartet und wir kommen damit zur Wahl des zukünftigen Vorstandes. Magst du bitte übernehmen? Okay. Sonstige Anträge sind nach hinten gestellt? Gut. Dann kommen wir jetzt zur Wahl des Vorstandes. Ich würde jetzt Sekunde. Okay, ich würde jetzt erstmal alle Kandidaten für den Vorsitzenden kurz nach vorne bitten. So, wir haben zwei Kandidaten im Wiki. Das ist einmal Stefan und einmal Simon. Simon da? Okay. Ich will nur mal zwei sagen. Alle haben nämlich ein Vorbereitungsbetten. Das ist ein Also gut, ich nutze dann jetzt schon mal die Gelegenheit, jemand, der sehr spontan auf die Idee kommt, zu kandidieren, kann das jetzt auch gleich mal machen und kann sich hier auf die Bühne stellen. Kandidaten schließt du oder schließt deine Wahl nachdem die Vorstellung durch waren? Okay. Das sind die bisher beiden Kandidaten. Wir haben uns jetzt gesagt, wir machen die Vorstellung in der Reihenfolge, wie sie im Wiki eingetragen sind, damit wir Simon der Erste. Dann würde ich dich bitten, hier ans Puls zu gehen und deine Vorstellungsräte zu halten. Hallo Piraten. Die letzten Tage waren für mich ziemlich anstrengend. Das hatte zwei Gründe. Der erste Grund war der, dass ich und meine Kollegen in der AG progressive Parteistruktur ein Konzept entwickelt haben. Da gab es sehr viel positive Resonanz. Es gab auch negative Resonanz. Das Konzept ist nicht perfekt. Wir wollten das ursprünglich hier vorstellen und haben uns dann überlegt, okay, es ist ein basisdemokratisches Konzept. Wir möchten, dass ihr daran mitarbeitet. Dieses Konzept ist nicht was, was wir euch einfach aufs Auge drücken wollen oder dieser Entwurf, der ja einen Programmänderungsantrag oder einen Satzungsänderungsantrag nach sich zieht und haben uns dazu entschlossen, diesen Antrag nicht zu stellen. Stattdessen möchten wir Folgendes machen. Wir haben uns im Kreisverband die Programmanträge dieses Jahres angeguckt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das auch gemacht. Da sind ein paar dabei, die sind ganz okay. Und da gibt es ein paar Anträge, die sind nun ja. Das Problem an dieser Geschichte ist mit den Anträgen, dass die AGs in der Regel nur im virtuellen Leben existieren. Das sind Leute, die arbeiten zusammen auf Mailinglisten und ganz oft passiert es, dass am Ende ein unvollständiger Antrag entsteht oder eben nicht. Daher haben wir gesagt, okay, wir würden gerne bayernweite Klausur machen und anschließend am programmatischen Landesparteitag. Ich glaube, das würde unserem Programm sehr gut tun. Wenn ich es mir angucke, genau, dann steht da eigentlich nicht viel drin. Okay, zu meiner Kandidatur. Ich kandidiere nicht um der Kandidatur willen. Ich kandidiere nicht, weil ich so scharf drauf bin, Stephans Amt wegzunehmen, sondern ich kandidiere, weil ich der Meinung bin, dass ich hier eine Idee und ein Konzept im Gepäck habe, die den Landesverband Bayern weiter nach vorne bringt. dieses Konzept, ich weiß nicht, ihr könnt es auf der Bundesvorstandsseite nochmal durchlesen, beschäftigt sich mit Strukturen, mit Organisationen, mit Vertretern, politischen Sprechern und so weiter und so fort. Wenn uns eins wieder aufgefallen ist heute, als wir die Tätigkeitsberichte gehört haben, des Vorstandes, es wird sehr viel über Kommunikation gesprochen, reden alleine hilft nicht. Wir sind nicht hier, um Politik zu spielen, wir sind hier, um Politik zu machen. Wir haben einen Antrag, den finde ich sehr interessant, da geht es um eine Landesgeschäftsstelle. Wir haben in Bayern, meines Wissens nach, bisher keine Landesgeschäftsstelle. Wir sind der zweitstärkste Landesverband in Deutschland. Wir ziehen am Sonntag aller Wahrscheinlichkeit mit über neun Prozent ins Abgeordnetenhaus ein. Aber wir haben ein lückenhaftes Programm. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob das sein muss oder nicht, ob es um Kernprogramm geht oder ob man das erweitern soll. Aber ich glaube, die Diskussion haben wir schon durch. Ich sehe einige Probleme auf uns zukommen. Das möchte ich eben ändern. Einerseits möchte ich das Programm weiterentwickeln, wie angesprochen schon die Klausur anschließend am programmatischen Landesparteitag. Ich möchte die Servicegruppen, die wir haben, Gewerbemittel und man kann es auch erst Gewerbemittel nennen, das steht hier hier im Freien, Entschuldigung, mal wieder besser bestücken. Michi Wendland ist da dran, es ist unheimlich schwierig, irgendwas zu machen, weil immer, wenn jemand kommt und sagt, okay, ich mache das jetzt, kommt mit Sicherheit irgendeiner, der sagt, nee, das ist scheiße. Und dann gehen die Leute wieder. Das führt uns zum nächsten Problem. Wir haben über 2000 Mitglieder im Landesverband Bayern. Die Aktiven sind hier heute. Das sind, wenn ich mir solche angucke, 150 Leute. Wir machen die ganze Arbeit. Wir stemmen den Landesverband, wir machen die programmatischen Anträge und alles. Andere auch. Wieso? Wo sind die ganzen aktiven Mitglieder hin? Die aktiven Mitglieder sind einfach nicht verschwunden, sondern sie haben entweder gesagt, sie haben keine Lust mehr mitzuarbeiten, aufgrund dessen, dass es, wenn man mitarbeitet, immer wieder einen gibt, der kritisiert oder dass Dinge eben, na, so läuft es im Leben, kann man natürlich sagen, aber das ist schon sehr ausgeprägt bei den Piratenparteien. Ich bin der Meinung, neue Piraten werden nicht gut eingebunden. Wir haben inzwischen im Kreisverband neu ein Willkommenspaket ausgearbeitet. Das benutzt jetzt inzwischen auch der Bezirksverband Schwaben. Ich habe gehört, der Landesverband hat inzwischen auch ein Willkommenspaket. Oder soll es bekommen? Ich weiß nicht genau, da müsste Stefan was dazu sagen. Struktur muss nicht schlecht sein, aber wir brauchen so gewisse Dinge. Wenn jemand mitarbeiten will, dann muss er wissen, okay, ich gehe zu dieser Person, der sagt mir, was wir im Augenblick machen können, oder ich fange einfach selber an, was zu machen. Im Augenblick muss man sich durch Wiki-Seiten bügeln, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Es gibt Leute, die machen das, ja, und die sind heute hier. Aber die ganzen anderen Leute, die zweieinhalbtausend Leute im Landesverband, offensichtlich haben die irgendwie da keine Lust drauf. Also müssen wir da was ändern. Wir wissen nicht, wenn wir ein Problem haben oder die Presse anruft, wer ist dafür zuständig. Wir haben keine politischen Sprecher. Oftmals. Wenn ich eine AG, eine Frage stelle, dann gibt es fünf unterschiedliche Antworten. Wir müssen irgendwie eine rote Linie finden, die uns ein bisschen weiterbringt. Das nächste ist die Umstrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten ein SG-Event, wir hatten eine SG-Analyse, SG, was weiß ich, alles Mögliche. Die sind alle wieder verschwunden. Das wurde alles letztes Jahr hier gesagt, wir möchten das umstrukturieren, wir machen dieses, wir machen jenes. Es ist nichts großartig passiert, habe ich das Gefühl. Interessiert, glaube ich, auch nicht wirklich. Na gut, das Konzept, das wir entwickelt haben, sieht folgendermaßen aus. Wir müssen erst mal unterscheiden zwischen Arbeitsgemeinschaften und Servicegemeinschaften. Stellt jemand Leistung bereit oder macht eine programmatische Arbeit? AG ist die programmatische Arbeit, machen müssen einfach mal schnell Leistungen abrufen können, ob sie Werbemittel sind, ob es ein Grafiker ist, der das in Flyer draus macht oder irgendwas anderes. Wir müssen unterscheiden, ist das eine dienstleistende AG oder ist das eine programmatische AG. Das nächste, was wir gemacht haben, ist gesagt, okay, das muss ja irgendwie basisdemokratisch sein. Wir möchten aber trotzdem konkrete Ansprechpartner haben. Und das funktioniert eigentlich nur auf einem Weg. Und zwar so, wie das zum Beispiel in der Koordinatorenkonferenz funktioniert, dass die Mitglieder ihren Ansprechpartner selber wählen. Das soll nicht eingesetzt werden. Wir haben es gesehen bei der AG Presse, was passiert ist, nachdem der Presse, ein Pressesprecher, ein Chef aufs Auge gedrückt worden ist. Die Arbeit leckt brach. Es funktioniert hinten und vorne nichts mehr. Der nächste Punkt. SG's sind eigentlich, wie gesagt, eine Dienstleistungs-AG. Die gehören eigentlich zu einer Geschäftsverwaltung. Da geht es einfach mal darum, ich brauche Werbemittel, also gehe ich da hin. Ich brauche dieses, ich gehe da hin. Da geht es einfach darum, dass die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert wird. Da geht es darum, dass die Dienstleistungen bereitgestellt werden und so weiter und so fort. Wenn wir im Bundestag einziehen oder im Landtag, brauchen wir ohnehin eine Geschäftsstelle und eine Geschäftsverwaltung. Wir werden nicht daran vorbeikommen. Die Frage ist nicht, wie, sondern wann. Ich glaube, früher ist besser. Dann können wir nämlich selber mitgestalten und mitbestimmen. Das nächste, was wir uns überlegt haben, okay, programmatisch arbeitende AGs ähneln sich teilweise. Und es wäre gut, diese AGs ein bisschen einzuteilen. Zum Beispiel Bildung und Soziales. Oder Finanzen oder Ähnliches. Das führt uns aber wieder zu einem Problem, dass ganz oft andere gestellt werden, die sich ähneln. die vielleicht besser zusammengearbeitet hätten werden sollen. Dass es keine Absprachen gab, wer was wie macht. Es muss auch einfach ein bisschen, ähm, ja, so ein Antrag muss eigentlich auch bestimmten Grundsätzen genügen. Also das heißt, wenn wir, ähm, einen Antrag der AG BGE einreichen, dann muss die aber auch klipp und klar sagen, wo die Kohle herkommen soll. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einfach Arbeitskreise, in der die einzelnen AGs zugeordnet werden. Die können sich das ja auch selber suchen, beziehungsweise das wird ja überthematisch, ähm, zugeteilt. Nun gut, ähm, das war es zumindest mal von der AG Progressive Parteistruktur. Wo mich jetzt kandidiere. Ähm, ich habe mir die Probleme angeguckt, die wir im Landesverband haben, nicht nur ich alleine, ich, und es kam immer wieder zu dem Punkt, wir sind zu wenig aktive Mitglieder. Das stimmt, ähm, ich sehe da ein Riesendefizit, arbeiten zu delegieren. Ich finde, wir brauchen eine andere Struktur. Ich weiß, Piraten und Struktur, das ist, äh, das, aber irgendwas müssen wir machen. Und ich habe diese Idee ausgearbeitet, zusammen mit den Kollegen, und bin der festen Überzeugung, dass zumindest eine Einführung einer Geschäftsstelle nottäte. Ähm, das nächste ist das Volksbegehren. Das Volksbegehren hat uns sehr viel Publicity gebracht. Ich finde das eine wunderbare Aktion. Ich weiß nicht, wohin sie uns führen wird. Ich hoffe, sie führt uns zum Erfolg. Das ist eins, was, was ich weiterführen werde, genauso wie die bayernweite Glosuren. Ich möchte auch, ähm, ja, das ist alles etwas kompliziert. Manchmal kennt man sich das einfach nicht mehr aus, aber gut. Ein weiterer Punkt, ähm, um auf die Anträge zurückzukommen, sind die Formatvorlagen. Vielleicht, ähm, die Leute von euch, die sich den Entwurfkreis angeguckt haben, der Bundestag, der Landtag und alle anderen Tage, auch Kreistage, unter anderem, verwenden Formatvorlagen. Das sind immer die gleichen. Gehe hoch. Gehe hoch. Gehe hoch. Auf. Nein, nein. Noch zwei Minuten. Noch zwei Minuten, das ist ein bisschen schwierig. Du musst genau sagen, wie viel jeder bekommt. Nein, das ist gut. Wir haben das entschuldigt. Entschuldigung, wenn ich mich einmisch. Nein, du misch dich nicht ein. So. Okay, gib mir eine Zeit. Also noch, noch zwei Minuten. Ich muss den Antrag erstmal, ja. So. So, jetzt bitte ich dann erst mal, gibt es Gegenrede. So, jetzt darfst du. Naja, okay. Ähm, ja, begründete Gegenrede gegen diesen Antrag. Ich verstehe, was du meinst und ich finde es gut, aber das Problem ist, du kannst nicht hergehen und kannst dem Kandidaten einfach den Saft abdrehen. Das ist nicht nett. Ich glaube, für Simon ist jetzt klar, ähm, du wolltest, dass es aufhört. dass er zum Ende kommt und, äh, das ist nachvollziehbar. Deswegen bitte ich, diesen Geohantrag abzulehnen. Gut. Wann bitte ich jetzt zur Abstimmung, wer für diesen Geohantrag ist? Hier ist die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Das ist ein ziemlich eindeutiges Nein. Simon, du darfst weitersprechen. Danke. Ich kann dich ja verstehen, Vince, ähm, nachdem ich schon in Augsburg auf dem Kandidatentreffen drei Stunden lang doziert habe, dass es so irgendwann zu viel wird. Aber du kannst nicht von jedem erwarten, ähm, dass er a, dort war oder b, den Entwurf gelesen hat. Deswegen tut es mir ein bisschen leid, wenn das jetzt ein bisschen... Kein Problem. Gut, äh, in meinem Kandidatenprofil steht das Wesentliche. Da steht, was ich umsetzen möchte. Ich denke, ihr habt es alle gelesen. Wenn euch die Ziele, äh, sinnvoll erscheinen, dann bitte ich euch um eure Stimmen. Ansonsten, let's go. Vielen Dank. Okay. René und ich haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir zuerst beide Kandidaten sprechen lassen und die Fragen dann im Anschluss gestellt werden, weil es sind nur zwei. Das heißt, äh, Stefan, du hast das Wort. Das ist kein Geohrentrag, da bin ich dagegen. Das ist kein Geohrentrag, da bin ich dagegen. Aber es klingt gut. Es klingt wie bei den Piraten. Okay, ich muss ja sich einfach bitten, es gibt kein Geohrentrag, äh, ich kann das leider nicht zulassen. Tut mir leid. Okay. Ähm, zunächst finde ich es gut, dass es einen Gegenkandidaten gibt. Wie langweilig wäre denn eine Wahl, wenn es nur mich, äh, zur Auswahl gäbe? Danke. Es ist ein bisschen unfair, weil ich hatte schon die Gelegenheit, einiges zu sagen. Ähm, ähm, ich habe ein Rechenschaftspielicht abgelegt und, äh, konnte also schon ein bisschen was erzählen. Ich würde trotzdem ganz gern kurz und schnell, Vince, also keine Sorge, ähm, auf ein paar Punkte von, äh, Simons Kandidatur eingehen. Zum Ersten, das Konzept, ähm, ähm, es ist cool, ein Konzept zu haben. Das, ähm, ist etwas, was wir durchaus brauchen. Das Problem ist nur, mit einem Konzept alleine kommt man nicht weit. Ihr könnt validum fragen, wie das ist, wenn man ein tolles Konzept hat und es dann irgendwo hinstellt und dann macht es keiner. Das Problem bei uns ist, dass die Programmarbeit und die Politik von der Basis gemacht werden soll. Da sind wir uns doch alle einig. Ich brauche doch keinen Landesvorsitzenden, der mir erzählt, was ich in der Politik zu tun habe. Ihr entscheidet, was wir tun. Okay, ähm, zum Thema Servicegruppen. Ähm, ja, es ist ein Problem. Ähm, wir haben ein Konzept gehabt, äh, es gibt, äh, SGs, AGs, IGs und, ähm, das Ergebnis war, bitte? Richtig. AGs gibt's nicht mehr, die anderen gibt's dafür, ne? Das Ergebnis war nichts. Richtig. Das Problem ist nämlich, es hilft dir nix, wenn du Gruppen hast und Gruppierungen und Titel und Namen, wenn du keine Leute hast, die die Arbeit machen. Das heißt, wir brauchen keine Servicegruppen, wir brauchen keine AG, sondern aktive Piraten. Da hat er recht. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, aktive Mitglieder. Ja, es ist ein Problem. Wir sind im Augenblick definitiv weniger aktive Mitglieder als 2009. Ich kann aber inzwischen, glaube ich, sagen, woran das liegt. Wir haben im Augenblick keinen Wahlkampf und die meisten von uns interpretieren Politik oder Parteiarbeit halt mit Wahlkampf machen, Infostände machen, auf die Straße gehen, aktiv werden. Das machen die meisten Piraten. Das, was wir jetzt im Augenblick tun, hey, das ist dröge Satzungsarbeit, das ist irgendwelche Termine, irgendwelche Telcos, irgendwelche Organisationen, was kein Schwein interessiert, was wirklich langweilig ist, was einfach nur Arbeit ist. Und deswegen ist es normal, dass wir jetzt weniger sind. Ihr werdet aber sehen, 2013, wenn es angeht, die ersten Plakate aufzuhängen, dann werden wir wieder genau in der Stärke oder noch mehr sein, als wir 2009 waren. Also überhaupt kein Problem. Dann wurde angemerkt, dass wir keine Landesgeschäftsstelle haben. Hey, die Leute, die den Rechenschaftsbericht kontrolliert haben, also unsere Kassen- und Rechnungsprüfer, die hätten uns zerlegt, wenn wir eine Landesgeschäftsstelle gehabt hätten, die im Monat 500 oder 1000 Euro kostet. Und für unter 500 Euro kriegst du in München gar nichts. Das heißt, wir haben schlicht und ergreifend keine Kohle. Richtig, in der Satzung steht drin, die Landesgeschäftsstelle ist in München. Und wenn du was sagen willst, gehst du ans Mikro. So. Also. Und ich bin inzwischen sogar so weit, dass ich sage, ja, wir brauchen eine Landesgeschäftsstelle, weil, er hat nämlich recht, wir können die Verwaltung einer Partei in der Größe, wie wir sie sind und wie wir sie werden in den nächsten Monaten und Jahren nicht von zu Hause vom Wohnzimmertisch ausführen. Das heißt, wir werden eine Landesgeschäftsstelle machen müssen. Wir müssen also die Kohle irgendwie dafür auftreiben. Und wir müssen uns deswegen auch mit den Bezirken nochmal drüber unterhalten, wie wir das organisieren. Und der Bezirk Oberbayern weiß das schon, die anderen Bezirke werden irgendwie auch eine Lösung finden müssen, damit einfach klar ist, das Ding muss her. Von daher, ich stimme dem ja zu. Nur bislang gab es keine Basis dafür. Und ohne die Kohle zu haben, würde ich einen solchen Beschluss nicht mittragen. So, und jetzt kommt der letzte Entscheidepunkt und dann bin ich fertig. Ich hoffe, ich liege noch in der Zeit, in eurer gefühlten Zeit. Die Presseliste. Ja, die bayerische Presseliste ist jämmerlich. Die ist so jämmerlich, dass ich inzwischen mehrfach überlegt habe, sie einfach abzubestellen. Weil, wozu sollte ich eine Presseliste lesen, wo nichts drüber geht. Ich lese die Presseliste von Baden-Württemberg und von Thüringen mit. Ich lese die vom Bund mit, weil ich wissen muss, was die anderen so treiben. Das ist einfach sinnvoll. Bei denen laufen am Tag mehr E-Mails als bei uns im ganzen Monat. So, und jetzt kann man natürlich sagen, richtig, weil da sind nämlich der Vorsitzende und der politische Geschäftsführer, die auf dieser Liste aktiv sind und deswegen macht es keinen Spaß, da mitzuarbeiten. Das ist aber ein bisschen einfach. Es ist unser Job, diese Liste zu bearbeiten. Es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass wir nach außen wahrnehmbar sind. Und ich finde es nicht sonderlich fair, sich dann hinzustellen und zu sagen, weil die da sind, geht sonst kein anderer hin. Im Gegenteil. Spencer, hör auf. Aber ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte an euch alle, die jetzt hier seid. Helft uns. Der Landesvorstand ist nicht in der Lage, die politische Arbeit in Bayern alleine zu machen. Wir brauchen Hilfe. Wenn ihr der Meinung seid, hey, ich kann Texte schreiben oder ich kann sie korrigieren, dann kommt und kommt da rein. Lasst uns eine neue Presseliste machen mit einem neuen Team und lasst uns einfach neu anfangen, weil so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Okay, das war mein Statement zu meiner Kandidatur. Es war jetzt vielleicht keine der üblichen, hey, ich kann alles besser und ich bin der tollste Kandidaturrede. Wenn ihr der Meinung seid, dass Simon der Richtige ist, dann wählt ihn. Das ist so in der Demokratie üblich. Und wenn ihr glaubt, dass ich meinen Job gut gemacht habe und mir zutraut, dass ich es noch ein Jahr gut mache, ich kann euch einzusprechen, ich werde nicht weniger tun als die letzten zwölf Monate und ich werde es nicht anders tun als die letzten zwölf Monate. Danke. So, jetzt würde ich jetzt ganz kurz bitte noch dem Wahlleiter das Wort geben. Okay, ich habe jetzt nur kurz die Frage, möchte noch jemand kandidieren? Dann bitte jetzt nach vorne kommen. Wenn keiner weiter kandidieren möchte, dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Ich stelle jetzt die erste Frage gleich und zwar an Simon. Ich bin so frei, ich nehme das recht raus. Möchtest du kurz erwidern? Ich möchte noch kurz etwas erwidern. Du hast Tietje darum gebeten, nach mir reden zu dürfen. Ich habe dem zugestimmt. Ich finde es aber politisch schlechten Stil, dir genau die Punkte rauszuschreiben, die in meinem Kandidaturprofil stehen, nur auf die einzubaschen. Also wenn das deine Punkte sind, mit denen du ja kandidierst, das war meine Stimme, das ist ein Recht. Okay, danke. Nein, ich bin versammelt, leider nicht du, auch wenn du das Mikro hast. Nein, das war eine Frage. Nein, ich habe ihn gefragt. So, jetzt aber möchte ich alle Fragenden bitten, sich am Mikro aufzureihen, einen nach dem anderen. Ihr könnt Fragen an beide Kandidaten stellen, ihr könnt auch Fragen speziell an einen Kandidaten stellen. Alex fängt an, bitte. Ich habe eine Frage für Simon. Simon, wenn es mit dem Vorsitzenden nicht klappt, stellst du dich dann noch für den Stellvertreter auf oder für einen anderen Posten? Das kommt darauf an, inwieweit ich die Möglichkeit sehe, das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Der Stellvertreter wird gleich danach gewählt, also du musst es jetzt gleich wissen. Ich wurde ja auch zum Stellvertreter vorgeschlagen. Ich möchte mir aber noch die fünf Minuten, die mir noch bleiben, Bedenkzeiten bitten. Okay. Ich habe etwas. Simon, du sagst, du möchtest mehr Strukturen, um irgendwie Neumitglieder die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Warst du schon mal am Infostand? Bist du regelmäßig am Stammtisch? Hast du da schon mal tatsächlich mit Neumitgliedern geredet? Weil ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man die Leute da einbindet, dass man sie nicht mit irgendwas überfordert, was noch mehr Strukturen sind. Was bei uns auch, glaube ich, auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn jemand arbeiten möchte, das merke ich auch immer, ich habe CSD gemacht in München, dann kriegt man auch die Unterstützung, die man braucht, kriegt man auch, man findet auch Leute. Das heißt, ich sehe die Neumitglieder mehr wirklich dann am Infostand mit den Leuten reden und mehr wirklich am Stammtisch auch mit den Leuten persönlich arbeiten. Also bist du da auch wirklich drin? Also wir haben einen... Ich bitte, dass die Fragen möglichst als Frage zuhalten und nicht als Statement zu missbrauchen. Danke. Jetzt. Ja, ich bin regelmäßig am Stammtisch und ja, ich mache regelmäßig bei Infoveranstaltungen mit, bin also auch auf der Straße unterwegs und werbe für uns. Was ich oftmals erlebe bei uns im Kreisverband mit Neumitgliedern ist folgendes. Sie kommen, sie interessieren sich, wollen mitarbeiten, wissen dann aber nicht genau, wissen nicht genau, wohin. Gut so? Okay, also. Deswegen haben wir das Willkommenspaket entwickelt. Da geht es nicht darum, irgendwie irgendwas ins Auge zu drücken, sondern geht es darum zu sagen, okay, wir haben diese AGs, wir beschäftigen uns mit diesen Themen. Wenn du mitarbeiten wirst, dann geh doch bitte zu der Person oder melde dich auf dieser Mählingliste an. Ich weiß nicht, inwiefern du das Willkommenspaket schon gesehen hast, aber ich finde, das ist eine sehr gute Aktion, um Neumitgliedern den Einstieg in die Parteiarbeit zu erleichtern. Das hat uns bisher gefehlt. Das wäre meine nächste Frage. Ich habe von dem Willkommenspaket noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wer sonst hier. Braucht es unbedingt mehr Strukturen, um dieses Willkommenspaket, das man ja fertig zusammengestellt hat, auch mal dem Landesverband vorzustellen? Das Willkommenspaket liegt meines Wissens nach bereits dem Landesvorstand vor. Zumindest wurde mir das so zugetragen. Unter anderem verwendet ja auch der Bezirksverband Schwaben dieses Willkommenspaket inzwischen. Noch eine Frage. Was für Erfahrungen hast du mit Presse? Ich habe jahrelang für diverse ehrenamtliche Clubs, in denen ich Mitglied war, die Pressearbeit gemacht. Ich habe für die Neumit-Zeitung gearbeitet. Ich habe für die Ulmer Zeitung, die Südwestpresse gearbeitet. Ich habe mich intensiv mit Pressearbeit beschäftigt, als ich für Ekin Deli Götz in Berlin gearbeitet habe. Also ich denke, das ist schon ein bisschen was. Das heißt, du bist auch bereit, dann Interviews und sowas zu geben und alles? Ich sehe da kein Problem. Ja, ich hätte auch nochmal eine Frage an Simon. Und zwar zum Thema, du meintest, dass du die SGs und so weiter neu strukturieren willst und dass da mangelhafte Strukturen vorhanden wären. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie du das irgendwie verbessern willst, weil der Stefan hat wirklich um jedes einzelne aktive Mitglied gekämpft, der hat bei den Leuten angerufen. Möchtest du dann zu den Leuten persönlich hinfahren und sagen, hey, ja okay, das hat Stefan sogar teilweise auch noch gemacht, aber wie möchtest du die Leute aktivieren, weil ich sehe es eher nicht an den Strukturen, sondern dass es an den Leuten einfach fehlt. Und wenn jemand einfach momentan frustriert ist, dann sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man das irgendwie durch bessere Strukturen in Anführungsstrichen verändern kann. Was möchtest du da besser machen wie der Stefan? Ich würde erstmal anfangen, was zu tun. Also ich meine damit nicht, dass Stefan nichts getan hätte, aber ich bezogen auf die Struktur. Ich bin der Meinung, dass Strukturen, das Arbeiten wesentlich erleichtern. Das heißt, wenn ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich weiß, wer mein Ansprechpartner ist und wenn ich weiß, welche Arbeit getan werden muss, ist es mir leichter, mich zu beteiligen. Das haben wir im Augenblick nicht. Wir haben im Augenblick eine Struktur, die aus einem, ich weiß nicht, gewachsenen Chaos entstanden ist. Ich finde, die ist durchaus verbesserungswürdig. Das, was wir da entworfen haben, ist nicht das Beste, das ist auch nicht genau das Ding, das wir brauchen, aber es ist etwas, wo wir anfangen können, daran zu arbeiten, wo wir es verbessern können und vielleicht am Ende was rausbekommen, das uns hilft, im Alltagsgeschäft einfach ein bisschen stressfreier durchs Leben zu gehen, innerhalb der Parteiarbeit. Stefan, jetzt hast du fast schon nicht mehr geglaubt, dass du eine Frage bekommst. Du sprachst von deiner Überzeugung, dass passive Mitglieder schon wieder aktiv werden, wenn der Wahlkampf beginnt. Hast du einen Plan B, falls diese Überzeugung, die du hast, falsch sein sollte, falls du dich ehrst, falls es schwer wird, Mitglieder wieder zu gewinnen, die sagen, ach ja, da war ja was 2009, jetzt ist aber 2013? Nein, weil der Plan B würde ja bedeuten, ich erfinde Mitglieder und da ist die Linke schon böse auf die Nase gefallen. Entschuldigung, ja, ich habe natürlich nicht vor zu sagen, hey, wir haben 2600 Mitglieder, davon haben die Hälfte bezahlt, die andere Hälfte zahlt vielleicht noch, das reicht ja erstmal für eine vernünftige Basis. Mir ist völlig klar, dass wir mehr werden müssen. Jedes weitere Mitglied erhöht das Gewicht der Partei und erst als wir 12.000 Mitglieder waren, hat die Konkurrenz angefangen, uns ernst zu nehmen und jedes weitere Mitglied hilft da. Das heißt, mir ist völlig klar, dass wir neue Mitglieder brauchen. Nur, das Ziel kann nicht sein zu sagen, hey, wen interessieren die alten Mitglieder, die jetzt zu Hause sitzen und demotiviert sind, lass uns lieber neue suchen. Wir dürfen beides nicht aus den Augen verlieren. Also, ja, wir brauchen neue Mitglieder, ganz klar, aber die kriegst du nur durch Aktionen, die kriegst du nur, wenn du auf der Straße bist. Wir waren gestern, ich war gestern in Landshut bei einer Veranstaltung wegen des Erfolgsbegehrens und wir sind danach in die Fußgängerzone gegangen und haben Unterschriften gegen diese Studiengebühr gesammelt. Und da kommen Leute, die finden es cool, dass wir das machen. Und wir werden in Zukunft hergehen und werden jedem von uns eine kleine Karte in die Hand drücken, wo nochmal die Internetadresse dieses Volksbegehrens drauf ist, damit die wissen, wem sie ihre Unterschrift gegeben haben. Und wir werden auf die Art und Weise auch versuchen, mehr zu werden, weil es ein Thema ist, das die Leute interessiert. Nur so werden wir mehr Mitglieder. Genau, das wollte ich hören. Vielen Dank. Gerne. Okay, also neben vielen, was ich als Kritik sicherlich bringen könnte und was sicherlich nicht alles aus den Haaren beigezogen ist. Wir haben ja jetzt erlebt, dass die Werbemittelpresse, dass das jetzt alles nicht mehr funktioniert und dass auch Programmentwicklungen nicht wirklich stattgefunden hat und dass wir auch nicht wirklich jetzt irgendwie mal eine Klausurtagung hatten, wo wir was erarbeiten können. Das ist das Ergebnis meiner Frage ist jetzt, wenn du sagst, du willst das nächsten Zweifel heute genauso wieder machen, dann stehen wir in einem Jahr genau da, wo wir jetzt stehen. Aber wir haben aber einen Wahlkampf vorzubereiten. Wie stellst du dir das vor? Okay. Erster Punkt. Wer glaubst du hat die Tiersalys eingeladen, nach Neumarkt zu kommen, um dort das Wahlkampf-Auftakttreffen für Bayern vorzubereiten? Gut. Ich kann dir die Frage beantworten. Ich habe mich darum gekümmert, dass dieses Treffen stattgefunden hat. Ich habe dafür, ich habe darum gekämpft, dass der Wahlkampf jetzt losgeht. Das heißt, ich werde nicht mich jetzt zurücklehnen und sagen, ich mache nichts, weil ich habe das die letzten zwölf Monate auch gemacht, sondern ich werde genauso, wie ich bislang gekämpft habe, weiter kämpfen. Und das, was ich gemacht habe, war eine ganze Menge. Ja, wer macht dir dann die Werbemittel? Weil wir haben ja jetzt niemanden, der Werbemittel macht. Okay, Spencer. Ja, aber das ist ein Fakt. Wir haben niemanden, der uns Wahlkampfmittel macht. Und du hast es gut geschafft, das auch zu verhindern, weil du nicht in der Lage warst, Kompetenzen abzugeben. Und wie soll das besser werden? Das Problem meiner Meinung nach in den beiden AGs, die es nicht mehr gibt, ist, dass Häuptige da waren, die nicht in der Lage waren, zu sagen, wir lassen euch machen, die alles mitbestimmen wollen. Ja, ich weiß, das ist jetzt deine Aufgabe, wir sind keine Führerpartei, wir sind eine basisdemokratische Partei. Da hat die Basis auch außerhalb der Waren mitzuregen. Spencer, die Frage kam an, ich bitte, dieses lange Statement zu unterlassen oder Fragen zu beschränken. Danke. Ja, aber ich glaube, ich würde trotzdem kurz darauf antworten. Und zwar, ja, wir sind basisdemokratisch. Das bedeutet, dass bei uns die Basis Mitsprache recht hat, dass die Basis entscheidet, was passiert. Das bedeutet aber nicht, und das ist das Entscheidende, was manche nicht verstehen, das bedeutet nicht, dass zwischen zwei Parteitagen fünf Leute sagen können, hey, wir machen Presse und kein anderer darf sich damit einmischen. Und wenn jemand anders eine andere Meinung hat, wird er niedergeredet. Das funktioniert nämlich nicht. Das ist nicht basisdemokratisch, das ist Bullshit. Doch, genau das ist passiert. Wenn, wenn, ich verstehe das Konzept von Demokratie, glaube ich, falsch. Es ist doch so, wir wählen zwischen zwei Bundesparteitagen einen Bundesvorstand. Warum? Damit wir im Zweifel jemanden haben, der die Entscheidungen trifft, die in unser aller Interesse sind zwischen diesen zwölf Monaten, bis wir uns das nächste Mal treffen. Und wir machen das deswegen, damit nicht zwei oder drei Hyperaktive hergehen und ab sofort die Partei übernehmen bis zum nächsten Bundesparteitag und sich nicht mal dafür rechtfertigen müssen. Ich hatte vorgestern ein interessantes Telefonat von jemandem, der wirklich viel macht, der sehr, sehr aktiv ist und der es witzig fand, dass er keinen Rechenschaftsbericht ablegen muss. Das ist auch in Ordnung so. Aber, wenn ich dem sage, pass auf, das können wir nicht machen, weil es uncool ist, dann hört er drauf. Und das ist das Entscheidende. Dann braucht er keinen Rechenschaftsbericht ab. Aber, Spencer, wenn wir nicht miteinander arbeiten können, dann macht es keinen Sinn. Dann muss es einer von uns beiden machen. Meine Frage geht an Simon. Und zwar, du hast gerade eben gesehen, es gibt eine Struktur für Programmentwicklung von Validom, die eingebracht wurde. Es ist trotzdem nur quasi zwei Anträge, zwei Programmanträge auf Privatinitiative ohne AGs und sonst was gekommen. Das heißt, aus der Struktur kam 0%. Willst du wirklich die Piratenpartei auf 0% zurückfahren? Und dann die zweite Frage. Bitte antworte oder nimm doch mal kurz Stellung zu deinem Vergleich bezüglich der Größe Piratenpartei und Grüne, den du in der Einleitung deines Strukturentwurfs verwendet hast. Ich tue mir schwer, die erste Frage zu verstehen. Deswegen gehe ich jetzt mal dazu über, die zweite zu beantworten. Aber du kannst dir erst so lange eine neue Formulierung überlegen und vielleicht bin ich dann in der Lage, sie zu beantworten. Also, ja, ich gehe, die Grünen und die Piraten sind sich ähnlich dahingehend, dass die Piratenpartei A, die Partei ist, die nach den Grünen als nächstes kommt. Sie ist ungefähr ein Fünftel so groß. Sie sind aber trotzdem sehr wenige Leute, die programmatisch arbeiten, auch im Bundestag, im Landtag. Es ist meistens, naja, es ist die FDP, aber normalerweise die Grünen immer die kleinste Partei. Und ich finde, dass die sich ein paar Sachen überlegt haben, wie man diese Arbeit gestaltet, die gar nicht so schlecht sind. Und deswegen habe ich die Grünen als Vergleich für den Entwurf herangezogen. Ich reformuliere mal meine erste Frage. Und zwar, am aktuellen Beispiel siehst du, dass zwei Anträge auf private Initiative eingereicht wurden. Aus einer Programmentwicklungsstruktur, die einstimmig am letzten Landesparteitag beschlossen wurde, ist leider kein Antrag hervorgegangen. Du willst noch mehr Struktur, wenn ich dich richtig verstehe. Kommt dadurch also quasi noch weniger oder negative Anzahlen von Anträgen raus? Oder wie soll ich das verstehen? Wo willst du hin? Du hast ja den Entwurf gelesen. Dort steht am Ende des Entwurfs irgendwann, dass wir dann einen Riesen, einen Quantensprung habe ich glaube ich sogar geschrieben, an Qualität und Quantität bringen. Ich bin der Meinung, dass wenn wir Formatvorlagen verwenden, das schon mal einüben für den Landtag, für den Bundestag, dieses Prozedere schon mal verinnerlicht haben, dass wir dann auch anstandige Anträge zustande bekommen. Ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, dass die einzelnen AGs sich untereinander abstimmen und dass wir dadurch dann auch mehr, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen befruchten und dadurch durch diese Struktur, diese basisdemokratische Struktur, auch mehr programmatische Arbeit geleistet wird. Und ich hoffe natürlich, dass das auch in mehr Anträgen endet. Ich habe aber auch kein Allheilmittel. Aber ich habe eine Idee, wie man es anders macht, als die letzten zwölf Monate. Herr Simon, ich habe dich leider vorher noch nicht kennengelernt. Das wird mich auch leider daran hindern, mir ein Kreuz aus den Fingern zu leiern, was auf deinen Namen denn steht. Trotzdem finde ich es toll, dass wir als junge Partei neue Leute auch oben auf der Bühne stehen haben, die kandidieren zu solchen Vorsitzthemen oder für den Vorstand generell. Prinzipiell würde ich dich bitten, auch für andere Positionen dir zu überlegen, zu kandidieren. Mein Thema, weshalb ich Angst habe, dich zu wählen, ich sage es ganz direkt, ist einfach, ich möchte nicht, dass wir irgendeine Krautler-Partei wieder werden, wo jedes Jahr wieder ein neuer Vorsitzender dabei ist, den keiner kennt, der sich mal kurz aufstellen lässt und sagt, entweder ich bin Vorsitzender oder ich bin gar nichts. Wir müssen auch irgendwo eine Kontinuität reinbringen. Ob uns das gefällt, ob uns der Vorsitzende oder der Vorstand als solches in Summe gefällt, das ist in dem Moment zweitrangig. Und ich denke, wir haben einen Validum gehabt bei uns im Vorstand, der wollte das Thema gerade inhaltlich auch voranbringen. Ich denke, beim Validum ist auch sehr viel Frustpotenzial dazu gekommen, weshalb er auch nicht noch mal kandidiert, neben der Familie. Und es würde mich freuen, wenn jemand Neues das Thema übernimmt und auch die inhaltlichen Themen wieder vorantreibt und nicht nur die Kilometerangaben auf dem Tacho. Okay, war das eine Frage? Ich stelle fest, das war wieder mal keine Frage. Ich würde bitten, eine Frage anzuschließen. Danke. Daran anschließend, in welchem Bezirksverband bist du? Ich bin im Bezirksverband Schwaben. Würdest du da auch in den Vorsatz kandidieren? Die haben dort sehr, sehr gute Leute. Das gibt keinen Grund für den Vorsatz oder für den Vorstand, in den Bezirksverband zu kandidieren. Okay, damit stelle ich fest, dass niemand... Jetzt aber schnell, ja. Also ihr redet immer von den Bezirken. Bei den Statements kurz, wie stellt ihr euch zukünftig... Also du stellst ein bisschen länger dabei, die Zusammenarbeit mit Bezirken vor. Und wieso nie läuft das? Also letztes Jahr waren kein Vorstandsmitglied in einer einzigen Mannbesitzung im Bezirksverband Schwaben zum Beispiel. Soll ich als erstes? Okay, ja, ich habe schon angesprochen, die landesweite Klausur. Ich glaube, die gibt auch die Möglichkeit, dass sich die einzelnen Bezirksvorstände im realen Leben treffen können. Ich finde, es ist ein sehr gutes Tool, sich auch in Mannbesitzungen zu treffen. Aber ich glaube, nichts ersetzt Treffen im realen Leben. Und dafür sind diese Klausuren perfekt geeignet. Okay, kurze Frage. Wer von euch ist in einem Bezirksvorstand aktuell Mitglied? Also im Vorstand? Okay, wer von euch kennt mich nicht? Danke. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Nein, das Entscheidende ist einfach, ich habe versucht, überall dabei zu sein. Ich habe versucht, hinzukommen. Und ja, ich war in den Mumble-Sitzungen von Schwaben, tatsächlich glaube ich nicht. Ich war in Niederbayern in den Telcos ab und an. Ich war in Mittelfranken bei der Real-Life-Sitzung zweimal, glaube ich. Ich war in Oberpfalz zweimal. Hey, das schaffst du nicht. Ich habe irgendwie 160 Termine die letzten zwölf Monate gehabt und irgendwo ist dann einfach Ende. Das geht nicht. Okay, nein. Stopp, stopp. Meine Antwort. Meine Antwort ist ganz einfach. Das schaffst du nicht. Das muss von unten nach oben gehen. Du kannst von Tiersalis nicht erwarten, dass er in jedem Landesverband, in jeder Sitzung immer wieder mal dabei ist. Das ist einfach nicht machbar. Das geht nicht. Ich muss nur kurz was sagen. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt... Bei uns funktioniert es super. Mir geht es nur darum, einmal kurz Hallo zu sagen. Wir haben jede Woche in Schwaben Sitzungen. Einen Mittwoch kann man investieren, eine halbe Stunde. Ich stelle fest, das ist keine Frage. Richtig. Gut. Okay, danke. Okay. Ich kann jetzt feststellen, dass die Fragerunde beendet ist. Es ist niemand mehr am Mikro. Ich danke den beiden Kandidaten und übergebe das Wort an den Wahlleiter. Dankeschön. So. Noch ein letztes Mal die Frage. Möchte noch jemand für das Amt des Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern kandidieren? Gut, dann schließe ich hiermit offiziell. Und dann schließe ich hier die Kandidatenliste. Auf dem Leinwandbild seht ihr das Wahlverfahren. Wir wählen hoffentlich inzwischen allen bekannten Approval Voting. Das heißt, ihr habt bis zu zwei Stimmen. Die Wahlurnen werden sich in... Deswegen bitte ich kurz mal die Wahlhelfer noch an die Bühne. Die Wahlurnen werden sich da hinten am Eingang und hier vorne an der Bühne aufstellen. Und ich bitte euch möglichst, also wir haben genau zwei, 50-50 nach vorne und hinten zu gehen. Genau. Gibt es noch Fragen zum Wahlablauf? Gut, okay. Wenn es keine Fragen gibt, dann werden sich jetzt die Wahlhelfer Aufstellung nehmen und dann werde ich den Wahlgang eröffnen. Dann bitte ich kurz um Ton. Dankeschön. Dann bitte ich kurz um eure Aufmerksamkeit. Wir haben uns entschieden, die Auszählpausen zu nutzen, um ein paar Leute sprechen zu lassen, die jetzt sprechen können, damit wir nicht jetzt eine Wahl nach der anderen quasi so untereinander schachteln. Das ist immer ein bisschen unübersichtlich. So. Die erste, die sich gemeldet hatte, die was sagen wollte, war Astrid. Astrid wird uns jetzt was über die Vertrauenspiraten erzählen, wenn ich das richtig sehe. Also bitte ich um Aufmerksamkeit und ein bisschen Ruhe, damit Astrid jetzt ein paar Worte sagen kann. Danke. So, schönen guten Tag erstmal. Meine Güte, blende das. Ja, Vertrauenspiraten. Erstmal, hallo. Ich bin Astrid Steinmann. Ich bin einer von zwei Vertrauenspiraten hier im Landesverband. Wir haben noch einen, der ist heute leider nicht da, das ist der Alexander Petrovic. Der Landesvorstand, der vorherige Landesvorstand, hatte sich überlegt, Vertrauenspiraten einzusetzen, wenn man das so sagen möchte, um im Vorfeld schon mal, wenn es Streitigkeiten gibt oder wenn es Missverständnisse gibt, jemanden zu haben, der nicht gleich Schiedsgericht ist. Prinzipiell gesehen, ja, ist es einfach so, wenn zwei Piraten sich nicht miteinander verstehen, nicht miteinander reden können, das ist dann der Zeitpunkt, zu dem die Vertrauenspiraten eigentlich angesprochen werden sollten. Unser Job ist es also jetzt nicht, zu sagen, du hast recht und du hast nicht recht, das darf das Schiedsgericht machen, sondern wir können angesprochen werden, wenn jemand einfach nicht mehr weiß, wie er mit einem anderen kommunizieren soll, wie er mit dem anderen zurechtkommen soll, wie er seine Message rüberkriegen soll an einen anderen. Da können wir entweder sagen, wir beraten bezüglich der Gesprächsführung, lassen uns beschreiben, wie das Gespräch bisher gelaufen ist, können da vielleicht heiße Tipps geben, wie man es vielleicht besser machen kann, oder aber eben als Moderatoren mit den beiden streitenden Parteien an einem Tisch sitzen oder in einer Telco und dabei helfen, Schwierigkeiten, die man miteinander hat, zu lösen. Ich wollte es euch nochmal eben etwas expliziter vorstellen, dafür, dass ihr wirklich wisst, dass wir da sind, dass wir für euch da sind und dass ihr dann auch, wenn irgendwas ist, wirklich kommt und euch bei uns rührt. Hat irgendjemand Fragen? Wie läuft das ab? Ganz einfach, schreibst eine Mail oder rufst an, je nachdem und all danach, welche Kommunikationsmedien du hast. Es gibt im Wiki eine Seite zu den Vertrauenspiraten. Technik? Florenz, kannst du mal gucken, ob du die Vertrauenspiraten-Wiki-Seite an die Wand werfen kannst? Nimm Google. Wenn ich im Piraten-Wiki was suche, ich suche immer über Google. Also prinzipiell, um deine Frage jetzt zu beantworten. Am besten schreibst du eine Mail, schilderst kurz das Problem, vielleicht gibst du dann auch am besten deine Telefonnummer mit an, dass man dich anrufen kann und dann telefonieren wir uns auf jeden Fall erstmal zusammen und besprechen das. Also ich hatte es durchaus schon, dass ich Leute hatte, die so aufgeregt waren, dass ich den Hörer erstmal hier hingehalten habe und ganz gepflegt verstanden habe, was mir der Mensch dann kommunizieren wollte. Ich bin nicht böse, wenn man mich anschreit und ich nehme es dann auch nicht persönlich, weil wenn die Emotionen dann hochkochen, dann ist das nun mal so und dann darf man sich das bei mir auch ganz gerne mal abtoben und dann hinterher, wenn man den Frust abgelassen hat, vielleicht etwas besser wieder drüber reden. Florenz findet die Seite nicht. Soviel zum Thema Suchs im Wiki. Die Telefonnummer jetzt nicht so gerne, aber die E-Mail-Adresse ist relativ einfach. Das ist astrid.steinmann. Das steht dann hier. at piratenpartei-bayern.de Da solltet ihr eigentlich immer Kontakt zu mir kriegen. Und wenn es mal nicht funktioniert, ich schreibe hier und da auch mal auf Mailinglisten. Da ist noch eine andere Mail-Adresse vorhanden. Die könnt ihr auch nehmen. Also prinzipiell gesehen. Ich habe auch einen Twitter-Account, der heißt Pirat Esmeralda in einem Wort weg. Man kann mich also auch durchaus antwittern. Also Florenz, keine Chance? Das Wiki läuft nicht. Öfter mal was Neues. Hat sonst noch jemand Fragen dazu? Weil ganz ehrlich, hier ist es warm und es blendet. Danke. Ja, wie gesagt, hier ist es warm und es blendet. Und eigentlich möchte ich gerne wieder von dieser Bühne runter. Also wer sonst noch persönliche Fragen zu dem Thema hat oder mich kurz ansprechen will, ich bin ja da, irgendwo schwebe ich rum. Und wenn man mich hier drin nicht sieht, dann bin ich am Rauchen. Okay. Tschüss dann. Danke. Eine Sekunde bitte. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Ausstellung noch dauert, aber nachdem wir noch ein bisschen Zeit haben. Okay, also wer das eben noch vermisst hat, sieht das hier. Noch eine kurze Rede jetzt von Michael Renner, der erzählt uns noch ein bisschen was über die Flaschenpost. Danke. Herr Klaus Müller hat die bayerische Piraten-Hardware erwähnt, erwähnt auch die Flaschenpost. Es gibt ja insgesamt drei Piraten-Publikationen. Das eine ist die Piratenzeitung. Sie ist nicht wirklich eine Publikation der Piratenpartei, aber doch sehr piratennah als Printmedium. Das zweite ist der KAPA-Brief, eine ganz tolle Idee als Wahlkampfzeitung, günstig produziert. Richtet sich eher auf den Wähler aus mit Informationen über die Piratenpartei, warum es toll ist, uns zu wählen. Das dritte und die älteste Publikation von allen ist die Flaschenpost. Die Flaschenpost erscheint rein online und als E-Mail-Newsletter. Es sind Informationen von Piraten für Piraten. Es geht um Aktionen, die geplant sind oder um Aktionen, die stattfanden. Oft inzwischen jetzt auch mit Foto, mit wirklich professionellem Foto. Die Artikel werden aufwendig geschrieben. Die Lektoren gehen darüber, damit sie es auch gut liest. Es sind Themen, die Piraten bewegen. Es gibt auch ein Podcast-Format, ungefähr einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Man kann kommentieren, wer mitlesen möchte oder auch mitschreiben möchte, mitdiskutieren möchte, auch mit den Autoren selbst, die die Artikel schreiben. Das ist im Kommentar möglich. Wer spenden möchte für die Artikel, wenn jemand sagt, das hat mir jetzt gut gefallen oder ich möchte die Flaschenpost unterstützen, ist das per Flatter möglich. Und das Interessanteste ganz zum Schluss, die URL in einem Piratenumfeld. Die meisten haben Notebooks vor sich stehen und können es direkt jetzt in den Browser eingeben. Die URL lautet flaschenpost.piratenpartei.de Wir freuen uns auf weitere Leser. Danke. So, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir warten jetzt einfach kurz, bis die Auszählung beendet ist. Jetzt habt ihr eine kurze Gelegenheit, Zigarette zu rauchen oder mal auf Toilette zu gehen. Ich unterbreche die Versammlung jetzt so bis zum Ende der Auszählung. Also, liebe Piraten in Bayern, wir haben einen neuen Landesvorsitzenden. Wir haben zwar ein kleines technisches Problem gehabt. Wir haben 108 abgegebene Stimmen bei 107 akkreditierten Piraten. Das Ergebnis ist aber so eindeutig, dass es keine Neuwahl erfordert. Ich habe mir das gerade von mehreren Satzungsnerds bestätigen lassen. Von dem noch nicht. Also, auf den Simon entfielen 23 Stimmen. Auf Stefan 88. Kann mal jemand das Seilmikrofon aufmachen? Ich frage den Stefan jetzt, nimmst du die Wahl an? Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Wahl an. Ich hoffe, die Pause ist einigermaßen gut rübergebracht. Ich sehe noch ein paar leere Sitze. Aber ich denke, wir können schon mal mit der Vorstellung der nächsten Kandidaten anfangen. Dann kommen wir jetzt zum Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Ich bitte die Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitzenden auf die Bühne. Ich habe einen Eintrag im Wiki. Ah, da ist er. Okay. So, noch jemand, der für den stellvertretenden Vorsitzenden kandidieren möchte. Okay. Wenn man nach der Wiki-Reihenfolge gehen, hat jetzt Martin zuerst das Wort. Und danach darf Simon nochmal. Ja, Servus zusammen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Martin Kraus. Ich bin zurzeit noch Vorsitzender des Bezirksverbandes Oberbayern. Und ich kandidiere aus folgenden Gründen. Zum einen möchte ich politisch mehr ändern, als es mir auf der Bezirksebene bisher möglich ist. Das ist für mich der Hauptgrund, weswegen ich mich für den Landesvorstand beworben habe. Und der andere Grund ist auch, dass ich angesprochen worden bin von mehreren Piraten, die ich sehr schätze. Das sind so die Gründe, warum ich mich bewerbe. Was möchte ich machen als stellvertretender Vorsitzender? Ich habe ja im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr als Vorsitzender des Bezirksverbandes, beziehungsweise davor war ich stellvertretender Vorsitzender, einiges an Bezirkspolitik bereits mitbekommen. Ich kenne da auch teilweise die Spannungen, die da auftauchen zwischen Bezirkspolitik und Landespolitik. Und möchte da ein wenig nach innen wirken. Einerseits ist es so, dass gerade eben manche Bezirke sich überfahren fühlen, manchmal vom Landesverband oder dort auch nicht wirklich mitbekommen, was abgeht. Und die nächste Sache ist die, dass es aber auch umgekehrt anscheinend so ist, dass das, was die Bezirke machen, im Landesvorstand nicht richtig wahrgenommen wird. Was ich gerne machen würde, wäre A, zum einen mehr Face-to-Face-Vorstandssitzungen. Wenigstens, gut, wir sind dann über Bayern verteilt, also denke ich mal, ist alle sechs bis acht Wochen da auf alle Fälle realistisch. Mehr Face-to-Face und die bitte schön auch verteilt. Und zwar verteilt auf die Bezirke, sodass man zumindest mal in jedem einzelnen Bezirk eine Vorstandssitzung hat, wo auch die dortigen Bezirksmitglieder, ob sie im Vorstand sitzen oder ob sie Basispiraten sind, dort die Möglichkeit haben, direkten Einfluss auf den Vorstand und die Vorstandsarbeit zu haben. Das wäre eines der Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, dass wir dort weiter vorankommen. Die nächste Sache ist die, dass ich schlicht und einfach den Vorsitzenden unterstützen möchte. Ich kann mit dem Sekur sehr gut zusammenarbeiten. Ich kann nicht und habe mich auch mit ihm bereits gezopft. Das ging auch so weit, dass wir wirklich lange Streit, mal einen langen, richtig schönen langen Streit am Telefon hatten und am Schluss aufgelegt haben und es war auch genauso viel Streit wie vorher da. Es geht aber trotzdem. Wir können also miteinander, auch wenn wir teilweise unterschiedlicher Meinung sind. Da kann ich sicherlich unterstützen. Die nächste Sache ist die, dass ich, auch wenn es um irgendwelche Pressetermine oder sonstige Sachen geht, ich bin nicht aufs Maul gefallen, ich kann dort reden und ich kann auch definitiv mit Bühnen umgehen. Ich war häufig auf der Bühne schon früher, kam da jetzt nicht als Politiker, sondern eher im Theater oder auf eine Musik her, aber bin das jetzt nicht vollkommen ungewohnt. Nervosität ist immer dabei, aber es ist jetzt nichts, was mich umwirft, wo ich Angst davor haben würde. Politisch gesehen, was ich bisher gemacht habe, in den Dingen im letzten Jahr, dass ihr euch vorstellt, auch wo es bei mir vielleicht hingeht, ich bin sehr engagiert im Volksbegehren. Da ist zurzeit mit meine Hauptaufgabe. Da ist auch beispielsweise, da ist auch angeklungen von wegen Bündnisarbeit, das ist gar nicht so einfach. Da bin ich auch mit dabei. Was vorher noch nicht angeklungen ist, andere Parteien sind bereits erwähnt worden, mit denen wir in Kontakt stehen. Wir stehen selbstverständlich mit den Studenten in Kontakt und zwar auch teilweise mit den leitenden Studenten, auch mit den Studentenvereinigungen, die dort gegen Studiengebühren kämpfen. Wir können noch nicht sagen, dass sie uns unterstützen. Das liegt aber einfach daran, dass die auch demokratisch legitimiert werden und die Versammlungen von denen erst während dem Semester anfangen. Aber sämtliche Gespräche mit dem SOS-Bündnis, mit AWS-Bündnis sind bereits geführt und man steht uns da sehr positiv gegenüber. Das ist also, so hoffen wir, ein formaler Akt. Aber es ist auch so, dass beispielsweise allein in der nächsten Woche ich an zwei Sitzungen von den Studentenvertretungen teilnehmen werde. Zeitlich gesehen kann ich, denke ich, relativ viel Zeit beisteuern, weil ich das die letzten Wochen auch schon gesehen habe. Es geht bei mir, gerade mit dem Volksbegehren, ich kann die Zeit einsteigen. Nicht so viel wie Sekor oder Dominik oder auch Alex investiert haben. Aber ich denke, auf alle Fälle genügend, um den Job gut zu machen. Und wenn es dick auf dick kommt, kann ich auch mal für eine gewisse Zeit fast full time machen. Das geht. Das habe ich auch familiär, die Rückendeckung. Ich habe in meiner Beziehung bis vorher abgekittet. Wie wird es geregelt, sodass ich dann nicht irgendwo später darauf komme, dass jetzt, oh, du machst aber viel zu viel für die Piraten, ich komme jetzt hier zu kurz oder sowas kommt, das haben wir vorher bereits alles abgesprochen. Da braucht man also auch nichts weiteres von mir erwarten, dass da irgendwelche Rückzieher kommen. Ein Problem gibt es mit meiner Kandidatur aus folgender Sache. Ich bin zurzeit ja Vorsitzender vom Bezirksverband in Oberbayern. Wenn ich direkt zurücktrete, ist, weil Oberbayern leider kein Blitzschlagparagraf in seiner Satzung hat, leider ist dann der Vorstand von Oberbayern handlungsunfähig. Und das wäre blöd. In dem Fall müssten wir einen Kommissar benennen, der einen außerordentlichen Parteitag einberuft, in dem nur ein Vorstand gewählt wird. Ich würde das Ganze gern anders machen. Und dazu müsste mich dann der Parteitag hier, sollte ich gewählt werden, legitimieren. Dass ich zuerst einmal tatsächlich beide Ämter gleichzeitig ausführen darf. Ich würde aber sofort einen ordentlichen Parteitag einberufen für Oberbayern. Der Vorteil von diesem ordentlichen ist, dass er vom bisherigen Vorstand richtig geplant werden kann und dass auch dort mehr gemacht werden kann, als nur ein Vorstand zu wählen. Beim außerordentlichen kann nur ein Vorstand gewählt werden, da können keine Satzungsänderungsanträge eingebracht werden, da können keine Programmanträge eingebracht werden, keine sonstigen. Aber dann ist es eigentlich nur zum Wählen, ist es dann eigentlich vertane Zeit. Und das wäre schön, wenn man daraus dann einen richtigen Parteitag machen kann und den am besten schon Mitte November, also nach möglichst bald sechs Wochen Einladungsfrist. Es soll also nicht so sein, dass das dann auch Dauer wäre, dass ich zwei Ämter hätte, sondern wirklich nur bis zu diesem Parteitag und keine Sekunde länger. Ich würde natürlich auf keinen Fall mehr für ein Amt im Bezirk zur Verfügung stehen. Ja, so viel von meiner Seite. Ich stehe offen für Fragen. Ich würde an dieser Stelle jetzt das Prozedere machen, wie gerade eben. Das heißt, wir machen die Fragen danach, sodass auch eventuell Fragen an beide Kandidaten gestellt werden können. Das heißt, Simon hat jetzt nochmal das Wort. Bitte. Auch wenn der Eindruck nicht entstanden sein sollte, ich kann Stefan wirklich gut leiden und kann mir auch eine Zusammenarbeit mit ihm vorstellen. Ich möchte die Ziele umsetzen und ich bin auch bereit, als Stellvertreter das zu machen. Und ich denke, was ich machen will, habe ich zur Genüge vorgestellt. Und ich denke, wenn Stefan und ich gut zusammenarbeiten, dann hat das sehr viel Potenzial. Vielen Dank. Okay. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Dann bitte jetzt zum Mikro. Falls der Landesparteitag die Doppelkandidatur, also die Doppelämterhäufung nicht unterstützen würde, was ich sehr schade fände, weil es uns dann ziemlich unter Stress setzt, möchte ich aber an dieser Stelle mich recht herzlich mal Martin bedanken für die hervorragende Arbeit, die er bei uns geleistet hat und unterstütze seine Kandidatur. Und wie wir dann umgehen mit der Doppelten Ämterhäufung. Also es ist eigentlich mehr die Frage an den Landesparteitag, dass er das unterstützt, dass er das weitermachen darf, weil es setzt uns sehr unter Stress. Okay, ich stelle mal kurz fest, das ist keine Frage. Ich habe einen Geohrentrag hier von Andi, den würde ich hier vorziehen. Ich würde gerne ein Meinungsbild bitten, wie der Landesparteitag eine Doppelposition, eine Doppelkandidatur von Martin sieht. Letztendlich wurde das schon praktiziert im Landesverband. Und zwar hat Arthur eine Zeit lang Doppelschatzmeister gemacht für Mittelfranken, soweit ich weiß, und den Landesverband. Insofern ist es nichts Neues für den Landesverband, aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie der Landesparteitag das sehen will. Okay, das ist ein Geohrentrag auf Meinungsbild. Dann bitte ich jetzt jeden, der eine Ämterhäufung von Martin zustimmen würde, die blaue Karte zu heben. Jeder, der dem nicht zustimmen würde, die rote Karte. Bitte schön, dein Meinungsbild. Ich denke, das ist eindeutig ausgefallen. Gut, dann kommen wir jetzt weiter in der Fragerunde. Okay, Simon, ich habe an dich die Frage, und zwar, du warst ja vorhin ziemlich unterschiedlicher Meinung mit C-Core, was Struktur angeht, was verschiedene Herangehensweisen angeht. Angenommen, du würdest jetzt in den Vorstand gewählt werden, wie würdest du dich verhalten, wenn ihr genau in diesen Punkten aneinander geratet? Vor allem unter deinem Ergebnis der vorherigen Wahl. Ich denke, die Politik lebt von Diskussionen. Es wäre langweilig, wenn nur ich oder nur Stefan oder nur irgendein Vorsitzender eine Meinung hätte, und das wäre dann die, die umgesetzt werden würde. Ich erhoffe mir sogar, wenn ich in den Landesvorstand gewählt werde, dass Diskussionen mit Stefan stattfinden. Das tut der Sache nämlich gut. Dadurch können wir uns weiterentwickeln. Dort können wir einen Weg finden oder uns suchen, um diese Sache umzusetzen, oder auch möglicherweise nicht. Das wird das kommende Jahr zeigen. Ich hoffe, die ist damit beantwortet. Okay, meine Frage. Sachlich mögt ihr euch dann vielleicht in der richtigen Richtung bewegen, wenn ihr auf Kompromisse zu arbeiten würdet. Aber deine Konfrontation vorhin, die wir vorhin auf der Bühne gesehen haben, hat mich eigentlich ziemlich darin bestärkt, dass du nicht als Stellvertretender antreten würdest. Meinst du, dass du auch wieder zu einer sachlichen Ebene zurückkommen kannst oder tatsächlich mit ihm gut zusammenarbeiten kannst? Menschlich. Also, wie gesagt, ich mag den Stefan. Es ist ja nicht so, dass ich ihn nicht leiden kann. Es ist nur so, dass wir unterschiedlicher politischer Ansicht sind. Daher denke ich, dass wir durchaus gut zusammenarbeiten könnten. Eine Frage aus Neugier an Simon. Seit wann bist du Piratenparteimitglied? Das war irgendwann Mitte 2009. Okay, danke. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, stelle fest, dem ist nicht so, dann übergebe ich das Wort an den Wahlleiter. So, ich stelle dann nochmal die Frage ans Plenum. Möchte noch jemand als stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Bayern kandidieren? Ich sehe keine Bewegung in Richtung Bühne, also ist die Kandidatenliste hiermit geschlossen. So, die Kandidaten stehen vorne. Der Wahlmodus ist bekannt. Wir nehmen den Stimmzettel 3. Der Stimmzettel 2 wurde mir leider schon angetragen. Ist mindestens einmal doppelt vorhanden in einem Stimmblock. Und um zu vermeiden, dass diese Stimmzettel zusammen abgegeben werden, verwenden wir den Stimmzettel Nr. 3. Der ist so grünlich-grau. So, die Wahlhelfer bitte ich da hinten Aufstellung zu nehmen mit einer Urne. Auch dieses Mal während der Auszählung können wir die Zeit nutzen, um ein bisschen zuzuhören. Der Andreas Witte wollte was über den nächsten Wahlkampf verlieren. Ich bitte, im Raum einigermaßen Ruhe zu bewahren. Wer sich unterhalten möchte, kann gerne vor den Raum gehen. Ich bitte dem Redner trotzdem hier eine passende Atmosphäre zu geben. Ja, eigentlich hatte ich ein paar Folien vorbereitet. Die sind irgendwie, ja, weg. Das heißt, ich halte das Ganze jetzt mal aus dem Stand. Ohne wirkliche Orientierung, was ich eigentlich mir mal zusammengeschrieben habe. Ganz grob wollte ich eigentlich eine Motivation schaffen. Und zwar, wir haben 2013 den herzesten Wahlkampf Piraten ever. Also das heißt, hier in Bayern, 2013, wenn wir hier ein gutes Ergebnis jenseits von 2% erzielen, dann können wir sowas von stolz uns auf sein. Weil, wir haben vorhin gehört, die Liquidität des Landesverbandes ist relativ gering. 3.000 Euro oder so. Und dazu kommt, der Landesverband ist noch nie zu Landtagswahlen angetreten. Das heißt, eine Parteienfinanzierung über Landtagsgelder fällt eigentlich flach. Das haben andere Bundesländer alles uns voraus. Zum Beispiel Baden-Württemberg bekommt da was. Oder die Berliner, wenn sie sogar mit Fraktionen dabei sind, geht da entsprechend mehr. Das heißt, wir haben auf der einen Seite nur Mitgliedsgelder und das, was von 2009 noch da ist. Und auf der anderen Seite, ja, uns wird auch keiner helfen. Warum wird uns keiner helfen? Ganz einfach, die Bundestagswahl fällt vermutlich mit der Landtagswahl und der Bezirkstagswahl zusammen. Das heißt, jeder andere Landesverband ist ernsthaft damit beschäftigt, seine Kandidaten ins richtige Licht zu rücken, selbst Wahlkampf zu machen. Wir werden uns keine Plakatwende ausleihen können. Wir werden uns keine Plakate irgendwo von den Bremern plakatieren lassen können. Außer, sie bestehen drauf. Und das heißt, uns hilft keiner. Wir stehen selbst quasi da und müssen unseren Wahlkampf komplett alleine machen. Ja, Franz, ist so. Ja, nee, ist nicht super. Deswegen habe ich eigentlich mich vor einer Zeit mal irgendwie hingesetzt und ein paar lustige Ideen zusammengeschrieben, wie man das vielleicht mit einigermaßen Arbeitsaufwand ein bisschen effizienter gestalten kann. Eines dieser Punkte ist zum Beispiel, wer einmal mit der SPD geschrieben hat, dass ihnen die Studiengebühren ankotzen, der wird danach zugespampt und zwar immer über Bildungspolitik, komischerweise. Ja, das Thema ist, die beackern Leute, die sich als interessiert outen, dauerhaft. Die bleiben dran. Und innerhalb der Piratenpartei werden unheimlich viele Inhalte erstellt, ob Flaschenpost, Newsletter, Pressemitteilungen. Wenn man die etwas überarbeitet, dann sind die auch sicherlich tauglich, dass man die an interessierte Bürger weitergibt. Und wenn jetzt ein Bürger auf einer Veranstaltung der Piratenpartei zum Thema XY ist, wenn ein Bürger auf einem Infostand seine E-Mail-Adresse hinterlässt und dabei ankreuzt, dass er sich für die Kommunalpolitik in Stadt XY interessiert und für die Verkehrspolitik auf Landesebene, Ja, mein Gott, warum sollten wir ihm dann nicht E-Mails schicken und ihm immer wieder genau das erzählen, was ihn interessiert? Am Schluss soll irgendwas rauskommen, wo vielleicht 5.000 bis 10.000 Leute Reichweite hat und uns vielleicht bei Unterstützungsunterschriften oder bei anderen Themen hilft. Ja, was ich suche ist Mitstreiter, weil bisher, sag ich mal, ist es ein Alleinerkampf. Ich suche da wirklich Mitstreiter, die solche Themen angehen. Anderes Thema wäre zum Beispiel das Wiki. Unser Wiki ist eine Informationsmittelhalde. Ist keine Weisheit, ist, glaube ich, jedem bekannt. So etwas wie, ich stelle es ins Wiki, ist, ich lege es in den Mülleimer. Und das muss einfach mal neu überarbeitet werden. Das kann ein Einzelner nicht leisten. Es sollte vor allen Dingen eine gewisse, also ich sage nicht die Einheitlichkeit aller Wiki-Seiten, aber es sollte eine gewisse Einheitlichkeit da sein, dass wenn man sich im Bezirksverband orientiert, dass man dann die Satzung des Bezirksverbandes genauso schnell findet, wie wenn man sich beim Landesverband orientiert, dass man dort die Satzung ungefähr genau an der gleichen Stelle findet. Und wenn man sich die Wiki-Seiten so mal über das Land Bayern hinaus verteilt anschaut, finden Stammtische statt, die nicht mehr stattfinden. Es sind Plakatausteil-Aktionen von 2009 als aktuell gebranntmarkt. Eigentlich jede Seite muss angeschaut werden und überarbeitet werden. Arbeitsaufwand ist enorm. Vom Seekorps kam der Begriff wegwerfen, neu anfangen. Würde ich aber nicht tun, weil aus der 2009er Wahl sind unheimlich viele demografische Informationen noch zusammengetragen worden. Zum Beispiel die Dichte von Abiturienten in einem gewissen Stadtbezirk von München. Steht im Wiki. Sowas kann man natürlich für einen Wahlkampf nutzen. Und wir wären doof, wenn wir es nicht tun würden. Und das heißt, das ist eines der nächsten Projekte. Wir müssen unbedingt das Wiki anpacken, so dass man darin arbeiten kann und den Wahlkampf organisieren kann. Und klar, auch wenn sich der politische Gegner darin orientieren kann, aber man muss ja nicht alles reinschreiben. Ein anderes Projekt, was unbedingt meines Erachtens irgendwann mal angegangen gehört, ist eine Zweckgesellschaft für die Beschaffung von Werbemitteln. Da ist der Bundesvorstand zurzeit in der Prüfungsphase, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wird geprüft, wie weit eine parteieigene Gesellschaft oder parteieigene Firma der Parteimaterialien verkaufen kann. Und wenn das halt eben ein entsprechendes Volumen hat, dann lohnt sich sowas sofort. Ich sage nur Klemmbrett-Diskussion. Also wer den Mühlschner Stammtischliste liest, der weiß, was ich meine. Das ist, ja, ein Klemmbrett kostet alleine 50 Euro, zwei kosten 30 und 1000 kosten 2,50 Euro. Und wenn jetzt 1000 Klemmbretter für ein KV gestellt werden, ist das sehr mutig. Da können wir nämlich jedem Mitglied zwei geben. Wenn jetzt allerdings eine Zweckgesellschaft 1000 Stück kauft für 2,50 Euro, die für drei Euro innerhalb der Partei weiter verteilt, und zwar bundesweit oder europaweit, je nachdem, wie das aufgestellt wird, dann haben wir eine enorme Kostenersparnis in unserem Wahlkampf. Und das würde Bayern ganz massiv entlasten. Angesichts Klammerkassen, angesichts dessen, dass die meisten Aktiven, die man noch so regelmäßig sieht, sich zurückziehen und nichts tun, ist es eigentlich noch viel dringender, so etwas zu tun. Weil in einer solchen Gesellschaft kann man auch Leute anstellen. Das sind jetzt nur drei Themen, die ich mal rausgepickt habe, um zu verdeutlichen, was alles zu tun ist. Ich hoffe, es bricht die Aktivität aus, und zwar ziemlich schlagartig, weil 2013 ist nicht mehr ganz ein Jahr hin, und ein Jahr vergeht im Flug. Danke für den Beitrag. Wie schaut es aus mit der Auszählung? Okay, ich glaube, die brauchen im Moment noch einen Augenblick. Ich würde gerne weitermachen mit der Vorstellung des Kandidaten oder der Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters. Deswegen bitte ich jetzt die Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters nach vorne. Kann ja sein, dass es noch mehr gibt. Ich brauche wieder... Komme! Wer kommt? Da haben wir jetzt eine Auszählung durch. Okay, wir brauchen noch einen kleinen Moment, weil ich glaube, das Ergebnis liegt vor. Ja, dann... Dann warten wir den Augenblick noch. Dann verziehe ich mich jetzt... Ihr habt also jetzt noch die Chance, in euch zu gehen und zu überlegen, Schatzmeister im Landesverband Bayern, wäre das mein Traumjob. Gibt es noch Kandidaten für den Staatsmeister? Wenn nicht, wir haben jetzt einen stellvertretenden Vorsitzenden. Wir hatten 100 abgegebene Stimmzettel, ein ungültiger. Aber es könnte schlimmer sein. Und mit einem Ergebnis von 79 Stimmen für Martin und 35 für Simon ist Martin gewählt. Und deswegen frage ich den Martin jetzt, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr herzlich für euer Vertrauen. Auch wenn jetzt gleich noch eine Änderung der Tagesordnung kommen wird, weil ich den Antrag über die Ämterkumulation gleich noch stellen werde. Aber auf alle Fälle nehme ich die Wahl an und ihr habt dann nachher eben in der Hand, ob wir einen außerordentlichen oder einen ordentlichen Parteitag machen. Aber ich nehme die Wahl auf alle Fälle an. Vielen Dank. Ich kann am besten gleich loslegen. Wunderbar. Dann fange ich mal an. Ich habe ein paar neue Gesichter hier gesehen. Ich denke, noch nicht alle kennen mich. Deswegen stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Dominik Schramm, bin 27 Jahre. Man wird langsam alt und vergesslich. Oder ich habe zu viel zivizielle Geburtsdaten gesehen. Kann auch sein. Ich stehe hier als Schatzmeister, nicht als Gänseg. Das hat einen ganz besonderen Grund. Ich möchte den Gänseg ganz gerne verändern. Mir ist in der Zeit, in der ich quasi die Aufgaben des Schatzmeisters, also auch die Aufgaben des Gänsegs, übernommen habe, aufgefallen, dass Verwaltungsarbeit zwischen diesen zwei Posten einmal aufgeteilt wird, um sie zu bearbeiten und dann wieder zusammengeschoben wird. Und das halte ich für keine gute Vorgehensweise, weil alles, was man auseinanderzieht, wieder zusammenschiebt. Da kommen noch ein paar Bugs dazwischen und schon funktioniert es nicht mehr. Deswegen soll der Gänseg als Schwerpunkt haben, Neumitglieder. Ich habe es schon erwähnt, ein ganz wichtiges Thema, Neumitglieder und bestehende Mitglieder, die an die Hand zu nehmen, hier in die Kommunikation reinzugehen. Dafür sehe ich mich nicht geeignet. Ich bin Verwaltungsmensch. Ich weiß, dass ich Verwaltung einigermaßen gut kann. Und auf das will ich mich in Zukunft vollends konzentrieren und muss daher einfach sehen, dass ich diesen Kommunikationsbereich, den ich nicht leisten kann, dafür bin ich zu viel Formalienmensch. Das klingt bei mir alles immer so gestelzt. Wer mir schon so ein, zwei private E-Mails gelesen hat, der wird es wissen. Das klingt nicht natürlich. Ich denke, wenn man Neumitglieder an die Hand nehmen will, muss es natürlich sein, muss es offen sein. Und es darf sich nicht anhören wie ein Verwaltungsmensch, der jetzt versucht, Mitglieder in der Partei zu ziehen. Womit ich auch ein Problem habe, das waren die hier erwähnten Strukturen, die wir Neumitglieder geben wollen. Das sehe ich überhaupt nicht. Wenn ich einen Neumitglied bekomme, wenn ich einen neuen Piraten sehe, der dazukommen will, und ich sage ihm jetzt, das sind die Parteistrukturen und da musst du hin. Das wird er nicht tun. Das will ich gar nicht. Außerdem sagt er, Piraten sind frei. Wieso soll ich jetzt plötzlich Strukturen machen, wie ich, in welcher Form arbeite und in welcher Form ich Politik mache. Deswegen die Aufteilung, Schatzmeister soll schwerpunktmäßig Verwaltung machen. Das liegt auch nahe durch die in Bälde eingeführte, ab 1. Januar ist es soweit, glaube ich, Buchhaltungssoftware, die beides mit drin hat. Wir haben nicht mehr auf der einen Seite die Excel-Liste oder wir haben viele Excel-Listen, CSV, Open Office, wir haben so viele Formate, Paint, also Bitmap und sowas war noch nicht dabei. Ja, für mich als ITler, das einzige Grafikprogramm, das ich bedienen kann, ist Paint. Deswegen der Vergleich. Wie gesagt, da bin ich froh, dass diese Verwaltungssoftware kommt. Die ist dringend notwendig. Die ist notwendig für die Reporte. Den Hersteller der Software kenne ich. Sage ist das. Ich selber kenne die Software. In der kleineren Version, das ist die Luxusversion, die kann ich mir nicht leisten. Das heißt, naja, entschuldige. Ich bin ja beruflich Buchhalter. Ich rechne zwei Unternehmen eben ab, die den finanziellen Größenaufwand des Landesverbandes haben. Das heißt, zahlen bis 150.000. Ich schaffe auch schon das Rechnen über einen Zehner. Kann ich ohne Probleme abwickeln. Ja, und notfalls, und notfalls, jedes Betriebssystem hat einen Taschenrechner drin, den kann ich auch bedienen. Also von dem her, das ist kein Problem. Ich kenne die Software. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Workflow der Software, dass der Aufbau der Software, zu der, die ich kenne, nicht sonderlich verschieden sein wird, vielleicht etwas erweitert. Das heißt, ich habe da eine ziemlich niedrige Einstiegshürde oder eine nicht so hohe, wie jemand, der komplett neu an diese Software rankommt. Diese Vorteile will ich nutzen, weil es ist in der Bayerischen Verwaltung noch vieles zu tun. Die Neumitgliederanmeldungen werden weiterlaufen, die Neumitgliederanmeldungen werden stärker werden. Das heißt, es muss endlich der Standard werden, ich hatte das zeitweise geschafft, dass, wenn ein Mitglied sich anmeldet, dass es taggleich bearbeitet werden muss. Das muss im Bundestagswahl, muss das USUS sein. Es darf nicht sein, dass die Leute vier Wochen warten, bis sie dann endlich mal eine E-Mail bekommen. Du darfst jetzt bezahlen. Ansonsten, ich habe schon kurz angerichtet, ich bin beruflich Buchhalter. Ich bin, also ich habe kaufmännisch, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht. Ich bin aber Buchhalter auch durch Erfahrung. Das heißt, ich war zehn Jahre selbstständiger Buchhaltung gemacht, arbeite jetzt als Buchhalter für zwei Unternehmen. Das heißt, wie Zahlen funktioniert, wie man die Art jetzt subtrahiert, das weiß ich alles. Von dem her denke ich mich da, denke ich, da ich ein Zahlenmensch bin, da ich ein Formalienmensch bin, ist der Schatzmeister. Hier der richtige Posten, weil ich mich dann voll und ganz auf Verwaltung konzentrieren kann. Ich muss dann auch keine Politik machen. Da bin ich eigentlich ganz dankbar drum, weil das können andere viel besser. Und die, die es besser können, die sollen es auch machen. Und bevor ich mir jetzt noch krampfhaft auf die Finger sauge, denke ich, das war soweit und freue mich jetzt auf Fragen. Vielen Dank für die Vorstellung. Gibt es Fragen an Dominik? Ja, es gibt eine. Ich hatte schon Angst, eine kommt von dir. Du hast als Schwerpunkte dann die Schatzmeisterei und die Mitgliederverwaltung. Inwiefern stehst du für umgebende Projekte zur Verfügung für das Ganze? Was sind denn umgebende Projekte? Zum Beispiel dann das Neumitgliederprojekt, was wir letztes Jahr hatten oder andere Dinge in der Umgebung einfach. Das Neumitgliederpaket werde ich zwar wieder behandeln, aber aus finanzieller Sicht. Wie können wir es finanzieren? Wir wissen, beim Landesverband bleibt ein ziemlich kleiner Beitrag des Mitgliedsbeitrages. Der Bund kriegt am meisten. Wie können wir es finanzieren? Bei 5 Euro, und der Barzer quetschte, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, können wir nicht 3 Euro für ein Neumitglied ausgeben. Meines Erachtens sind aber 3 Euro für ein Neumitglied, das 36 leistet, viel zu wenig. Wenn ich jemandem nur einen Brief schicke mit drei Flyern drin und sage, das ist dein Einstiegspaket in die Beratenpartei, dafür hast du 36 Euro gezahlt, dann zeigt mir der einen Vogel. Da muss einfach mehr Output kommen, es soll mehr Nützliches da sein. Damit will ich mich aber nicht beschäftigen, weil ansonsten kann ich auch wieder als Gänse kandidieren. Ich werde mich finanziell damit beschäftigen, aber generell, wie Mitglieder von der kommunikativen Seite, von der menschlichen Seite aufgenommen werden. Das ist nicht mehr mein Steckenpferd, was ich auch aus meiner Sicht nicht vollends ausfüllen kann. Wirst du dir auch den ein oder anderen Wochenende freinehmen? Ich werde so viel arbeiten, wie es nötig ist, dass der Landesverband läuft. Okay, ich hätte eine Frage, würdest du es für sinnvoll erachten, wenn bei Neumitgliederaufnahme ein etwas größerer Betrag des ersten Jahresbeitrags an den Landesverband fließt für ein Mitgliederbegrüßungspaket und den ganzen Verwaltungsaufwand, der ja entsteht, den die Bezirke jetzt nicht haben. Und wenn das möglich ist, ob man diesen Schlüssel eventuell anpassen kann, ohne jetzt gleich einen LPT-Beschluss zu haben? Also da komme ich jetzt in, also rechtlich kann ich es nicht beantworten, inwieweit es sinnvoll ist. Ich halte es nicht für sinnvoll, per order, die Mufte jetzt zu bestimmen, wie wir im Landesverband das umsetzen wollen, sondern ich sehe, dass die Bezirke hier zusammenarbeiten, dass die Bezirke im Landesverband in die Diskussion gehen und wir zusammen dieses neue Mitgliederpaket besprechen. Ich habe gehört, in Schwaben gibt es was in die Richtung. Ich hätte mich gefreut, wenn ich da Input bekommen habe. Ich habe es leider nicht bekommen. Es kann auch sein, dass es untergegangen ist. Ich glaube auch jedem, er darf nachfragen. Von mir aus tausend E-Mails am Tag schicken, damit ich ein Thema auf die Frontscheibe bekomme. Ich habe von dem Schwabenpaket nichts mitbekommen. Aber ich weiß nicht, inwieweit es sinnvoll ist, zu sagen, jetzt da einen Teil abzuschöpfen. Ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich ist, um davon was zu finanzieren. Wenn, dann würde mich die Initiative der Bezirke freuen, dass sie sagen, euch zu ihr, wirklich das Ganze ab. Wir geben von uns heraus. Wenn etwas freiwillig passiert, ist es immer besser, als wenn das Paolo oder die Mufti passiert. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ja, ich bin dran, gut. Und zwar verwaltet der Landesverband ja für die Bezirke momentan relativ große Summen, sozusagen Rücklagen oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Jedenfalls, ich wollte nur die Frage stellen, weil ich natürlich auch als Ex-Vorstand da die Ansprüche kenne, die ein gewisser Vorstandsvorsitzender hat. Kannst du dieses Geld sozusagen sicher verwahren und sicher verbuchen, sodass es vielleicht auch extra ausgewiesen wird? Weil momentan habe ich das nicht gefunden, auf welchen Konten das gebucht ist. Also es ist momentan, ist es auf dem, wir haben im Landesverband zwei Konten, wir haben das normale Geschäftskonto, wir haben Anlagekonto und auf dem Konto ist es gebucht. Ich meine nicht kontomäßig von der Bank, sondern verbuchungsmäßig. Als Sachkonto oder als, also das Bankkonto sind ja aber was anderes als deine Buchungskonten. Ja, ja, schon klar. Genau. Und sind jetzt auf diesem Buchungskonten sozusagen immer Guthaben für diese Bezirke schon gebucht? Das ist umgebucht, ja. Okay, gut. Ist zugebucht. An dem Tag, an dem die Buchung von dem normalen Geschäftskonto aufs Anlagenkonto gegangen ist, ist auch gleichzeitig die Buchung auf der theoretischen Ebene in den Sachkonten passiert, ja. Okay, danke. Da hinten knallen schon die Karten. Gibt es noch weitere Fragen an Dominik? Gut, dann bedanke ich mich für die Vorstellung. Dankeschön. Dann bitte ich den Bevor wir zur Abstimmung schreiten, habe ich einen GO-Antrag hier. Und zwar einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Änderung der Tagesordnung dahingehend, dass wir jetzt einen sonstigen Antrag einschieben. Und zwar betrifft dieser die Ämterkumulation des stellvertretenden Vorsitzenden. Ich bitte um Handzeichen, wer dafür ist, dass wir diesen Antrag jetzt behandeln. Vielen Dank, das ist eindeutig. Magst du bitte kurz nach vorne kommen, um deinen Antrag vorzustellen? Ja, es geht, wie schon vorher angesprochen, darum, dass ich ja jetzt sozusagen zwei Ämter habe, nämlich das des Bezirksvorstands von Oberbayern und das der stellvertretenden Vorsitzenden vom Landesverband Bayern, um einen ordentlichen Parteitag einberufen zu können in Oberbayern, ist es notwendig, dass der Vorstand vollständig ist. Dazu gehört auch der Vorsitzende. Wenn ich jetzt zurücktrete, ist das eben nicht der Fall. Der Vorstand ist damit handlungsunfähig und wir müssen einen außerordentlichen Parteitag einberufen, bei dem nur gewählt werden darf, nichts anderes besprochen werden darf. Damit wir daraus einen konstruktiven, einen richtig guten Parteitag machen können, der auch bald stattfinden soll, unser Ziel ist es auf alle Fälle eben noch im November, auf alle Fälle dieses Jahr noch stattfinden zu lassen, wäre es wichtig, dass ich dafür noch Vorstand zumindest auf dem Papier im Bezirksvorstand Oberbayern bleibe und bitte deswegen darum, dass mir diese Ämterkumulation bis zum nächsten Bezirksparteitag zu gestatten, bei dem ich dann selbstverständlich nicht mehr antreten werde. Dazu gleich eine Frage von meiner Seite. Kannst du einen Zeitraum angeben bis zu diesem ordentlichen Parteitag? Also unser Ziel ist, ich meine, es ist so schnell wie möglich natürlich, wir haben sechs Wochen Einladungsfrist, die müssen eingehalten werden und wir müssen natürlich noch den Raum finden. Angedacht ist Mitte November. Ist auch bereits, wir haben das bereits im Vorstand Bezirksverband, im Bezirksvorstand im Falle, für den Fall meiner Wahl durchgesprochen, da ist Mitte November ist da das Ziel, um dort, dass wir dort den nächsten Bezirksparteitag abhalten. Das wäre so in acht Wochen etwa. Danke. Gibt es dazu Fragen? Nur eine Anmerkung dazu, unsere Satzung diesbezüglich ist etwas unglücklich, sonst hätten wir Zeit und hätten einfach zu viert weiter gemacht, aber wir haben tatsächlich in der Satzung einfach so, in dem Moment, wo Martin zurücktreten würde, müssten wir und wir brauchen einfach organisatorisch Zeit, wir wollen am liebsten das ausschreiben, dass es vielleicht irgendwo in Oberbayern und nicht wieder an der Standardstelle ist und solche Geschichten, um das zu organisieren, hätten wir gerne noch ein bisschen Zeit und deswegen bitte gestartet es, Martin. Gut, weitere Fragen dazu? Nein? Dann bitte ich um Abstimmung, ob Martin zusätzlich zum Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden auch das Amt des Vorsitzenden des Bezirksverbands ich brauche gar nicht weitermachen, super. Okay, also ich stelle fest, der Antrag ist angenommen. Dankeschön. So, da kommt auch schon der Wahlleiter nach vorne, das passt ganz gut. Dann kommen wir jetzt zur Wahl des Schatzmeisters. Gut. Ich frage dann noch ein letztes Mal, möchte noch jemand kandidieren? Ich stelle fest, das ist nicht so. Ich schließe hiermit die Kandidatenliste und die Wahl läuft diesmal folgendermaßen ab, ihr könnt bei 1 für Ja ankreuzen, bei 2 für Nein, wenn ihr den Dominik nicht haben wollt. Und Stimmzettel ist die Nummer 4. Der ist grün. So, dann bitte ich die Wahlhelfer um Aufstellung. Nein? Wahlhelfer, bitte präsentiert die Urnen, dass sie auch leer sind. Gut, bitte präsentiert die Urnen. Ist passiert? Okay, okay. Die Wahl ist hiermit eröffnet. und zwar es ist eine Geschäftsstelle geplant in München. Ich hätte gern gewusst, wie viele von euch diese Idee unterstützen. Zweitens hätte ich gerne gewusst, wie viele von euch bereit wären, regelmäßig diese Idee mit einem kleinen Betrag von 10 Euro monatlich zu unterstützen, um das zu finanzieren. Okay, das sind also zwei GO-Anträge auf Meinungsbild. So, liebe Versammlung, lieber Landesparteitag, ich bitte um folgendes Zeichen, wer die Idee eine Landesgeschäftsstelle in München einzurichten, unterstützt, möge bitte jetzt die blaue Karte heben, wer es nicht unterstützt, möge bitte die rote Karte heben. So, das ist einmal, das ist Meinungsbild, da wäre nicht ausgezählt, aber ich kann feststellen, dass eine Mehrheit dafür ist. So, der zweite GO-Antrag auf Meinungsbild, wer wäre bereit, dieses Vorhaben, egal, ist das ein GO-Antrag, wer wäre bereit, dieses Vorhaben mit einer regelmäßigen monatlichen Spende von mindestens 10 Euro, so habe ich es verstanden, zu unterstützen, muss sich keiner melden, ich will das dazu sagen, einfach mal nur kurz melden, ja, wenige Meldungen, viele rote, ich denke, das ist, erkennbar. Habe ich jetzt rot oder blau? Habe ich jetzt rot oder blau gehoben? Egal. Gut, wenn es jetzt nichts mehr zu beraten gibt, dann können wir, denke ich, gleich zur Kandidatenvorstellung für den Generalsekretär übergehen, auch hier ist eine riesige Flut an Kandidaten, ich würde jetzt dann einfach mal alle Kandidaten für den Generalsekretär auf die Bühne bitten. Okay, damit sind alle Kandidaten, die bisher zur Verfügung stehen, da. Ich bitte die Versammlung um Ruhe, wenn ihr euch unterhalten wollt, könnt ihr es gerne draußen tun, ich würde gerne dem Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs das Wort erteilen, Franz, bitte. Servus, ich bin der Franz, ich weiß nicht, die meisten werden mich kennen, ich kandidiere für den Generalsekretär, weil ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt mal was Neues, ich war jetzt eineinhalb Jahre Schatzmeister im Bezirksverband Oberbayern, bis März, habe dann den Landesverband unterstützt, bei der ganzen Sache mit den Finanzen und so, war Beauftragter für Finanzen, habe also immer noch ein bisschen was mit dem Jahresabschluss 2010, zu tun und ich muss ehrlich sagen, ich bin recht froh, dass ich nie Schatzmeister machen muss jetzt und kandidieren darf als Generalsekretär, es freut mich einfach, was Neues zu machen, also ich bin, habe nicht wirklich viel Erfahrung jetzt als Generalsekretär, das ist ja ganz logisch, aber ich denke, das ist für mich einfach eine Chance, was Neues zu machen, meine anderen Zeiten einzubringen, ja, ich kann reden, manchmal, und einfach mit euch zusammen, eigentlich mit jedem bestimmte Punkte zu machen, also das ist ganz klar, jeder hat es schon gesagt, wir brauchen, müssen unsere Neumitglieder hier besser einführen, ihnen zeigen, wo es lang geht und das Ganze, das geht alles hauptsächlich über Kommunikation, also es bringt nichts, hier irgendwelche Strukturen oder sowas zu machen, wir müssen den Leuten einfach zeigen, ja, hier ist jemand, hier kann ich hingehen und das möchte ich einfach erreichen, dass die Leute, wenn sie sagen, wenn sie ihren Mitgliedsantrag ausgefüllt haben, dass sie merken, da ist jemand, da kann ich einfach hingehen, da brauche ich keine Berührungsängste haben, also das ist ein Punkt, Neumitglieder, Mitglieder allgemein, das ist ja bei uns, der eine Punkt, Neumitglieder, der andere Punkt ist natürlich, wir haben zwar wahnsinnig viele Mitglieder, aber viele sind sehr inaktiv geworden und auch wenn Stefan sagt, dass wir wahrscheinlich auch wieder mehr aktive Mitglieder haben zur Wahl 2013, ist es doch wichtig, dass wir jetzt in den nächsten, ja, ein, zwei Jahren mehr Mitglieder aktivieren können, um diese brennenden Punkte wie unser Programm, unsere Struktur, alles wieder aufbauen zu können. Dann, nächster Punkt, den ich auf jeden Fall verwirklichen will, ist Kommunikation untereinander, ich möchte halt schauen, dass wir irgendwie unsere Informationen ein bisschen besser verteilen können, also, lässt sich mal leicht sagen, habe ich ein Konzept dazu oder so, ich habe ein paar Ideen, aber es ist immer wieder so, es kommt mir immer wieder so vor, man merkt es immer wieder, jetzt auch, als ich die drei Monate jetzt hier nicht in einem Vorstand war, die Informationen kommen nicht so einfach, also ich habe, wenn man sich nicht selber darum kümmert oder sowas, dann geht einem viel verloren, das heißt, es ist auch wirklich nicht so ganz so einfach, an alle wichtigen Informationen zu kommen und da muss man schauen, dass wir es ein bisschen einfacher machen, das ist ein Punkt, dann als dritten und mehr oder weniger letzten Punkt habe ich die Vorstandsarbeit mir angedacht, in dem Sinne, dass ich den Vorstand unterstütze, in den organisatorischen Dingen, es gab ja schon Ideen, wie zum Beispiel, dass wir alle zwei Monate oder sowas eine reale Vorstandssitzung haben, in den ganzen Bezirksverbänden, dass wir Treffen, Klausurtagungen haben und das Ganze, letztendlich geht es darauf, dass wir wesentlich mehr Treffen haben, wo wir uns persönlich kennenlernen und das möchte ich auf jeden Fall unterstützen, ich habe das im Bezirksverband Oberbayern, haben wir das auch so ein bisschen gemacht mit unseren Piratencamps und so, die Leute haben da die Möglichkeit, konzentriert an einem Thema zu arbeiten zum Beispiel und das ist auch eindeutig nötig, wir müssen Umgebungen schaffen, außerhalb von Stammtüchen, außerhalb von Gasthäusern, wo die Leute sagen können, sich zusammen konzentriert, ein, zwei Tage zusammensetzen können, Programme entwickeln können, Ideen entwickeln können und das ist etwas, was ich denke, unbedingt wichtig ist und das sind so eigentlich die Punkte, die ich so machen will. Politisch möchte ich mich eher im Hintergrund halten, da denke ich, da gibt es Leute, die uns besser nach innen und auch vielleicht also nach außen vertreten, da sehe ich mich jetzt nicht so als der Mensch, also wie gesagt, ich möchte eher so der Facilitator sein, also der, der die Sachen ermöglicht für die Leute, die sprechen wollen und die sozusagen politisch aktiv sein wollen. Was ich noch ein bisschen sagen wollte, weil der Klaus hat ja angesprochen mit der Informationsfreiheitssatzung, das ist so ein, jetzt komme ich doch politisch, so ein kleines Steckenpferd anscheinend jetzt von mir, also was heißt das, ich gieße wirklich ganz einfach eine Informationsfreiheitssatzung in eurer eigenen Gemeinde, in eurer eigenen Stadt zu etablieren, ich kann das sagen, weil ich habe es geschafft, das hat mich sehr gefreut, ich habe zwar, danke, es war auch nicht wirklich ein großer Aufwand, also um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, was muss ich denn machen, also ich bin zur Bürgerversammlung gegangen, im März war die bei uns in Bad Tölz, ich habe einen relativ schlechten Antrag von 10, 15 Seilen geschrieben und habe den dann ein bisschen vorgestellt, ein bisschen selber dahergelabert und dann haben die Leute erst mal in der Bürgerversammlung gesagt, ja was geht denn der für ein Mann und schauen wir mal, dann zwei Monate später war dann die Stadtratssitzung und das Ganze ist dann einstimmig angenommen worden, was mich sehr gefreut hat, es liegt wahrscheinlich nicht so ganz an meinen Redekünsten, aber eher daran, dass München eine hatte und dass es nichts kostet, aber ich möchte einfach damit zeigen, Leute geht es einfach hin, macht einen Antrag an eure Stadt, mehr als verlieren könnt ihr nicht und wenn es so wie mal hier läuft, wenn ihr Glück habt, dann haben wir auch eine Informationsfreiheitssatzung bei euch in der Gemeinde. Das war es von mir. Gut, dann möchte ich kurz die Fragerunde zurückstellen und das Wort an den Wahlleiter übergeben, damit wir das Ergebnis der letzten Wahl Okay, wir haben einen Schatzmeister und wir haben insgesamt 101 abgegebene Stimme gehabt, beziehungsweise Wahlzettel. Davon war eine Enthaltung, eine Nein-Stimme und 99 Stimmen, damit mit 99% ist der Dominik gewählt. So, Dominik, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich Nöse sagen muss, oder? Ja, vielen Dank für euer Vertrauen, ich nehme die Wahl an. Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt und das packen wir auch. Wunderbar, Dankeschön. Nehmt euch jetzt das Erste, was wir mit Treffern geben müssen. So, ich mache mal kurz die Moderation weiter. Die Fragerunde für den Generalsekretär. Oder gibt es noch Kandidaten? Möchte noch jemand? Gut, dann eröffne ich hiermit die Fragerunde. Fragen an den Franz. Ja, Franz, als Generalsekretär bist du der erste Ansprechpartner für alle Neumitglieder. Das kann manchmal stürmisch werden. Als ich Generalsekretär war, hatten wir Tage mit 60 Anträgen. Ich habe gehört, momentan sind es zwei. Nächstes Jahr werden es vielleicht wieder 60 am Tag oder auch 100, hoffen wir mal. Bist du mit der Software vertraut, die momentan im Einsatz ist? Weißt du, dass du sowas dann auch packen kannst? Wie gut kennst du dich damit aus? Danke. Ja, also ich kenne mich, denke ich, mal ganz gut damit aus. Also die Software, die wir zur Zeit einsetzen, ist Wanninger für das Ticketsystem und das Zivi-CRM. Wobei, Dominik hat ja schon gesagt, dass er das macht. Ich bin da sehr froh drüber. Also ich kann das Zivi-CRM bedienen, aber ich mag es nicht. Aber das Wanninger kann ich wunderbar bedienen und das geht ja, da denke ich, habe ich überhaupt keine Probleme. Also ich habe in der Verwaltung vom Landesverband so ein bisschen auch mitgearbeitet. Also ich kenne die ganzen Sachen, die es da gibt. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Weitere Fragen? Ich sehe, alle Klarheiten sind beseitigt. Dann übergebe ich das Wort an den Wahlleiter. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, frage ich noch zum letzten Mal, gibt es noch weitere Kandidaten? Damit schließe ich die Kandidatenliste und wir schreiten zur Wahl. Die Wahlhelfer bitte die Wahlurnen aufbauen an den bekannten Plätzen. Wir nehmen den Stimmzettel Nummer 5. Der Ablauf ist wie beim Schatzmeister. Eins für Ja, zwei für Nein. Gar nichts für Enthaltung. Die Wahlurnen befinden sich wieder hier vorne und da hinten. Der Stream ist aus, die Presse macht keine Fotos und die Wahl ist hier mit. Achso, habt ihr die Urnen präsentiert? Ja. Ja. Wie immer jetzt die Möglichkeit ein paar Worte zu verlieren, wer noch was sagen möchte. Ansonsten würden wir jetzt in Anbetracht der Zeit die Vorstellung zum nächsten Amt, das werde der politische Geschäftsführer vielleicht gleich in Angriff nehmen. Würden die Kandidaten für den politischen Geschäftsführer bitte nach vorne kommen? Aber nicht alle auf einmal, sondern jeder nach dem anderen auf die Bühne. Okay. Gibt es noch weitere Kandidaten oder Vorschläge? Ich habe hier einen Vorschlag. Ich würde gerne Alex Lessmann vorschlagen. Gibt es weitere Kandidaten, die noch kandidieren wollen oder sich vorschlagen lassen wollen? Okay. Dann muss ich jetzt kurz schauen. laut der Reihenfolge hat Anita zuerst das Wort. Anita, bitte. So, gut. Anita Rost, mein Name. Früher bekannt unter Friedrich vielleicht. Ja, was erzähle ich euch jetzt? Ich bin Pirat, weil ich mit der aktuellen Politik der renommierten Parteien überhaupt nicht mehr zufrieden bin. Ich komme auch aus einer sehr politischen Familie, war dann zwei Jahre lang politisch nicht mehr aktiv, weil ich mich mit keiner Partei identifizieren konnte mehr und habe dann Anfang 2009 das erste Mal von den Piraten gehört und habe mir gedacht, witziger Name. Habe mich dann da schlau gemacht über die Partei und Mai 2009 habe ich dann diesen Enter Knopf gedrückt. Ja, dann habe ich im Wahlkampf 2009 in Mittelfranken aktiv mitgeholfen bei Infoständen, Flyer verteilen etc. Was ich sehr gut kann, ist organisieren. Ich habe auch die Veranstaltung in Fürth mitorganisiert, als wir Engström zu Gast hatten. Habe Seminare mitorganisiert, unter anderem zur Presse. War dann ein Jahr lang Beisitzer im Bezirksverband Mittelfranken. Das war eine sehr spontane Aktion, weil an diesem Tag sind von sieben gesetzten Kandidaten sind vier aufgestanden und meinten einfach so, wir haben uns heute irgendwie überlegt, das kann ja nicht mehr. Dann saßen wir alle da wie die begossenen Pudel und haben so gedacht, also wenn wir jetzt keinen Gänseg und Schatzmeister haben, sind wir handlungsunfähig. Dann hat man auch mal eine Pause eingehauen und ich habe dann zuerst als Schatzmeister genau, ich muss dazu sagen, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich hätte mir das zugetraut und dann war René Prosig so nett und hat mich angesprochen und meinte so, machst du das jetzt aus Pflichtbewusstheit oder weil du es wirklich willst und ich habe dann zu ihm gemeint, eigentlich aus Pflichtbewusstheit, damit was vorangeht, aber eigentlich möchte ich in meiner Freizeit nicht das tun, was ich auch schon in der Arbeit mache, nämlich mit Zahlen jonglieren. Dann hat er sich bereit erklärt und ich habe dann als Beisitzer kandidiert. Das war eine super schöne Zeit dieses Jahr. Wir haben unheimlich viele Aktivitäten getan, gemacht und ja, ich bin Pirat, einfach weil ich absolut hinter unseren Zielen stehe und ja, was soll ich euch noch erzählen. Ich wurde jetzt eben gefragt zuerst, ob ich hier als Beisitzer kandidiere, ich habe es mir überlegt, habe ich gesagt, ja, kann ich und dann wurde ich von anderen Piraten noch gefragt, ob ich als Polkiv kandidiere, habe ich gesagt, gut, so viel von meiner Seite. ja, hallo, ich bin der Leo van der Sleep, mich kennen wahrscheinlich einige hier, aber sicher nicht alle, weil ich zugegebenermaßen seit der letzten Bundestagswahl nicht mehr sonderlich aktiv war, nur gelegentlich bei Infoständen oder wenn ich mal über Unterschriftensammler gestolpert bin, dass ich da mitgeholfen habe. Aber die nächsten Bundestagswahlen, die nächsten Landtagswahlen stehen auch hier in Bayern wieder an und hier möchte ich auch wieder tatkräftig mitwirken. Die Stimmung in Berlin, denke ich, reißt viele mit und diese Stimmung auch nach Bayern zu tragen, das ist unsere Aufgabe hier im Landesverband und darum habe ich mich, okay, ich muss zugeben, überreden lassen von der Heide, hier auch zu kandidieren. Zur Heide, sie hat vorhin gesagt, dass sie nicht hinter Rest steht, ich stehe hinter Rest. Wenn wir anderer Meinung sind zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, dann kommen wir auch zu einem meiner wichtigsten politischen Punkte. Der Fraktionszwang ist mir ein ziemliches, ein ziemliches, ziemlicher Dorn im Auge, wenn ich höre, dass für bestimmte Fragen im Bundestag der Fraktionszwang aufgehoben wird, da kriege ich jedes Mal einen Hals. Aber das nur am Rande zum Verhältnis zu Heide, ich glaube, wir können super miteinander arbeiten, auch wenn wir in manchen Punkten nicht einer Meinung sind. Ansonsten zum Programm der Piratenpartei, ich kann das komplette Programm unterstützen, das ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen holprig formuliert oder wenn es dann um den ganzen Entschuldigung, ich habe heute erst erfahren, dass ich vorgeschlagen bin und habe mich überreden lassen, ich habe keine Rede vorbereitet, aber ich kann sagen, ich unterstütze das volle Programm und hoffe, dass ich wieder aktiv sein kann im Vorstand, so wie ich es damals als Generalsekretär war. Generalsekretär oder Schatzmeister wäre definitiv nicht mein Ding gewesen. Das war damals, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, mit 60 Anträgen am Tag, war man nur noch mit Verwaltung beschäftigt, ich möchte mich diesmal mehr um Politik kümmern können. Genau, das war's. Danke. Es haben sich einige gefragt, wieso ich so gezögert habe. Ich bin euch eine Erklärung schuldig. Jetzt, hey, ich kann doch noch reden. Kira hat mal sehr schön geschrieben, erst heben Piraten andere auf ein Podest, dann pinkeln sie so lange dagegen, bis derjenige den Gestank nicht mehr aushält. Man tritt ja als Vorstand in die Piratenpartei, bekanntlich wegen dem Ruhm, dem Geld und der vielen Frauen. Dafür kann man sich Sprüche antun, das alles in fünf Minuten in meiner Inbox schauen, wie du bist ein Idiot, der sich hier ständig profilieren will. Ne, meine Leute, die Profilsucht lauert woanders. Oder Sprüche wie du bist zu feige, den Mund aufzumachen, ich und den Mund nicht aufmachen können. Oder im Sachen im Nachhinein so hindrehen, wie es dir passt, bist du gut. Auch eins meiner Lieblinge, deine Aussagen sind unterstes Linksparteien Niveau. Oder aber, ganz toll, ich möchte dir endgültig nahelegen, zur SPD oder zur Linkspartei zu wechseln. Danke, SPD war ich schon, Jugendsünde, drei Monate, nie wieder. Oder aber, die Grünen wollten dich nicht mehr, also hast du dir halt die nächste Partei ausgesucht. Aber ich werde lieber so behandelt für das, was ich tue, als dafür, dass ich etwas unterlasse. Ich habe viel getan, ich werde noch viel tun und es ist egal, ob ich das als Vorstand tue oder nicht. In dieser Partei gibt es genügend Baustellen, es gibt genügend zu tun. Und doch trete ich gerne wieder zur Wahl und hole mir das Mandat von euch, ein weiteres Jahr für euch zu arbeiten. Ich tue es, weil es neben den Bremsern und den Destruktiven viele Aktive gibt, die ihre Zeit und ihre Kraft für diese Partei hergeben. Ich tue es für Ron, ich tue es für Kalle, für Roland, Ronald, Astrid, Anita, für Martin, für Seko und Dominik ganz besonders. Ich tue es für Markus, Svenja, Fritz, Spencer. Wenn ich weitermache, sind wir noch morgen da und erzählen, wie viele gute, aktive Leute wir dabei haben. Und wer sich gerade als Bremser oder destruktiver angesprochen fühlt, sollte überlegen, was er oder sie getan hat, um sich so zu fühlen und ob es nicht endlich Zeit ist, das zu ändern. An alle pöbelnden Bremser, an alle Schlechterzogenen, an alle Destruktiven, wählt mich nicht. Wählt mich nicht, wenn ihr nicht bereit seid, den mehrheitlich gewählten Vorstand zu unterstützen. Wählt mich nicht, wenn ein politischer Geschäftsführer eurer Meinung nach seine Meinung im Einklang mit der Satzung nicht äußern sollte. Wählt mich nicht, wenn ihr meint, eine Wahl sei das große Halali zur Jagd auf auf den Vorstand wählt mich nicht, wenn ihr nicht bereit seid, Kritik konstruktiv zu äußern. Wählt mich, wenn ihr der Meinung seid, dass ich die Öffentlichkeitsarbeit gut voranbringe und ich es weiterhin tun soll. Wählt mich, wenn ihr einen sozialliberalen politischen Geschäftsführer wünscht, der in der Öffentlichkeit die Meinung der Partei eure Meinung vertritt. Wählt mich, wenn es euch passt, dass ich immer wieder und überall Ideen anstupse in der Hoffnung, dass eine davon haften bleibt. Wählt mich, wenn ihr bereit seid, Politik mit zu gestalten und der Partei und dem Landesvorstand dafür zur Verfügung steht. Wählt mich, wenn ihr willig und fähig seid, eure immer willkommene Kritik konstruktiv zu äußern. Wählt mich, wenn ihr einen emsigen politischen Geschäftsführer wollt, der auf Ideen und Anfragen von euch antwortet, wie kann euch dabei helfen? Was brauchst du von mir? Wählt mich, wenn ihr wollt, dass die Piraten in Bayern jede Dummheit der Etablierten frech kommentieren. Die machen viele, Auswahl gibt es genug. Was habe ich denn vor? Ich will weiterhin strategische Öffentlichkeitsarbeit durchführen, damit immer mehr Bürger uns kennen und schätzen lernen. Ich will weiterhin meine Meinung sagen, egal wie vielen Bremsern sie stört. Ich werde eine starke Gruppe für die Öffentlichkeitsarbeit aufbauen. Dafür muss ich, müssen wir Piraten mobilisieren. Mobilisieren und aufbauen geht nur, indem man Bremser und Destruktive in die Schranken weist. Ich werde weiterhin mit dem Ziel der Wahlen 2013 und 2014 unsere Ideen und unseren Namen überall verbreiten. Ich will weiterhin zu jedem Thema an die Öffentlichkeit gehen, das uns betrifft. Ich will weiterhin für Bürgerrechte, Demokratie und ein soziales Miteinander kämpfen, denn die Piratenpartei ist die einzige Partei, die das in Deutschland tut. Nun wisst ihr, wen ihr wählt und was ihr wählt, wenn ihr bei mir euren Kreuz macht. Vielen Dank. Vor der Befragung würde ich gerne das Wort an den Wahlleiter übergeben, denn wir haben ein Ergebnis. Wir haben einen Generalsekretär. Wir hatten 97 abgegebene Stimmen, eine ungültige, eine Enthaltung, fünf Nein-Stimmen und mit 90 Stimmen ist der Franz zum Generalsekretär gewählt worden. Und da es offiziell so sein muss, hier die Frage, Franz, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an und danke. So, dann bitte ich jetzt die Kandidaten von dem politischen Geschäftsführer vorne auf die Bühne. Bitte alle, die jetzt Fragen haben, ans Mikro, wie gehabt, ihr könnt einen Fragen stellen, ihr könnt dann alle Fragen stellen. Boris, ich ist der Erste, bitte. Ja, meine Frage geht an Alex, ich geselle mich mal zu denen, die dir ans Podest pissen wollen, wie du so schön ausgedrückt hast. Und zwar, du hast gesagt, du bist immer für konstruktive Kritik willkommen, du hast auch gesagt, du willst ein leistungsstarkes Team für die Öffentlichkeits Arbeit aufbauen. Was du aber besonders in den letzten Monaten ganz gut geschafft hast, ist die Presseliste mit deiner Umgangsweise, mit und mit deiner absoluten Unwilligkeit auf jegliche Kritik einzugehen, die meisten aktiven Piraten, die auf der Presseliste waren und die bei deiner Wahl vor einem Jahr sehr große Hoffnungen gesetzt haben, dass ein leistungsstarkes Presseteam aufgebaut wird, die sich tief enttäuscht fühlten und die also es ist ja eine Fragerunde, deshalb höre ich jetzt mit dem Podest auf und stelle dir die Frage, bist du bereit auch mit den Leuten, die jetzt noch willig willens sind, die Pressearbeit zu tun, auch die jetzt auf der Presseliste sind, einen offenen Dialog zu führen zu der Arbeitsweise oder willst du es weiter nach dem Motto betreiben, ich bin ein gewählter Vorstand und entweder ihr macht es was ich will oder ihr könnt es euch von der Liste verabschieden und wer noch ein Off-Topic postet, fliegt da sowieso raus, wie du es die ganzen letzten Monate gemacht hast. Natürlich bin ich bereit, ich habe ja gesagt, konstruktive Kritik, die landet bei mir immer. Kritik nach dem Motto, du bist ein Idiot, wie war, wie habe ich es zitiert? Du bist ein Idiot etc. pp, das kann ich belegen, ich habe die Mail da, die ignoriere ich und das werde ich auch weiterhin tun. Kritik nach dem Motto, wir sollten das so und so tun oder so und so anders. Gerne, jederzeit. Ich muss mir die Meinung nicht annehmen, aber ich werde sie mir anhören, natürlich. Frage an alle, wer von euch würde auch für den Beisitzer kandidieren? Beisitzer. Genau. Ja, gut. Mal feststellen, also Anita und Leo haben die Hand gehoben, Alex nicht. Wenn ich dazu was sagen darf, ja, ich denke, dass der politische Geschäftsführer definitiv eher mein Posten wäre und ich habe auch Beisitzer gesehen, die ich ganz gerne nicht aus der Liste schubsen möchte, aber ja, ich möchte auf jeden Fall wieder aktiver werden und ich weiß, dass ich selbst auf jeden Fall aktiver werde, wenn ich im Vorstand bin und das hat beim letzten Mal, waren das sechs Stunden am Tag, die ich als Vorstand gemacht habe. Momentan ist halt, ja, drei Stunden in der Woche Mailing-Liste oder Liquid-Feedback. Das muss sich ändern und das werde ich auch ändern. Danke. Nachdem du jetzt gerade ausführlicher warst, Alex, du hattest die Hand nicht gehoben, glaube ich. Warum nicht? Warum keinen Beisitzer? Weil ich einfach jemand bin, der Öffentlichkeitsarbeit gut machen kann und gut machen werde. Als Beisitzer bin ich, glaube ich, nicht der Richtige. Da sind andere besser. Ja, auch eine Frage an den Alex. Wir kennen dich ja als jemand, der überall rumturnt, nicht nur in Bayern. Ich glaube, du bist auch in der Pressearbeit auf Bundesebene aktiv. Von daher die Frage von deinen 26 Stunden am Tag, die du für die Piraten aufbringst. Wie viel davon wirst du in Bayern aufbringen und wie viel außerhalb von Bayern? Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber ich kann dir sagen, es wird nicht weniger für Bayern sein. Wird dein Fokus auf Bayern liegen? Mein Fokus lag immer auf Bayern. Ich habe einiges gemacht. Ich habe Kontakte mit verschiedenen NGOs gemacht. Ich habe mich regelmäßig mit Journalisten getroffen. Das werde ich intensivieren. Da schleppe ich immer Seko mit. Und ja, auf jeden Fall. Natürlich. Mein Ziel ist es, die Öffentlichkeitsarbeit so aufzustellen, dass wir 2013 und 2014 in den Köpfen der Öffentlichkeit sind in Bayern. Danke. Eine Frage an Leo. Leo, wenn du ein Lieblingsthema haben würdest, als politische Geschäftsführer, und du bist ja zum Beispiel in der Presseliste, wo man freiwillige kollaborativ arbeiten. Wie würdest du dein Lieblingsthema voranbringen wollen, dass dir jetzt einfach wichtig ist und vielleicht sogar mit Parteithemen kollidieren würde? Also wie würdest du diesen Dialog führen? Wie würdest du deine eigenen Themen brüchen wollen? Gar nicht. Also ich bin sehr für das bedingungslose Grundeinkommen, aber ich weiß, wie das Probleme macht in der Piratenpartei. Ich weiß, dass wir eine Ein-Prozent-Partei sind. Nein, eine Ein-Themen-Partei, Entschuldigung. Genau so wie alle anderen, die halt mit fünf Prozent im Parlament sitzen. Und dazu brauchen wir nicht für jedes Thema eine einheitliche Parteimeinung. Ich denke, wir werden uns später dringender um weitere Themen kümmern müssen. Aber momentan sehe ich nicht das Problem, dass ich jetzt noch mein Steckenpferd, was nicht im Parteiprogramm drin steckt, auf die Agenda setze. Also klar habe ich viele Interessen, die jetzt außerhalb vom Parteiprogramm liegen. Aber hier konzentriere ich mich auf das Parteiprogramm. Und ich bin sehr glücklich, dass das Parteiprogramm absolut meine, dass ich jedem Punkt des Parteiprogramms zustimmen kann. Ich möchte mal nachfragen, du weißt ja, dass so Versuche gemacht werden. Und ich stelle die Frage ja nicht ohne Grund. Es gab ja immer eine Diskussion, wie tut man gerade in Vorstandspositionen seine Themen durchdrücken? Wie sehr wärst du kritikfähig, auch wenn dir mal deftiger ausfällt? Entschuldigung, vielleicht verstehe ich die Frage nicht ganz. Also hast du jetzt irgendwas Konkretes, wo du bei mir Sorgen hast? Nein, es ist einfach, nehmen wir mal an, du hattest irgendwelche Punkte, die du vorbringen möchtest. Wie steht einfach für dich, für die Mitarbeit mit dem Presseteam da? Das war ein Problem. Es gibt das Problem, wir haben einen guten Chef, aber der Chef allein ist nur so gut wie das Team. Und wenn das Team davonläuft, ist der Chef nicht mehr gut. Und deswegen die Frage, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Kritik um, im Allgemeinen? Also ich denke, ich kann über alles sehr gut reden. Und ich weiß nicht, also kann das irgendjemand anders nicht bestätigen? Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kann sehr gut mit Kritik umgehen. Nächster. Ich hatte eine Frage an Anita und Leo. Also Alex hat schon ein bisschen skizziert, wie er die Rolle ausführen wird, wie er den politischen Geschäftsführer sieht. Mich hätte interessiert, was ihr vorhabt in dem Amt, was eure Ziele sind, wie ihr das ausfüllen wollt. Also ich bin neuer, aber teilweise nicht ganz so genau, was ein politischer Geschäftsführer macht. Deswegen wäre das immer ganz nett, wenn ihr es kurz skizzieren könntet. Also was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, ich habe im Wahlkampf 2009 auch unheimlich viel Pressearbeit gemacht. Ich bin jemand, ich habe überhaupt kein Problem damit, ein Telefon in die Hand zu nehmen, irgendwo anzurufen und zu sagen, hallo, hier ist die Piratenpartei, bla 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 bla, möchten Sie einen Pressetext haben, wie ist Ihr Kontakt? Das werde ich weiterhin tun. Ich werde meine Pressekontakte nochmal aufbereiten. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin auch jemand, der auf Leute zugehen kann, auf neue Piraten, einfach zu ihm zu sagen, ja, hallo, komm mit, sei dabei. Ich denke, in dem folgenden Jahr, wo wir im Amt wären, ist der größte Fokus, einen guten Wahlkampf vorzubereiten und dort darauf zu achten, dass eben keine komischen Entgleisungen passieren. Ich meine, natürlich ist jeder gefordert und viele kleine Piraten, die eben nicht irgendwelche gewählten Ämter haben, ergreifen Initiativen und das ist natürlich auch wichtig. Aber hier ist es wichtig, dass man auch eine gewisse Konsistenz nach außen darstellt. Und da hoffe ich, dass ich meinen Beitrag leisten kann. Jetzt gibt es ja momentan den, ich sage mal, neuen Ansatz, den Marina verfolgt, dass der politische Geschäftsführer sich, ich sage mal, programmatisch engagiert, weniger auf Presse lastig. Erstens mal, wie steht ihr dazu? Und dann noch die Frage an Leo, warum kannst du als Basismitglied nicht aktiv sein? Habe ich nicht gesagt. Basismitglieder sind aktiv in der Piratenpartei, viel aktiver als in jeder anderen Partei. Und das... Die Frage war, warum kannst du nicht als Basismitglied aktiv sein? Ach so, Entschuldigung. Weil du vorhin gesagt hast, du warst die letzten zwei Jahre nicht aktiv und du würdest jetzt als Vorstand wieder aktiv sein. Ach so, ja, Entschuldige, ja. Ich habe in der heißesten Ansturmphase den Posten des Generalsekretärs gehabt, wo ich ehrlich gesagt tatsächlich überfordert war mit 60 Anträgen am Tag und einer noch schlechteren IT, als wir sie da heute haben, hoffentlich. Und das war mit, weiß nicht, fünf, sechs Stunden am Tag gegen Ende einfach, da war einfach die Gefahr da, dass ich ein Burnout habe. Und war dann, hat mich komplett verabschiedet. Und ja, das hat halt eine ganze Weile gedauert, bis ich immer mal, bis ich wieder zu einzelnen Aktionen gekommen bin. Aber ich weiß, dass es mir Spaß macht und ich weiß, dass ich, wenn ich Verpflichtungen habe, diesen auch nachkommen werde. Und ich möchte jetzt damit aufhören, dass ich nur gelegentlich zufällig bei Infoständen vorbeikomme und Luftballons knote, sondern ich möchte jetzt wieder hier in der Verantwortung sein und hier meinen Teil beitragen, dass wir eben zur Bundestagswahl erfolgreich sind. Okay, dann antworte ich zuerst. Ich finde Marinas Deutung des politischen Geschäftsführers interessant. Es wäre nicht etwas, was ich machen könnte. Wie ich schon sagte, ich bin jemand, der Öffentlichkeitsarbeit gut machen kann. Vorerst besser als andere, wenn es bessere gibt, umso besser. Und entsprechend, ich glaube, ich könnte die Rolle des politischen Geschäftsführers, so wie Marina sie versteht, nicht richtig ausfüllen. Dazu muss ich sagen, ich könnte mir das schon vorstellen. Wir haben schon ein paar Marinas auch in Mittelfranken organisiert und es kam immer ganz gut an. Das war die Wirtschaftsführer im Bund. Ich hätte auch noch eine Frage an alle drei. Die dritte Startbahn des Flughafens München-Erding wird eines der wichtigsten Themen sein. Was werdet ihr in eurer politischen Öffentlichkeitsarbeit in dieser Hinsicht tun? Also ich würde es so sehen. Ich bin jetzt zwar kein Münchner und habe mich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt. Ich würde mir eine Meinung von der Basis einholen und dann mehrheitlich... Okay. Wie gesagt, ich habe mich jetzt mit dem Thema speziell noch nicht beschäftigt. Wie gesagt, ich würde ja einfach auf die Basis setzen und diese Meinung dann vertreten. Also der erste Schritt meines Erachtens. Zum einen, wir haben schon im Programm einen Punkt, in dem wir uns gegen die dritte Startbahn stellen. Wurde letztes Jahr beschlossen. Nein? Wir sind gegen die aktuelle Form der dritten Startbahn. Danke für die Korrektur. In erster Linie, glaube ich, ist es etwas, was in Freising und München geschehen muss. Und entsprechend wäre es gut, wenn alles gemacht wird, um die Freisinger und Münchner zu unterstützen. Auch den Kontakt zu den Truppen, die sich dort aufstellen, mit aufgemuckt, glaube ich, nennt sich die eine. Und entsprechend auch den Freisingern so viel Hilfe zukommen zu lassen, wie nur möglich. Ich glaube aber, dass die Freisinger dort einfach den Kontakt viel besser aufstellen können und dass man sie eigentlich nur helfen sollte. Wenn die Freisinger das anders sehen, sollen sie sich bitte an den politischen Geschäftsführer wenden. Ich denke, das ist Sache der Basis zu entscheiden, wie viel Gewicht da tatsächlich gelegt werden muss. Und der Beschluss vom letzten Jahr wird sicher auch Aufgabe vom Vorstand sein, den weiter zu unterstützen und nicht nur Papier ruhig sein zu lassen. Ich würde da nicht eigene Positionen entwickeln wollen, wie sie auch sagt. Danke. Ihr habt eine Frage an alle drei, eigentlich ganz kurz so mit Ja oder Nein hoffentlich zu beantworten. Angenommen, Schwarz-Gelb in Berlin scheitert und wir sind nächstes Jahr dazu verdammene Bundestagswahlen durchführen zu dürfen wollen müssen. Traut sich jeder von euch zu, dass erstens zeitlich, kriegt ihr das gebacken und zweitens auch dieses Projekt, weil das ist ja ein anderes Jahr als so wie wir es momentan, wenn wir davon ausgehen, nächstes Jahr ist kein Wahljahr. Kriegt ihr das auf die Reihe? Ja, also ich bin gerade in einer, also ich habe mich gerade selbstständig gemacht und ich kann mir meine Zeit sehr frei einteilen und ich hoffe, dass bis dahin auch die Gelder so fließen, dass ich eben nicht 60 Stunden die Woche arbeiten muss. Und ich bin aber auch sehr, sehr optimistisch mit den Projekten, die momentan anstehen. Also, Klaus, Ja. Ja. Ebenfalls ein Ja. Gut, gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Nein, okay. Dann bitte ich den Wahlleiter, seine Pflicht zu tun und wir kommen zur Wahl des politischen Geschäftsführers. Okay, also ihr habt es gesehen, wir haben jetzt drei Kandidaten, wir haben als nächsten Wahlzettel Nummer sechs, bläulich, grau, blassblau, wie auch immer. Ihr habt drei Stimmen, es ist wieder wie, in etwa wie beim Vorsitzenden, dass das Approval Voting ist. Ihr könnt bis zu drei Kreuze machen bei eins, zwei und drei, da ist jetzt auch die Liste, für was die Zahlen stehen. Wer keinen der Kandidaten unterstützen möchte, kein Kreuz machen. Es gibt keine explizite Nein-Stimme. Danke für den Hinweis, die Kandidatenliste ist geschlossen. Und wenn die Urnen kurz präsentiert werden, dass sie auch leer sind. Okay. Gut, die Urnen wurden präsentiert. Die, die schon in der Nähe stehen, haben sich hoffentlich davon ein Bild gemacht, dass sie leer sind. Und der Wahlgang ist hiermit eröffnet. Und bitte jetzt langsam wieder die Plätze einzunehmen. Die Auszählung läuft noch, aber wir würden gerne zumindest schon mal mit der Vorstellung der Kandidaten für die Beisitzer anfangen. Jetzt ist die interessante Frage, wie viele Kandidaten für die Beisitzer sind denn jetzt schon wieder eingetroffen? Diejenigen, die für den politischen Geschäftsführer kandidiert haben, aber auch noch für den Beisitzer kandidieren wollen, dürfen sich jetzt noch zurücklehnen, bis die Wahlergebnisse verkündet sind. Aber so wie ich das sehe, haben wir zwei oder drei Kandidaten, die nicht für den politischen Geschäftsführer kandidiert haben. Die würde ich jetzt schon mal auf die Bühne bitten. Alle anderen Kandidaten, die sich noch spontan entscheiden sollten, für den Beisitzer zu kandidieren oder jemanden vorschlagen wollen für den Beisitzer, der bisher nicht zum politischen Geschäftsführer kandidiert hat, dürfen jetzt auf die Bühne kommen. Okay, dann hat jetzt laut Liste Florenz zuerst das Wort. Gut, ich wollte schon immer mal vor so einer coolen Leinwand stehen, da fühlt man sich irgendwie wichtig. Mein Name ist Florenz Dölschner, ich bewerbe mich auf das Amt des Beisitzers. Ich muss dazu sagen, ich bin momentan stellvertretender Vorsitzender im KV Fürth und ich werde das auch bleiben. Jetzt kommt die Sache mit Ämterkumulation und so weiter, wir hatten das ja vorhin schon. Da muss ich dazu sagen, ich habe es beim KV-Parteitag schon angesprochen und der KV hat gesagt, wir stimmen einer Kumulation der Ämter zu, du darfst das von uns aus machen. Wenn ihr mich heute wählen würdet, müsstet ihr dementsprechend auch zustimmen oder solltet ihr, ich bitte euch darum. Ich bin meiner Meinung nach ein recht aktiver Pirat. Ich habe vorhin noch mal nachgezählt. Es sind 54 bayerische Mailinglisten, die ich lese. Dazu kommen noch mal 52 aus dem Bund. Es ist eine ganze Menge, die ich von der Piratenpartei mitnehme. Ich antworte nicht sehr häufig, das sage ich jetzt schon mal, liegt aber hauptsächlich daran, ich maße mir nicht an, irgendwo in Schwaben oder in Oberbayern mitreden zu können, weil ich kenne die Situation momentan ja noch gar nicht, wie es da unten abgeht. Wenn jetzt die Frage kommen sollte, Moment, du machst KV, dann mache ich noch Organisation von Bundesparteitagen, hast du überhaupt Zeit dafür? Ich habe ja gerade gesagt, ich lese über 100 Mailinglisten, ich lese die Hyperaktive, da könnte ich durchaus einsparen, Zeit ist genügend vorhanden. Ich bin kein Pirat, der groß in der Öffentlichkeit steht, ich bin jemand, der organisiert, ich bin jemand, der im Hintergrund arbeitet und ich denke aber auch, dass ich das zuverlässig mache. Ich bin zum Beispiel jetzt, um das hier mit dem Beaming zu machen, ich hoffe, es gefällt euch soweit, am Donnerstag angereist, habe mir am Donnerstag hier die Halle angeschaut. Und um mir die Fahrten zu ersparen, von Fürth hier runter sind auch immerhin über 200 Kilometer, habe ich dann die letzten zwei Tage hier verbracht und habe gestern Abend noch einen Münchner Schlammtisch mitnehmen dürfen. Was meine Ziele als Beisitzer sind, das ist größtenteils weiterhin die Organisation von aktiven Treffen, von, ich helfe auch gerne bei irgendwelchen Bezirks- oder Kreisparteitagen, und ein weiteres Anliegen ist mir die Aktivität der Mitarbeiter, nein Quatsch, der Mitglieder zu steigern. Wir haben momentan ein ziemliches Problem, wurde ja auch schon vermehrt angesprochen, wir kriegen neue Mitglieder, wir haben alte Mitglieder, die früher mal ein Amt hatten und die vegetieren teilweise vor sich hin und machen nichts mehr oder haben noch nie was gemacht und würden vielleicht auch gerne wissen, wie man was macht und in die Richtung möchte ich gerne arbeiten. Das war es von mir, ich gebe mal ab an den Nächsten. So, bevor der Nächste kommt, kurz nochmal Platz nehmen, wir haben ein Ergebnis, wie ich das richtig verstehe. Ja, wir haben einen politischen Geschäftsführer. So, in umgekehrter Reihenfolge, es sind, also wir hatten 94 abgegebene Stimmzettel, entfallene Stimmen auf den Leo 27, auf die Anita 31 und 77 Stimmen oder 83,7% auf Alex. Und deswegen frage ich dich, Alex, nimmst du die Wahl an? Wenn ich jetzt Nein sage, werde ich verhauen. Ja, danke. So, dann darf Heide jetzt ans Pult gehen. Kurz bevor es weitergeht, Anita und Leo, wo ist er denn? Haben ja noch angekündigt, auch für den Beisitzer kandidieren zu wollen, ihr dürft also auch wieder auf die Bühne kommen. Gut, im Grunde kann ich mich nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich biete euch an, dass ihr mich wieder wählen dürft. Was ich euch biete, ist, dass ich weiter in der Kommunikation arbeite. In Hinblick auf die Landtagswahl 2013 beim Programm organisierend mitwirke, also fördere und vorantreibe, dass wir ein Wahlprogramm haben zur Landtagswahl. Das ist auch das Ziel, dass Ende der Amtszeit des sechsten Vorstandes ein fertiges Programm steht. Was ich mir vorbehalte und was ich nicht machen werde, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn ihr wollt, kann ich das auch wiederholen. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ist, andere Vorstandsmitglieder zu unterstützen, was auch die Aufgabe eines Beisitzers ist. Habt ihr Fragen? Applaus Ja, also vorgestellt habe ich mich vorhin schon. Noch kurz ein Satz vielleicht dazu. Ich war ein Jahr lang schon mal Beisitzer im legendären Bezirksverband Mittelfranken, als wir unheimlich viel Kacke an der Backe hatten. Ja, wir haben es versucht, so gut wie möglich zu lösen. Ich bin immer noch mit Herzblut dabei und wenn ihr mir eure Stimme geben wollt, dann tut es. Ja, ich habe vorhin versprochen, dass ich wieder antrete für diesen Posten und das tue ich jetzt hiermit auch. Ich hoffe, dass ich da mehr als die eben erwähnten Prozente bekomme. Ja, ich glaube, ich habe mich vor fünf Minuten vorgestellt, brauche ich es nicht nochmal tun. Danke. Okay, das ging schnell. Da kam nicht mal die Leinwand hinterher. So, der Wahlleiter ist nicht da, deswegen springe ich jetzt mal kurz an dieser Stelle ein und frage. Gibt es, ah, da ist noch einer. Sehr gut, wollte ich gerade fragen, gibt es noch jemanden? Hallo, Ahoi miteinander. Ich bin Marc Huger, komme aus Neumarkt, bin dort Kreisvorsitzender und trete heute als Beisitzer hier im Landesverband an. Was ich bisher so gemacht habe, im Kreisverband natürlich, für uns das OB-Casting ganz wichtig, da war ich also maßgeblich beteiligt an der Ideengebung, an der Organisation, was auch relativ gut angekommen ist, also was wirklich ein super Presseecho gebracht hat und auch, ich bin oft angesprochen worden, also es hat uns mit Sicherheit was gebracht, auch wenn wir am Schluss dann die Unterstützerunterschriften leider nicht zusammenbekommen haben. Ansonsten, zu meinen anderen Tätigkeiten, also ich bin für den Landesverband Beauftragter für Spendenbescheinigungen, das heißt, das ist immer so am Anfang des Jahres so ein Schwung, der da bearbeitet werden muss, das ist eine relativ unspektakuläre Tätigkeit, ja, das sind Datensätze, die man wälzen muss und solche Sachen und dann eben das Zeug drucken und eintüteln. Und das ist eigentlich so mein, das Gebiet, wo ich gerne mache, also triste Tätigkeiten, die gemacht werden müssen, also notwendige Übel. Im Verwaltungsbereich, da bin ich also mit Dominik, ja, in gutem Kontakt, wenn da irgendwas ansteht, irgendwelche Angelegenheiten, die eben erledigt werden müssen, da bin ich also stark engagiert. Weiterhin im Werbemittelbereich, also wir haben den Piratenservice.de aufgebaut, hat am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten gehabt, aber hat auf jeden Fall die relativ zeitnahe Belieferung mit Werbemitteln sichergestellt, nachdem ja, nach Wegbruch der AG Werbemittel, die Versorgung im Prinzip, ja, mehr oder weniger überhaupt nicht mehr zur Verfügung stand. Jetzt im Moment bin ich also im Volksbegehren sehr aktiv, das heißt, ich war beim, ja, jetzt beim Druck der Unterschriftenlisten, der Flyer und so weiter, bin ich eingebunden, und eben auch konkret jetzt bei der Erfassung der ganzen Unterschriften, die müssen ja auch, die werden also gescannt, mit dem Barcode versehen, dass das Ganze dann auch wieder zuordnbar ist und so weiter. Also das sind auch so Tätigkeiten, die also mehrere Stunden am Tag in Anspruch nehmen, und was jetzt nicht spektakulär ist, was im Hintergrund abläuft, und das mache ich im Prinzip gern. Ich bin keine Rampensau, also ich stelle mich nicht vor Kameras, vor Fernsehkameras oder so, gebe Interviews, das liegt mir also weniger, aber die Arbeit im Hintergrund auch. Bei mir gibt es auch das Problem, also wir sind im Kreisverband relativ dünn aufgestellt, was die Vorstandsmitglieder angeht, das heißt, ich werde wahrscheinlich den Posten nicht wirklich aufgeben können, weil sonst überhaupt nichts mehr passiert, und daher bitte ich euch auch um die Zustimmung der Ämterkumulation. Ich glaube nicht, dass das ein zeitliches Problem ist, ich habe mir deswegen keine Freundin angeschafft, oder so weiter, also insofern, da sind dann auf einen Schlag schon viele Stunden dann wieder frei, die ich auch gerne für die Piraten einsetze und auch bisher eingesetzt habe, und ich bitte da einfach um euer Vertrauen, auch weiterhin viele Stunden für die Piraten einbringen zu dürfen, und daher stehe ich euch als Beisitzer zur Verfügung. Dankeschön. So, dann bitte ich jetzt die Kandidaten hier in die Mitte der Bühne, und ihr könnt euch an Zahlenmikrofon stellen und Fragen an die Kandidaten loswerden. Die Liste ist hier noch nicht geschlossen. Ist Simon Engel noch hier? Nein. Das ist ja doch. Ich wollte Ihnen gerade vorschlagen, egal. Ihr habt ja alle angeboten, oder ihr habt alle gesagt, ihr wollt den Vorstand, die Vorstandskollegen unterstützen. Einfach mal eine Frage an jeden von euch. Was wäre so euer Steckenpferd, eure Aufgabe, die ihr unbedingt machen wollt, die ihr so als euer Ding betrachtet? Also gut, wie gesagt, was ich sehr gut kann, ist organisieren. Organisieren, Seminare, Events, etc. Ich werde auch mit an Pressetexten schreiben. Ja, was ich auch kann, ich bin gelernte Kauffrau, ich kann auch den Schatzmeister unterstützen. Ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe hier organisiert, ich habe die letzten zwei Landesparteitage mit organisiert, ich habe den letzten Bundesparteitag mit organisiert, etc., etc., etc. Organisieren ist meine Stärke. Und zudem habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich versuchen werde, in Richtung Mitgliederaktivierung was zu machen. Ich würde nicht viel anders machen als im vergangenen Jahr, weil ich denke, dass ich das doch sehr gut gemacht habe. Ich würde mich auch gerne um die Aktivierung unserer Mitglieder kümmern und ansonsten würde ich gerne auch viel mit Presse arbeiten. Also ich stehe für notwendige Übel zur Verfügung, das heißt also Papierraum im weitesten Sinne, sei es also irgendwelche Bankdaten aufbereiten, irgendwelche Adresslisten nach Straßenverzeichnisse zu matchen oder irgendwelche Sachen. Also das liegt mir einfach. Ich bin eventuell auch im technischen Bereich bereit, damit zu unterstützen. Also wie jetzt hier zum Beispiel diese WLAN-Lösung, die ihr heute alle genießen dürft und die hoffentlich stabil läuft. Wenn einer mal ein bisschen krank einrutet, dann lockt euch einfach auf einen anderen Accesspoint ein. Also im Großen und Ganzen, denke ich mal, funktioniert das. Und auch im technischen Bereich würde ich da zur Verfügung stehen, wenn da Bedarf besteht oder Sachkunde gefragt ist. Okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht diskriminierend den anderen gegenüber. Aber ich habe nur eine Frage an Marc. Würdest du für den Fall, dass du gewählt wirst, dir endlich einen Twitter-Account zulegen, damit du erreichbar bist? Also ich behaupte mal, ich bin erreichbar. Meine Handynummer steht auf meiner Wiki-Seite. Den Twitter-Account, den habe ich eigentlich, ja, ich habe mich breitschlagen lassen, zu sagen, wenn wir bei unserer OB-Wahl 5% erreichen, dann lege ich mir einen zu. Jetzt würde ich mal sagen, wenn ich hier gewählt werde, dann lege ich mir einen zu. Dann lasse ich mich breitschlagen dazu. Hallo, eine Frage an den Marc. Nur zur Klärung. Wie lange würdest du kumulieren wollen, die Entter, gesetzter Fall, du würdest gewählt werden? Also, wenn es möglich ist, bis zum nächsten Parteitag, den wir im ersten Quartal des nächsten Jahres hätten. Darüber hinausgehend ist dann die Frage, ob der jeweilige Parteitag das dann anders sieht. Ich muss dazu sagen, wir haben halt in Neumarkt eine schwierige Situation. Es ist wirklich ein kleiner Kreisverband mit wenigen Mitgliedern, mit sehr wenigen aktiven Mitgliedern. Und im Moment ist es wirklich so, dass eigentlich alles, was in Neumarkt läuft, mehr oder weniger von mir kommt. Und dementsprechend ist es halt wirklich schwierig zu sagen, wenn ich jetzt sage, ja, ich stehe da nicht mehr zur Verfügung, dann können wir den Kreisverband zusperren. Du könntest dir also aktiver zur Verfügung stehen, ohne Amt. Das auf jeden Fall. Ich stehe Neumarkt zur Verfügung. Ich stehe auch hier nach wie vor zur Verfügung, auch wenn ich hier nicht gewählt werden würde. Selbstverständlich. Florenz. Kuckuck. Ja? Das mag sein, dass du es schon gesagt hast und es ist im Volksgemurmel untergegangen und ich habe es nicht mitgekriegt. Du strebst ja an sich eine dauerhafte Ämterkumulation an, ne? Genau. Bis mindestens Juli 2012. Ja. Wenn jetzt der Landesparteitag dir das ablehnt, diesen Wunsch, und du wirst gewählt, was machst du? Dann würde ich noch mal in mich gehen. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Kommt auch darauf an, wie viele Leute mich wählen würden. Weil ich denke, das ist für mich entscheidend, weil wenn ich knapp über die 50 Prozent komme, also nicht knapp die Hälfte der Leute mich unterstützen, ja, ich werde auch trotzdem weiterhin die Sachen organisieren, die ich bis jetzt organisiert habe. Also, das ändert sich ja nicht. Okay, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Marc und an Florenz. Ich habe euch beide als sehr, sehr aktive und fähige Piraten kennengelernt. Jetzt habe ich nur die Frage, haltet ihr die anderen für so unfähig oder warum kandidiert ihr jetzt halt für den Landesvorstand? Warum glaubt ihr, seid ihr um einiges besser geeignet, wie ihr seid die anderen beiden und müsst eben diesen Fadenbeigeschmack, Kumulierung mit reinbringen? Ich sehe Kumulierung nicht als Fadenbeigeschmack. Ich habe ja gerade gesagt, ich organise Bundesparteitage. Da kann ich beispielsweise, auch wenn es jetzt nicht wirklich was mit dieser Kumulierung zu tun hat, da kann ich beispielsweise Kontakte in den Landesverband schon mit reinbringen. Und zum Weiteren, ich habe mich als Erster damals aufgestellt im Wiki, als es noch keinen Kandidaten gab und ich stehe auch weiterhin dazu. Ich denke, es sind aber auch genügend fähige Kandidaten hier mit dem Beigeschmack, dass vielleicht der eine oder andere auch kumuliert. Also es sind eigentlich nur zwei schwergewichtige Kandidaten hier auf der Bühne und also ich sehe da jetzt kein grundsätzliches Problem, was die Kumulierung angeht. Und zwar aus dem Grund, weil ich weiß, dass es funktionieren wird, weil ich kenne den Zeitaufwand, den ich jetzt bisher für den Kreisverband gehabt habe und ich kenne den Zeitverbrauch, den ich bisher in den Landesverband investiert habe und das ist mit Sicherheit mehr, als sehr viele andere Mitglieder geleistet haben. Und ich denke mal, dass das durchaus machbar ist. dass die Mitbewerber sind mit Sicherheit in ihren Spezialgebieten besser geeignet. Das gebe ich gerne zu. Ich habe ein paar Fragen an alle und zwar, wie viel Zeit habt ihr allgemein? Wer kann seine Handynummer ins Wiki schreiben? Das heißt, wer ist wirklich so flexibel, möglicherweise selbstständig, einfach von der Arbeit her, dass er wirklich auch sehr schnell reagieren kann. Wie ist das jetzt langfristig gesehen mit irgendwie Arbeit? Ist da jemand dabei, der sogar sagen würde, ja, ich könnte irgendwie mich im Job ein bisschen zurücknehmen, jetzt wenn es irgendwie 2013 so richtig ernst wird und wir da auch gebraucht werden, weil ich denke mal, das Amt, das ihr jetzt, ich denke, das Amt, das ihr jetzt annimmt, das habt ihr nicht bloß, wenn ihr eure Sache gut macht, nicht bloß 2011, 2012, sondern eben auch zum Wahlkampf 2013 und ich habe das jetzt mitbekommen, in Berlin, da gab es Leute, die haben jetzt ihr Studium teilweise zurückgestellt, da haben jetzt ein Urlaubssemester genommen, haben teilweise Jobs angenommen, die einfach weniger Aufwand sind. Also seht ihr da vielleicht auch irgendwie eine Zukunft dann in der Politik? Das heißt, dass ihr euch da komplett eben der Politik widmet und dann eine ganz konkrete Frage, wer hat denn morgen Zeit? Weil wir haben gesagt, dass ein paar Leute vom neu gewählten Landesverband bei unserer Party in München sind. Also falls jemand da schon zusagen kann, sei nur mal gesagt. Darf ich kurz, ich bitte die Kandidaten, dass es fünf sind, die Antworten ein bisschen kurz zu halten, weil es waren vier Fragen auf einmal, bitte. Genau. Okay, also ich habe jetzt, drei davon, glaube ich, bringe ich nur zusammen, ich fange mal mit den Clip und Clan an. Ja, meine Handynummer steht im Wiki. Ich bin selbstständiger Unternehmer, wir sind zusammen mit einem Kompagnon, betreiben wir eine Firma im IT-Bereich, wir haben zwei sozialversicherungspflichtige, festangestellte Mitarbeiter und ich kann mir meine Zeit im Prinzip frei einteilen, das heißt nicht, dass ich viel Zeit habe, aber das heißt, dass ich durchaus auch unter dem Tag mal irgendwas machen kann oder mal kurz weg kann. Was die Wahlparty angeht, da kann ich leider nicht kommen, ich bin, also wir haben bei uns in Neumarkt einen Bürgerentscheid, und da bin ich als Wahlhelfer verpflichtet. Dementsprechend kann ich da leider nicht kommen. War eigentlich alles, was ich noch, diese eine Frage, wie es langfristig ausschaut mit 2013, ob du dir vorstellen könntest, Arbeit aufgeben und wirklich Politik dann 100% machen? Also wenn die Chance besteht, eine realistische Chance besteht, dann kann man darüber sicherlich nachdenken, das kann ich jetzt noch nicht sagen, man kann da mit Sicherheit irgendwas arrangieren, aber ich kann jetzt noch nicht zusagen, dass ich dann meinen Job schmeißen werde, weil auch eben, wie gesagt, da auch noch andere Sachen da anhängen. Ja, ich bin auch selbstständig tätig und werde auch meine Telefonnummer ins Wiki stellen. Ich denke, ich habe nie Nein gesagt, wenn ich irgendwo gebraucht wurde und ich kann auch gerne morgen zur Verfügung stehen. Und was die Bereitschaft für eine Listenkandidatur angeht, ich war selber schon Listenkandidat bei der letzten Bundestagswahl und momentan sehe ich nichts, was dagegen sprechen würde, auch wieder zu kandidieren. So, zur ersten Frage, ich bin Studentin, ich habe vor, das Staatsexamen 2013 zu schreiben. Ja, insofern hätte ich vielleicht, also höchstwahrscheinlich 2013 erst mal etwas mehr Luft. zur Bereitschaft muss ich sagen, meine E-Mail-Adresse ist meine Handynummer, ist nämlich in meinem Handy integriert und wenn ich das Handy nicht dabei habe, dann habe ich weder E-Mail-Adresse noch Handynummer dabei. Zur Bereitschaft morgen, es kommt darauf an, auf die konstituierende Vorstandssitzung, wie lange die dauert, weil auch ein Privatleben muss an einem Wochenende geführt werden dürfen. Frage 1 bezüglich Arbeit. Ich bin momentan zwar Vollzeit tätig, aber die Arbeitsstelle füllt mich bei weitem nicht aus, deswegen werde ich auch im November die Stelle wechseln und dort habe ich dann quasi freie Einteilung meiner Zeit und ich habe auch die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, von dem her habe ich auch die Möglichkeit, mal einen halben Tag lang was für die Piraten zu machen und dann würde ich erst in den Abendstunden arbeiten. Meine Handynummer, meine Festnetznummer, meine sämtlichen Messengers und E-Mail-Adressen stehen alle bereits im Wiki und das seitdem ich Pirat bin, von dem her erreichen, ist überhaupt kein Problem und wer sich die Kosten fürs Handy scheut, momentan ist auch die KV Fürth-Festnetznummer auf mein Handy weitergeleitet, wie neulich eine Interessierte aus Berlin feststellen musste, die nämlich bei mir komischerweise rauskam, mit der ich dann während der Arbeitszeit mal eben 20 Minuten geplauscht habe, die einfach was wissen wollte, zum Thema Indeckt. Von dem her, Erreichbarkeit ist überhaupt kein Problem. Bezüglich 2013, ich denke, alle, die heute hier sind, sollten sich 2013 als Listenkandidat ausstellen, nicht, dass wir das gleiche Problem haben, wie die in Berlin, wo man Angst haben muss, dass man nicht genügend Kandidaten zusammenbringt. Von dem her, von dem her, ich weiß noch nicht, wie es mit der neuen Stelle dann ist, ob ich 2013 die Zeit aufbringen kann, in den oberen Reihen der Listenkandidaten mitzuspielen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin kein Öffentlichkeitspirat, von dem her würde ich da wohl eher ein bisschen weiter unten stehen, aber draufstehen tue ich auf jeden Fall. Okay, Frage 1. Jeder, der mich hier schon jemals nach meiner Handynummer gefragt hat, hat sie bekommen. Ich selber kann leider Wiki nicht und es war einfach die Zeit, jetzt zu knapp die Seite richtig zu befüllen. Gut, ja. Und ja, 2013, also da fließt noch viel Wasser, die Isar runter wird. Würde ich sagen. Deswegen, man verändert sich auch mal beruflich. Im Moment bin ich angestellt, kann abends für die Piraten dann arbeiten, wobei es auch kein Problem ist. Ich habe mein Handy auf lautlos gestellt und wenn es jetzt wirklich irgendwo brennt, kann man mir eine kurze SMS tippen oder anrufen, dann sehe ich das und dann melde ich mich zurück. Ich habe keine Lust mehr, können wir die Rednerliste schließen. Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es Widerrede? Keine Widerrede? Gegenrede? Damit ist der Antrag angenommen, die Rednerliste ist geschlossen. Wer noch eine Frage stellen möchte, begebe sich bitte jetzt zum Mikro. Dahin begebt sich keiner mehr, dann sind Stefan und Willi die Letzten. Bitte. Es gab vorhin ein Meinungsbild, ob wir eine Landesgeschäftsstelle haben sollen, müssen, wollen und es war eine Mehrheit dafür. Ihr habt einen Rechenschaftsbericht gehört, in dem ziemlich klar vorging, dass der Landesverband Bayern nahe an der Pleite ist. Also über größere Reichtümer verfügen wir nicht. Das heißt, wir brauchen ganz dringend Geld. Jetzt die Frage an alle Kandidaten. Wer von euch würde sich um das Thema Fundraising so kümmern, dass wir in den nächsten zwölf Monaten auch signifikante zusätzliche Spendeneinnahmen haben? Und wenn ja, wie? Ich denke einfach, wir sollten da über Firmen gehen, über Spenden. Jeder von uns verfügt einfach nur über ein gewisses Budget. Und ich denke, viele Piraten geben da vom privaten Geld schon viel für die Partei her. Ja, und ich würde es machen wie immer. immer das Telefon in die Hand nehmen und anrufen. Fundraising. Ich habe mal die Vorschläge durchgelesen, die Kungler gemacht hatte damals. Da waren ein paar sehr interessante Ideen mit dabei. Ich habe jetzt leider momentan keine konkrete Sache noch im Hinterkopf, aber ich würde mir das Ding auf jeden Fall nachschlagen. Ich würde noch mal mit ihm reden. Er hat ja mittlerweile auch noch ein paar neue Ideen und mir da auf jeden Fall was abschauen beziehungsweise Raubmord, Genozid kopieren. Fundraising. Das Thema habe ich letztes Jahr im Februar aufgedrückt bekommen. Ich wollte es aber nicht machen und ich würde es auch weiterhin nicht machen wollen. Also ich denke, Fundraising ist auch nicht wirklich mein Lieblingsthema. Ich habe das für andere Vereine gemacht. Es ist kein toller Job, wenn man, aber ich glaube, das ist auch eher eine Aufgabe der gesamten Partei. Wenn man in der Presse gut dasteht und sagt, wir brauchen das Geld, dann ist es leichter, Fundraising zu treiben, als wenn man so Firmen abklappert und das versucht. Aber ich weiß nicht, ob das die Aufgabe eines einzelnen Piraten sein kann. Also ich bin, wie gesagt, ich habe da vielleicht ein bisschen Probleme jetzt auf, also ich wäre nicht der geeignete Kandidat, der auf Firmenvertreter direkt zugeht oder so. Das liegt mir einfach nicht. Was ich zum Beispiel gemacht habe jetzt bezüglich des Volksbegehrens, da ging es also darum, wie man zum Beispiel eine Einmallastschrift über ein Webformular realisieren kann. Also da war ich aktiv mit dabei, habe Vorschläge gebracht, wie man das datenschutzkonform hinkriegen kann. Das heißt, dass die Daten sofort nach Eingabe verschlüsselt auf dem Server gespeichert werden und also nicht in irgendeiner Datenbank irgendwelchen SQL-Hacks zum Opfer fallen können, sondern sofort per PGP verschlüsselt werden, bevor sie irgendwo hinspeichert werden und dann dementsprechend wieder in verwertbarer Form abgerufen werden können. Das ist im Moment noch nicht umgesetzt, aber das sind solche Sachen, für solche Sachen stehe ich natürlich zur Verfügung, auch wenn es jetzt darum geht, unsere SMS-Spendenplattform, die also vom Stefan Eisvogel favorisiert worden ist, sowas irgendwie umzusetzen oder so, da bin ich natürlich mit dabei. Wie gesagt, für das direkte Zugehen, da denke ich mal, bin ich der falsche Ansprechpartner. Zu der SMS-Aktion wollte ich ganz kurz noch was sagen, wenn ich darf. Ich würde mal sagen, wir machen alle mal einen kurzen Applaus für den Stefan, weil ich finde, das war eine spitze Idee. Mein letzter Stand von gestern Abend war, wir haben schon über 100 SMS gekriegt, mal 4,65 Euro sind das, 465 Euro. Gut, die landen jetzt in Berlin, aber hey, das ist, wir sind eine Partei und das ist super. Willi, du bist raus? Okay. Dann übergebe ich das Wort jetzt an den Wahlleiter. Gut. Ich frage noch einmal nach. Möchte noch jemand kandidieren als Beisitzer? Gut. Dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste. Wir haben 5 Kandidaten. Die Anzahl auf dem Stimmzettel, oder die Nummer auf dem Stimmzettel seht ihr an. Beamerbild? Geohantrag? Mikro? Ich wurde gerade wieder im Chat gebeten, nochmal ein Meinungsbild einzuholen, und zwar wegen der Ämterkommunation für die Dauerhafte, wer dazu stimmen würde. Das könnten wir eventuell auch direkt abstimmen. Gut, okay. Wir machen vielleicht kurz mal ein Meinungsbild. Wer würde einer dauerhaften Ämterkommunation zustimmen? Bitte ja, blau für ja, rot für nein. Sekunde. Also der Wahlleiter sagt, es sind sehr viele nein. So. Eine Frage ist, ein Geohantrag auf Frage. Frage bitte kurz halten. Ist für diese dauerhafte Ämterkommunation eine Satzungsänderung notwendig? Und können wir das dann irgendwie nochmal einbringen heute? Nein, wir können das einfach abstimmen. da das erst nötig wird, wenn er gewählt ist. Also im Prinzip könnt ihr euch auch quasi vorher entscheiden und ihn nicht wählen, aber trotzdem bitte viele Kreuze machen. Wir haben Approval Voting. Ihr seht es, ihr habt fünf Stimmen maximal. Die Wahlurnen bitte kurz präsentieren, wenn ihr auf den Plätzen seid. Dass die Urnen auch leer sind, so wie es sich gehört. bei der ein und das billig. Mann, , also das das auch das auch bei der schelst. Das geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo nochmal, ihr habt mich ja vorhin schon gesehen, ich bin Christian, ich bin bisher der Vorsitzende des Landesschiedsgerichts. Ich habe es im letzten Jahr nicht geschafft, die Piratenpartei zum Untergang zu bringen, also muss ich es nochmal versuchen, deswegen stelle ich mich zur Wiederwahl. Ich schätze, dass ich das drauf habe. Und ja. Hallo, mein Name ist Magnus Rosenbaum. Ich komme aus München, ich bin selbstständiger Informatiker, Pirat seit 2009. Ich halte mich für ordentlich, für unparteiisch und für vernünftig und ich glaube, dass diese Charaktereigenschaften für Schiedsgericht dann doch ganz passend sind. Und ich kandidiere genau deshalb auch nicht für ein Vorstandsamt, weil ich meine, dass ich dafür nicht die ausreichende Energie habe und nicht die ausreichenden Kommunikationsfähigkeiten. Und außerdem, dass ich relativ oft nicht in Bayern bin, für auch mal mehrere Wochen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass ich für so eine Aufgabe ganz gut geeignet bin. Ja, also meinen Namen seht ihr jetzt gar nicht auf der Liste. Ja, nein, Roland Jungnickel, so heiße ich mit Real Name, sonst kennt man mich ja nur unter Wallidom. Ja, ich bin angesprochen worden, weil ich gesagt habe vorhin an meinem Tätigkeitsbericht, dass ich noch für kleinere Aufgaben zur Verfügung stehe. Und da hat mich jemand gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wir brauchen Schiedsrichter. Und da habe ich mir das dann überlegt und habe gesagt, ja, man kann den Ex-Vorstand fragen. Ich bin immer so ein bisschen Formalienmensch auch gewesen, wenn es um Texte geht. Also traue ich mir das zu. Die entsprechenden Gesetzestexte habe ich daheim. Also, das denke ich, lasse ich mit mir machen und ich hoffe, dass ich das gut ausfüllen kann. Danke. Hallo, ich bin Ralf Oltmanns, Systemadministrator und habe jetzt gerade gesehen, dass es relativ wenig Kandidaten gegeben hat. Und ich sehe das als, ja, gewissermaßen auch meine Pflicht, weil wir brauchen ein Schiedsricht und das muss auch funktionieren. Und ich halte mich selber für, also ich habe ein sehr ausgebildetes Gerechtigkeitsempfinden und ich denke mal, mit dem sollte ich eigentlich meinen Beitrag leisten können. Hallo, mein Name ist Rainer Obermeier. Ich war bis Januar Vorstand des Bezirksverbands Niederbayern, zuvor ein Jahr stellvertretender Vorstand. Dann bin ich nach München umgezogen und habe das Amt aufgegeben. Und jetzt will ich mich hier beteiligen und ich denke, ich traue mir das auf jeden Fall zu und darum sollte es passen. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir noch auf Platz 2 einen Nickname, der mir jetzt nicht bekannt ist. Ist der hier? Ach, der Mike. Ach, der Mike. Ach so, okay. Der ist. Okay, gut, dann bitte ich die Technik, den so lange zu streichen, denn der ist jetzt noch nicht hier, der Mike. Gut. Okay, gut. Gut, dann, ich höre gerade, da gab es wohl einen Terminfrag mit Mike, das heißt, der wird wohl heute nicht kandidieren, ist zumindest nicht hier. Das heißt, wir haben fünf Kandidaten. Dann, ich bitte jetzt, die Gelegenheit zu nutzen, den Kandidaten ein paar Fragen zu stellen, bis die Auszählung der Beisitzer fertig ist. Gut, ich sehe, dass... Okay, ich wurde gebeten, folgende Frage zu stellen. Unter den Beisitzerkandidaten, die waren ja zahlreich und die Wahl ist rum, das heißt, ihr könnt euch jetzt outen, wären unter den Beisitzerkandidaten noch Kandidaten, die für ein Schiedsrichteramt zur Verfügung stehen würden, falls sie nicht gewählt werden würden. Zwei haben ja schon ein Amt, das heißt, die fallen eh raus, weil zwei Schiedsrichter dafür kein weiteres Amt haben. Das heißt, kurze Meldung bitte, wenn unter den Beisitzerkandidaten noch jemand wäre, der für ein Richteramt zur Verfügung stehen würde. Das sieht nicht so aus. Gut, dann sehe ich, wir haben Fragen. Dann bitte. Es gibt eine Frage an jeden einzelnen Kandidaten. Wie groß ist euer Anteil an der derzeit gültigen Satzung der Piratenpartei Landesvortbank Bayern? Ja, da fange ich mal an. Ich habe einige Absätze immer beantragt. Wir hatten zwei Landesparteitage, drei Landesparteitage, wo Anträge von mir gelaufen sind. Ich bin allerdings der Meinung, dass es heute gut war, dass nur ein einziger Satzungsänderungsantrag drangekommen ist, aus dem Grund, weil ich immer bemängelt habe, dass das Verhältnis zwischen Satzung und Programm nicht gegeben war. Aber ja, das sind schon einige Sätze, die Einladungsfristen, die Vorstandszusammensetzung und so weiter. Ich habe selber noch keine Anträge für die Satzung eingereicht. Also von der Satzung des LVs, daran habe ich gar nichts gemacht, aber ich habe an der Satzung des Bezirksverbands Niederbayern mitgearbeitet, an der initialen Satzung. Ich habe an noch keiner Satzung mitgearbeitet, ja. Ich habe auch noch nicht an der Satzung mitgearbeitet, es sei denn, du zählst die Schutzgerichtsordnung mit. Daran habe ich natürlich mitgearbeitet. Danke. Da eure Arbeit eventuell von einem normalen Gericht überprüft wird, das Ergebnis eurer Arbeit, meine Frage. Wer von euch hat eine irgendwie, auch irgendwie geartete juristische Vorbildung? Ich habe über meine berufliche Ausbildung eine juristische Ausbildung. Aber ansonsten denke ich, wir können uns bei schwierigen Rechtsfragen auch immer vertrauensvoll in die AG Recht wenden. Also ich denke nicht, dass die da groß zum Tragen kommen wird. Also ich habe nur insoweit Erfahrungen, dass ich mal verklagt worden bin. Aber die Klage wurde dann zurückgezogen. Also ich habe keine juristische Ausbildung. Insoweit man das, was man bei den Piraten normalerweise, wenn man eine Satzung bearbeitet oder auch verschiedene Anträge stellt, halt mitbekommt. Ich habe auch keine juristische Vorbildung, also keine fundierte juristische Vorbildung. Aber ich kann lesen, das ist ein ganz klarer Vorteil, glaube ich. Also ich habe durch zwei Jahre Schmerzen im Vorstand, nein, das war jetzt nicht ernst gemeint, habe ich schon einiges, natürlich jetzt, was gerade Parteienrecht angeht, BGB in der Richtung Wahlrecht, sehr viel mitbekommen. Und meine mich da zumindest das, was ein Laie wissen kann, auch zu wissen. Was andere Themen anbelangt, außerhalb, ich bin öfters im Datenschutzrecht schon als Kläger aufgetreten, kenne mich also in dem Bereich ganz gut aus. Und natürlich, was allgemein das BGB-Recht angeht, ist es ja ein bisschen mein Nebenhobby, zumindest da immer zu wissen, um was es geht, wo man nachlesen muss. Und ganz, ganz wichtig, wen muss ich fragen? Und das ist bei uns die AG Recht. Ich habe gute Kontakte zu Emmanuel Schach oder andere Mitglieder in der AG Recht durch mein ehemaliges Vorstandsamt. Und ich denke, als Schiedsrichter kann man das dann umso mehr nutzen. So, ich sehe den Wahlleiter einschreiten. Einschreiten ist vielleicht falsch, reinkommen. Ja, wunderbar. Dann dürft ihr noch kurz hier schmoren auf der Bühne, bis der Wahlleiter das nächste Ergebnis verkündet hat. Okay, die können erst mal gehen, sagt der Wahlleiter. Nimmt noch mal Platz. Das wird einen Moment dauern. Also, wir haben ein Ergebnis, aber wir haben nur einen Beisitzer. Wir brauchen zwei. Ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr ganz im Kopf. Aber wir hatten 101 abgegebenen Stimmzettel. Alle waren gültig. Alle haben sich für wenigstens eine Person entschieden. Aber leider zu wenig. Gewählt ist die Heide mit 67 Stimmen. Auf die anderen, achso, sorry, ich habe es jetzt noch nicht an den Beamer gegeben. Platz zwei, quasi mit 49 Stimmen, war die Person auf Platz zwei. Könnt ihr wenigstens die Kandidatenliste noch mal einblenden? Okay, die Frage wäre jetzt die. Also, erst mal, Heide, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Danke euch für euer Vertrauen. Und das gibt mir auch die Bestätigung, dass ich alles richtig gemacht habe. Oder zumindest nicht ganz falsch. Gut, die Frage wäre jetzt die. Also, wir werden jetzt, der nächsten Wahlgang wird folgendermaßen ablaufen. Erst mal würde ich, ja, also die Ergebnisse insgesamt. Für die Anita 43, für den Florenz 49, für den Leo 41 und für den Mark 45. Und 51 Stimmen hätten gereicht, um einen zweiten Beisitzer zu wählen. Hatte aber, wie gesagt, keiner. Die Frage wäre jetzt die. Möchte einer von den Kandidaten seine Kandidatur zurückziehen für den zweiten Wahlgang? Ansonsten wählen wir quasi mit dem Feld drei freilassen. Nochmal. An die Leute, die mich jetzt nicht gewählt haben aufgrund dieser Ämterkumulation. Leute, das ist ein KV. Ich will dort bleiben. Ich habe jetzt gerade nochmal mit meiner Frau, die ja dort Schatzmeisterin ist, geredet. Ja, Küngelei, Küngelei. Findet man einen Schatzmeister im KV, ist das schwierig. Und sie macht es gut. Und ich muss dazu sagen, wir haben... Nein, die anderen. Okay, Leute, also... Die Sache ist, es macht nicht viel Arbeit im KV. Ja, danke. Sorry. Ja, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, ich habe einen Rechenfehler gemacht. Auf den Florens sind nur 39 Stimmen entfallen, keine 49. Ich habe da eine Stelle mehr übertragen, als es drin ist. Also wir sind alle schon etwas müde, glaube ich. Deswegen würde ich jetzt sagen, also wir machen den zweiten Wahlgang für den Beisitzer nochmal mit derselben Konstellation. Bloß wenn jemand die drei wählt, ist es ungültig. Alle anderen eins, zwei, vier, fünf könnt ihr ankreuzen. Stimmzettel ist dann der Stimmzettel Nummer 8, der ist wieder gelb. Die aktuellen Stimmen... Ja, Moment, gebe ich gleich... Ja, hier, nimm das... Ja. Ja, Moment, gebe ich gleich... Vielen Dank. Wie gesagt, Stimmzettel 8, die aktuellen Stimmen von dem letzten Wahlgang stehen vorne. Bitte nicht die drei ankreuzen, ansonsten ist der Wahlgang jetzt eröffnet. Wie gesagt, wir haben zusammen mit Thilo, den ihr ja schon bereits kennt, der das Amt letztes Mal mit Sabrina ausgeführt hat, vier Kandidaten. Wir können das jetzt relativ einfach machen, die können wir offen abstimmen. Das heißt, ich werde jetzt zu jedem Kandidaten fragen, ob ihr den annimmt und ihr hebt dann, wenn ihr für den Kandidaten seid, die blaue Karte. Wenn ihr gegen den Kandidaten seid, die rote Karte, beziehungsweise vielleicht, bevor wir jetzt fragen, ganz kurz nochmal vorstellt und Entschuldigung. Also, ich bin Sabrina Augustin. Ich habe die Kassenprüfung jetzt schon seit mehreren Jahren im Landesverband Bayern inne. Was man bei mir dazu wissen muss, ist, ich mache nicht nur die Kassenprüfung im Landesverband Bayern, sondern auch für die Bundesebene. Sprich, bei mir kommt eine Ämterkommunikation auf euch zu. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, es sind maximal drei Wochenenden, die man im Jahr dafür braucht. Das heißt, es ist keinerlei zeitliches Problem, was dann entsteht. Hallo, mein Name ist Daniel Seufert. Ich habe mich hier gemeldet, weil es anscheinend etwas unbeliebt ist, dieses Amt. Als Kassenprüfer, was macht mich dafür geeignet? Ich mache das schon seit vielen Jahren in verschiedenen anderen Funktionen, also außerhalb von jeder Partei, sondern in anderen Gremien. BWL studiert, bin Unternehmer, leite Controlling in einem 1.500-Mann-Unternehmen. Das ist ein Job von mir. Mehr will ich dazu nicht sagen. Hallo, ich bin der Jens Rupp. Ich bin Kassenprüfer in Mittelfranken. Ja, und ich habe keinen finanziellen Hintergrund, aber ich bin Informatiker und kann ein bisschen mit Zahlen umgehen. Ja, und mich hat man halt eingetragen, weil auch noch keine Kandidaten da waren. Okay, ihr könnt jetzt noch die Gelegenheit nutzen, um Fragen an die Kassenprüfer zu stellen. Das ist typischerweise recht selten, aber ich möchte euch die Gelegenheit nicht vorenthalten. Florin hat eine Frage. Sabrina und Thilo haben es vorhin angesprochen, der Landesverband sollte Ordner haben, wo Verträge nachsehbar sind etc. Habt ihr denn die Möglichkeit, zu unserem Schatzmeister Dominik zu kommen? In welcher Häufigkeit würdet ihr prüfen? Ja, das wäre also kein Problem, weil wenn das in Fürth ist und ich bin aus Nürnberg, da bin ich sofort da. Und wie oft, das müssen die Profis sagen, wie viel das am sinnvollsten ist. Wir hatten bis jetzt immer Minimum zwei, eher drei Kassenprüfungen im Jahr und das würde ich halt dann so weiter fortführen. Dann kann ich mich nur anschließen, wenn die Erfahrungswerte da sind. Also zweimal ist meines Erachtens deutlich ausreichend für die Größe des Geschäftsbetriebes und die Höhe der Einnahmen und Ausgaben. Ich bin räumlich extrem flexibel, das heißt, ich bin sowieso ständig unterwegs. Es ist mir im Prinzip egal, ob derjenige, sprich Dominik in Nürnberg-Fürth oder sonst irgendwo sitzt. Okay, da es keine weiteren Fragen mehr gibt. Okay, dann setze ich nochmal an mit dem Abstimmungsverhalten. Verfahren, nicht Verhalten, das Verhalten müsst ihr entstanden. Das Abstimmungsverfahren folgendermaßen, ich werde jetzt jeden Kandidaten nochmal aufrufen und ihr hebt, wenn ihr für den Kandidaten seid, die blaue Karte, wenn ihr gegen den Kandidaten seid, die rote Karte. Und wir stellen das Ergebnis dann hoffentlich eindeutig fest, da wir nicht auszählen können derzeit oder zur Not müssen wir auszählen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Gut, also wer ist dafür, dass Sabrina als Kassenprüfer im LV tätig wird? Das ist einmütig, damit ist Sabrina gewählt. Sabrina, nimmst du die Wahl an? Das Mikro. Ich nehme die Wahl an. Super. Dann als zweites Daniel. Wer ist dafür, dass Daniel als Kassenprüfer im LV tätig wird? Auch das ist ebenfalls ein einmütiges Ergebnis. Nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an, danke. Dann bitte für Jens abstimmen. Wer ist dafür, dass Jens als... Das Ergebnis ist eindeutig positiv. Jens, nimmst du die Wahl an? Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, Thilo habt ihr alle vorhin schon in Action gesehen. Wer ist dafür, dass Thilo weiterhin als Kassenprüfer im Landesverband tätig ist? Auch das ist eine eindeutige Mehrheit. Thilo hat seine Annahme bekundet. Herzlichen Glückwunsch. So, damit haben wir vier Kassenprüfer. Ich danke den Kandidaten und erfolgreiche Amtszeit. Prima. Ja? Super. Zwei Jahre. Die Ämterkommulation ist nur für Vorstandsämter relevant. Bei dem Rechnungsprüfer ist das kein Problem. Kassenprüfer, Entschuldigung. Und wir haben einen zweiten Beisitzer. Wir hatten 93 abgegebenen Stimmzettel und mit 50 Stimmen gewonnen hat der Mark Huger. Mark, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank für euer Vertrauen und ich nehme die Wahl an. Applaus So, jetzt haben wir den GO-Antrag auch im Wortlaut vorliegen. Zuerst der GO-Antrag. GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Wahlen, den Antrag Z04, das ist der programmatische Parteitag oder den programmatischen Parteitag auszurichten, vorzuziehen zum Zeitpunkt auf den Abschluss nach den Wahlen. Gibt es da Gegenrede? Nach den Wahlen. Wahlen heißt also, nach dem Schiedsgericht sind alle Wahlen vorbei. Gibt es da Gegenrede? Formell? Gut, dann bitte ich jetzt zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Antrag Z04 vorzuziehen? Auf den Zeitpunkt nach den Wahlen, das ist eine klare Mehrheit, damit ist dieser GO-Antrag angenommen. Wir haben einen weiteren GO-Antrag. GO-Antrag auf Einfügen eines Top 11, Vertagung aller ausstehenden Anträge auf den programmatischen Parteitag. Gibt es da Gegenrede? Zwei Formelle, eine ausgeführte von Validom. Ich bitte ausdrücklich nicht, um das Wort vertagen, weil dann wären die Anträge, die eingereicht sind, in dem Wortlaut wieder bei einem nächsten Parteitag dabei. Es hindert die Antragsteller nichts daran, das nochmal wieder einzureichen und sie haben dann die Möglichkeit, die sie sonst nicht hätten, das nochmal zu überarbeiten. Also ich bitte da, sehr vorsichtig zu sein. Gut, dann bitte ich jetzt um Abstimmung für diesen GO-Antrag. Wer ist dafür, den Top 11, Vertagung aller ausstehenden Anträge auf den nächsten programmatischen Parteitag? Ich sehe, dass es ein klares Nein, damit ist dieser GO-Antrag abgelehnt. Dann bitte ich jetzt den Wahlleiter, wir kommen dann zur Wahl des Schiedsgerichts. Ich bitte die Kandidaten für das Schiedsgericht, bitte nochmal kurz auf die Bühne. Ich glaube, die kam gerade etwas zu kurz. Okay, dann frage ich jetzt nochmal, möchte noch jemand für das Schiedsgericht kandidieren? Sören, okay. Ja, dann eine kurze Vorstellung. Also mein Name ist Jörn Liebig, Informatikstudent im fünften Semester in Augsburg, Piratenmitglied seit heute. Und nachdem nur bisher fünf Kandidaten zur Verfügung stehen, aber sieben Plätze, finde ich es eigentlich sehr, sehr schade, dass Plätze verfallen würden. Und es wäre sicher noch gut, wenn sich mindestens noch einer finden würde. Was mich qualifiziert, ist, denke ich, eine sehr analytische Denkweise und auch die Fähigkeit, Probleme nicht sofort emotional zu sehen, sondern von verschiedenen Standpunkten aus. Dankeschön. Noch jemand? So, ich komme aus dem Bezirksverband Oberbayern. Michael mein Name, habe vor zwei Jahren für einen Beisitzer beim Bezirksverband Oberbayern kandidiert, bin da leider nicht reingekommen. Und jetzt bin ich hier für das Schiedsgericht, weil es hat sich kein anderer gefunden. Bevor die Stimme verfällt, ich glaube, ich bin genauso gut geeignet wie jeder andere von euch, vielleicht ein bisschen besser, ich traue mich wenigstens zu machen und das war es eigentlich. Gut, falls es jemand falsch verstanden hat, wir wählen jetzt fünf Richter und in einem zweiten Wahlgang zwei Ersatzrichter. Aber es ist kein Problem, wenn jetzt sieben Kandidaten für die fünf Posten zur Verfügung stehen. Sören, könntest du bitte mit hier vorne bleiben? Danke. Achso, okay, eine kurze organisatorische Ansage habe ich noch. Ich habe zuletzt zum zweiten Wahlgang der Beisitzer zwei weitere Wahlhelfer ernannt. Ja, den zweiten schicke ich dir gleich noch vorbei für das Protokoll, genau. Ansonsten, ich hoffe, es sind einfach zwei unstrittige Piraten, vielleicht können die kurz nochmal aufstehen. Anja und Alois. Du kannst eh nochmal bitte zum Protokoll. Jemand etwas gegen diese beiden Wahlhelfer? Danke. Gut, also ihr seht die Kandidaten jetzt in der Reihenfolge, so könnt ihr sie quasi auch wählen. Der Stimmzettel... Nummer acht? Nein. Entschuldigung, stimmt, ich habe die letzte Wahl selber nicht gewählt. Gebt es zu. Ja, genau, okay, da jetzt noch zwei Kandidaten dazugekommen sind, gibt es an die zwei neuen Kandidaten noch eine Frage? Gut, dann kommen wir zur Wahl des Schiedsgerichts. Wie gesagt, Stimmzettel Nummer neun. Die Namen stehen da, sie stehen auch in der Reihenfolge dort, falls ihr die Namen noch nicht kennt. Die Wahlhelfer bitte an die Urnen. Willst du wegen dem Foto ansagen? Okay. Kurz Ansage an den neu gewählten Vorstand, also ihn hier und die da noch drin sind. Es gab die Bitte, ein Gruppenfoto vom neu gewählten Vorstand zu machen. Bitte findet euch dann da hinten ein. Habt ihr schon? Wunderbar. Aber ich habe nichts mehr genommen. Ich habe nichts mehr genommen. Jetzt ist René nicht da, der wollte, ach doch, da ist er doch, dann übergebe ich. So, jetzt darf ich endlich. Wir beginnen mit dem Antrag Z04, der sonstige Antrag für den programmatischen Landesparteitag. Da bitte ich Ron mal kurz nach vorne, um den Antrag vorzustellen. Den haben wir ja jetzt vorgezogen, wie ihr vor ein paar Minuten beschlossen habt. Ist Ron greifbar? Bitte? Mir fehlt noch ein Wahlhelfer. Keiner mehr hier? Von den Wahlhelfern? Okay. Ach so, stimmt, der eine kandidiert ja jetzt. Muss ich fast nochmal einen nachnominieren. Okay, hab jemanden. Okay, hat jemand was dagegen, dass Heide jetzt noch kurz mit als Wahlhelferin aushilft? Danke. Okay, da ist er schon. Nur eine kurze Vorstellung zu deinem sonstigen Antrag, programmatischer Parteitag, bitte. Der Antrag ist ja relativ kurz. Es geht nur darum, wie wir heute auch festgestellt haben, wir kriegen nicht alles durch. Das Problem ist, oder die Situation ist einfach die, dass wir 2013 Bezirks-, Landes- und Bundestagswahlen fast zum selben Zeitpunkt haben. Dafür müssten wir genau in einem Jahr die Kandidaten aufstellen. Dafür macht es Sinn, schon bevor die Kandidaten wissen, also die Kandidaten sollen vorher schon wissen, mit welchem Programm sollen sie eigentlich antreten. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir vorher einen Parteitag haben. Deshalb einen Parteitag im Frühjahr, der rein programmatisch ist und ja, mir gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Okay, gibt es zu diesem Antrag irgendwelche Fragen? Sehr schön, der ist ja auch relativ knackig formuliert. Da bitte ich jetzt um Abstimmung. Wer ist für die Zustimmung zu dem sonstigen Antrag Z04? Okay, das ist ein ganz klares Ja. Der Antrag ist damit angenommen. Vielen Dank. Das gibt uns heute etwas Luft bei der Bearbeitung der anderen Anträge, die jetzt noch anstehen. Und damit würde ich gleich fortfahren, während die Auszählung noch läuft. Okay, dann beginnen wir mit dem Positionspapier PP01. Und ich bitte den Arnold nach vorne, um seinen Antrag bitte kurz vorzustellen. Ganz kurz. Der Antrag ist auf dem oberbayerischen Bezirksparteitag mal so, nicht ganz wortwörtlich so, aber so mal entstanden. Wurde dort einmündig angenommen. Es geht darum, dass die datenschutzfreundlichen Regelungen für Empfänger von Sozialleistungen, ob das jetzt Grundsicherung von Rente oder Ähnliches ist, gleichgestellt werden, quasi wie bei einem Steuerempfänger oder Steuerzahler, also die Steuerrückerstattung erhalten. Das heißt nicht die Prüfung jedes Mal in der Art und Weise, wie es derzeit durchgeführt wird, sondern die Forderung ist, dass das Menschenrecht, nein, dass das auch für HC4-Empfänger eine Gleichbehandlung ist, was deren Daten anbelangt. Weil in diesen Empfängerbescheiden oder Ähnliches stehen auch dann die ganzen Daten drin, welche viel Miete er zahlt oder sonst irgendwas. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Okay, dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer ist dafür, das Positionspapier PP001, datenschutzfreundliche Regelung für Empfänger von Sozialleistungen anzunehmen? Den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Ich stelle fest, das Positionspapier ist angenommen. Und weiter geht es mit dem Positionspapier PP02, Grundsätze, politischer Standpunkt und Selbstverständnis. Da bitte ich den Wickbold nach vorne, um seinen Antrag kurz vorzustellen. Hallo, bin ich jetzt gut dran hier? Gut, hallo. Ich habe mal wieder ein Thesenpapier aufgestellt, beziehungsweise bringe ich wieder ein Thesenpapier zur Wiedervorlage. Dieser politische Standpunkt und Selbstverständnis ist praktisch ein Arbeitspapier von mir, das ich halt komplexiere, beziehungsweise das ich auch vervollständige, je nach Kenntnisstand von mir. Oder auch, ich reibe es halt sehr stark auch an der Diskussion innerhalb der Piratenpartei. Was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass wir in der Partei auch Lagerspaltungen haben. Das bedeutet, wir machen sozusagen ein gewisses politisches Marketing, es entsteht ein linker Flügel, ein liberaler Flügel und so weiter. Und diese Thesen versuchen halt, ein übergeordnetes Selbstverständnis zu erzeugen, was eigentlich alles alle auch vereinigen kann. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf diese Standpunkte eingehen. Sie liegen ja als Text vor. Und ich würde ganz gerne eine Diskussion anregen um diese Standpunkte. Also ich denke auch, dass Diskussion, innerparteiliche Diskussion um Grundsätze und Standpunkte sehr wichtig sind. Das bedeutet, wenn ich nach draußen gehe und mit Leuten kommuniziere, was wir überhaupt machen, muss ich zwangsläufig auch oder muss ich auch mal über Grundsätzliches sprechen können oder auch über ein grundsätzliches Verständnis. Und diese Diskussion halt zu führen und diese auch nach außen zu tragen, halte ich auch für sehr wichtig für eine Partei. Ja, ich stehe auch gerne jetzt für Fragen zur Verfügung, wie jetzt einzelne Formulierungen gemeint sind etc. Oder auch, ich würde halt auch gerne eine Diskussion anregen über die Mikrofone, über die Saalmikrofone. Danke. Abschließend würde ich sagen, würde ich gerne ein Meinungsbild zu diesen Thesen haben. Dankeschön. Wie bitte? Test. Okay. Wir stehen kurz vor einer Abstimmung. Willst du wirklich vorher ein Meinungsbild haben? Meilt das wie ein GO-Antrag auf Meinungsbild? Also nur mal kurz, das ist kein Positionspapier, um das nochmal klarzustellen. Ich habe das nicht als Positionspapier eingereicht in der Form, sondern zur Diskussion. Wollt ihr es als Positionspapier abstimmen, so in der Form? Dann können wir es auch gleich abstimmen. Validum? Also, ah, jetzt ist das Mikro an. Ich finde, dieses Positionspapier und der Text, der ist jetzt mehrfach überarbeitet worden. Wir hatten den in Fürth schon einmal und dort hast du den Antrag ja zurückgezogen, weil du gesagt hast, ja, das Feedback, was ich von euch bekommen habe, arbeite ich ein. Nein, ich habe jetzt mir das durchgelesen und auch die Texte verglichen. Ich denke, das ist drin, das, was du da mitgenommen hast. Und ich möchte nur mal betonen, das ist eigentlich keine Frage, sondern ich finde dieses Papier überaus gut, weil es Sachen klarstellt, zum Beispiel, was ist für uns Freiheit, wie definieren wir für uns Demokratie, was ist für uns das Demokratieverständnis. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann hat das für mich auch den Vorteil, dass bei uns Leute, die das nicht tragen, nämlich vielleicht sogar aus dem rechten Spektrum, überhaupt gar keinen, bei uns überhaupt keinen Fuß fassen können, weil wir dann sagen können, pass auf, da steht, was wir unter Freiheit verstehen, das gehört nicht hierher, was du hier meinst zu verbreiten. Und ja, deshalb ist es mir wichtig, dass wir darüber abstimmen. Und aber vielleicht vorher noch darüber diskutieren. Danke. Ich muss hinzufügen, ich habe einen Bereich hinzugefügt, Bürgerinformation, Internet, der so ein gewisses Bild auf dieses Netz findet oder auch auf die Steuerungsräume, die in diesen Netzen entstehen. Das ist vielleicht jetzt auch sehr, wirkt jetzt sehr komplex, wenn man es schnell mal überlesen möchte. Aber es geht einfach darum, wieso eigentlich Datenschutz auch sehr wichtig ist, weil nämlich die Repräsentation von Daten, von Individuen als Datensatz in einem Steuerungsraum natürlich auch Rückwirkungen hat auf das Individuum. Zum Beispiel jetzt über diese Erhebung bei den Sozialhilfeempfängern, etc. oder bei den Sozialempfängern letztendlich. Aber wie gesagt, ich würde gerne noch einige Statements dazu hören. Ansonsten... Weitere Kommentare dazu oder Fragen? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur Abstimmung. Dann bitte ich um euer Handzeichen. Wer ist für die Annahme des Positionspapiers PP02? Bleibst du bitte gleich hier? PP02, politischer Standpunkt und Selbstverständnis. Ich stelle fest, das Positionspapier wurde so verabschiedet. Danke. Wir gehen gleich weiter zum Positionspapier 03. Empfänger von Sozialleistungen rechtlich gleichstellen. Auch das ist ein Antrag von Wigbold. Und ich bitte ihn noch mal ganz kurz, diesen Antrag vorzustellen. Also dieser Antrag ist halt als Alternative eigentlich entstanden zu dem vorherigen Antrag, den wir gehabt haben als PP02. Ich muss mal kurz mal das zusammensuchen. Wo ist es? Eigentlich umfasst der, ist das ein beispielhafter Antrag für die Grundsätzlichkeit dieser anderen Grundsatzpapiere. Ich kriege gerade mein Ding hier nicht drauf. Moment. Damals, also der eigentliche Antrag ist eigentlich die Forderung, die wir oben stellen, dass der soziale Rechtsstaat hat, die Empfänger von Sozialleistungen anderen Bürgern rechtlich gleichzustellen. Insbesondere ist die informationelle Behandlung durch Behörden abzustellen, die die Menschen generell als verdächtig klassifiziert und willkürlich prozessual bestimmt. Also schließlich eigentlich an seinem Antrag, an dem wir vorhin auch positiv beschieden haben. Ich denke, damit ist eigentlich der Satz gesagt. Unten habe ich halt eine beispielhafte Begründung gemacht, als aufbauend auf den vorherigen Grundsätzen sozusagen, um einfach mal beispielhaft das zu argumentieren. Und wie gesagt, das sollte eben auch ein Diskussionspapier jetzt sein und eben einen Konsens quantitativ feststellen hier vor dem Landesparteitag. Danke. Okay. Kurze. Harte. Bigbold, hast du den Antrag jetzt zurückgezogen? Nein, der steht noch, oder? Die entscheidende Frage ist die, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Antrag im Grunde nichts anderes als das, was wir vorhin beschlossen haben, nur mit anderen Worten und ein bisschen anders formuliert. Er ist von einer anderen Basis aus formuliert. Also er schafft jetzt nicht eine Klientel der Sozialleistungsempfänger, sondern er setzt Sozialleistungsempfänger gleich mit allen Bürgern und fordert eigentlich für alle Bürger eine, wie steht das so richtig geschrieben? Ich habe es verstanden. Die Frage ist aber, widersprechen wir uns nicht ein Stück weit, wenn wir jetzt diesen Antrag auch noch annehmen? Oder wäre es nicht einfacher und schlauer, du ziehst den jetzt zurück und wir arbeiten für den programmatischen Parteitag ein sauberes Konzept, wie wir mit diesem ganzen Themenkomplex umgehen wollen und wie wir das in Zukunft in der Öffentlichkeit darstellen wollen aus und beschließen das dann. Also wäre das nicht der vernünftigere Weg? Ich finde generell, das ist ein vernünftiger Weg, dass man das halt programmatisch dann eben entsprechend umarbeitet. Okay, dann zieh den Antrag einfach zurück und wir arbeiten das in Ruhe zum nächsten Mal aus, oder? Könnte ich einfach mal ein Meinungsbild haben, was ihr dazu sagt generell? Okay, wir haben einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Ich bitte um ein kurzes Meinungsbild. Ein Meinungsbild zu diesem Antrag, also ich werde Ihnen jetzt nicht konkurrieren zu den bereits beschlossenen Stellen, das halte ich ebenfalls für unsinnig. Es ist halt nochmal eine andere Formulierung. Ich würde einfach mal gerne ein Meinungsbild haben, ob diese Formulierung auch irgendwie den Nerv trifft. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Du triffst den Nerv. Von daher, die Position ist ja cool. Nur lass es uns zum nächsten Parteitag ausführen. Okay, ich ziehe den Antrag zurück und wir arbeiten dann. Achso, der Antrag ist zurückgezogen. Gibt es jemanden, der den Antrag übernehmen möchte? Nein? Okay. Damit ist der Antrag zurückgezogen. Wir gehen weiter zum Positionspapier 04, Faire Wahlen in Bayern. Und ich bitte den Oliver nach vorne, um seinen Antrag kurz vorzustellen. Jo, also weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, mache ich es ganz kurz, so kurz wie es möglich ist. Es ist zwar nur ein sonstiger Antrag, war aber seit 1. September in der Antragsfabrik. Also ich hoffe, die Leute, die es interessiert werden, ihn gelesen haben. Mir geht es damit, in diesem Positionspapier aufzuzeigen, dass die bayerischen Wahlsysteme von der Verfassung her an sich durchaus demokratisch sein könnten, aber die konkrete Ausführung in tausenden von kleinen Vorschriften, die am Nichtjuristen gar nicht auffallen, ein ganz undemokratisches System draus machen. Darum auch der ursprüngliche Titel oder wie es die CSU fertig bringt, mehr Landtagssitze als Stimmen zu erhalten. Das war gewiss übertrieben, aber die Richtung stimmt. Ich begründe den Antrag nur punktuell, weil ein Positionspapier enthält ja seine Begründung. Allein durch das Zulassungssystem gibt es in Bayern ein Drei-Klassen-Wahlrecht. Die etablierten Parteien, also diejenigen, die schon im Landtag drin sitzen, die sind fast automatisch zugelassen, wenn sie nicht ganz grobe Verwaltungsfehler machen und die keinem auffallen. Die Altparteien, das sind solche, die regelmäßig an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, aber schon irgendwann einmal aus bayerischen Landtagswahlen ein, ein Viertel Prozent erreicht haben. Die müssen zwar auch einige Formalien einhalten, weniger als Neuparteien, aber nicht etwa den Unterschriften-Zirkus, die können sie sich sparen, und sind dann auch zugelassen. Das führt unter anderem zum seltsamen Ergebnis, dass die NPD mit mageren 1,3 Prozent in Bayern bei der letzten Bundestagswahl ohne Unterschriften zugelassen ist, während wir mit über 2 Prozent relativ schwierig haben, die Unterschriften zu sammeln. Ja, wie gesagt, nur die Letzte, die Neuparteien, die in Bayern noch nie bei einer Landtagswahl zugelassen waren, die müssen den ganzen Zulassungszirkus mitmachen. Wir haben also an sich ein Dreiklassenwahlrecht, und das wird noch verschärft dadurch, dass das Einhalten aller Formalia bei Neuparteien extrem scharf überprüft wird. Da reicht es, dass irgendwo ein Komma falsch gesetzt ist, und die Zulassung ist futsch. Es ist wirklich so. Was im Einzelnen im Wahlrecht falsch läuft, steht im Antrag selber drin. Ich möchte es nur als Positionspapier wissen, ob ich grundsätzlich den Nerv getroffen habe. Ich werde auf jeden Fall das Ding noch einmal überarbeiten und beim programmatischen Parteitag einbringen, aber es wird sechs Wochen vorher im Wiki drin stehen. So, das war eine Kurzbegründung. Fragen zu diesem Antrag oder Redebeiträge? Gut, dann gehen wir direkt in Abstimmung. Wer ist dafür, das Positionspapier P04, faire Wahlen in Bayern, anzunehmen? Ich denke, das ist mehr als eindeutig. Der Antrag ist damit angenommen. Weiter geht es mit dem... Wir haben ein Schiedsgericht. Oh, okay, kurze Unterbrechung. Wir haben ein Schiedsgericht, und zwar ein komplettes. So, und zwar... Können wir die Daten schon mal einblenden? Na gut, dann mache ich es doch von meinem Notizzettel. Ah, okay. Genau. Wir haben insgesamt... Ja, alle sind über die 50% gekommen. Die meisten Stimmen haben... Der Roland Wallidom, Jungnickel. Der Christian Behlendorf. Der Magnus Rosenbaum. Der Rainer Obermeier und der Sören Liebig. Würdet ihr bitte alle mal nach vorne kommen? Wir hatten insgesamt 84 Stimmzettel, die abgegeben wurden. Ja, genau. So, dann... Stellt euch mal kurz hin. Genau. Da fehlt noch einer. Ah. Dann frage ich euch jetzt, nehmt ihr die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank, ich nehme die Wahl an. Ich nehme die Wahl an. Ich nehme sie auch spontan an. Gut, dankeschön. Und die beiden anderen Kandidaten würde ich jetzt fragen, ob ihr für den Posten des Ersatzrichters kandidiert. Und dann vielleicht kurz nochmal nachfragen, ob noch jemand anders als Ersatzrichter kandidieren würde. Okay, also der Ralf tritt nochmal an. Und... Wie heißt das nochmal? Michael ebenfalls. Genau. Das heißt, können wir kurz eine neue Liste machen oder da unten die zwei Namen eintragen? Dankeschön. Möchte noch jemand? Gut. Dann ist der nächste Wahlgang. Stimmzettel Nummer 1. Achso, genau. Ich schließe die Wahlliste, die Kandidatenliste. Die Kandidatenliste seht ihr jetzt unten bei den Ersatzrichtern. Ich kriege gerade noch gesagt, im Wiki stand noch eine Nadine Roth, ist die anwesend? Möchte die noch kandidieren? Okay, dann nicht. Also kandidiert nicht. Quasi zurückgezogen. Und wir nehmen jetzt den grünen Stimmzettel Nummer 10. Ja, wie gesagt, zwei Stimmen. Wir brauchen im Prinzip beide. Also Stimmzettel Nummer 10. Die Wahlhelfer bitte an die Urnen. Die Urnen an den bekannten Plätzen. Und die Wahl für die Ersatzrichter ist damit eröffnet. Zehner Übertrag falsch gemacht. Was genau, werde ich nachher nochmal nachvollziehen. Ich kann es jetzt gerade nicht. Ich schließe jetzt erstmal den Wahlgang zu den Ersatzrichtern. Und ich werde das, wen es interessiert, einerseits dem Protokoll beigeben und andererseits nachher nochmal sagen, wenn wir die Ersatzrichter ausgezählt haben. Unabhängig von dem, der Sache bei dem Wahlgang, dass der Wahlleiter gleich verkünden wird, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir beim Marc noch, der hat ja ein weiteres Amt, wir müssten dort noch über die Ämterkumulation abstimmen. Also bitte ich jetzt die Versammlung kurz um Aufmerksamkeit. Wer dafür ist, dass Marc seine Ämter kumulieren darf, hierbei bitte die blaue Karte. Dagegen ist die rote. Beisitzer und Kreisvorstand. Irgendwo Oberpfalz, Neumarkt. Neumarkt, KV, genau. Es ist ein bisschen hellgerade, es ist aber eine klare Mehrheit. Vielen Dank. Also damit ist die Kombination zugelassen. Und ich übergebe das Wort wieder an René, der dann weiter in den Anträgen gehen kann. Wir haben noch einen ganz kurzen Redebeitrag, deswegen würde ich die Anträge noch um zwei Minuten nach hinten schieben und ich bitte den Alex auf die Bühne. Es können auch drei Minuten sein, habe ich mir sagen lassen. Also, ihr armen Irren. Vielen Dank für euer Vertrauen. Vielen Dank für die Bestätigung meiner Arbeit. Vorneweg, meine Telefonnummer steht im Wiki. Zwischen 6 und 22 Uhr kann mich jeder erreichen. Die Telefonnummer im Wiki ist auf mein Mobiltelefon weitergeleitet. Und entsprechend kann ich so erreicht werden. Auch weitere Kontakte stehen im Wiki. Nutzt die Kontaktmöglichkeiten. Ich kann die Pläne für die Öffentlichkeitsarbeit dieser Partei, beziehungsweise in Bayern, nicht alleine verwirklichen. Ich kann die Arbeit nicht alleine machen. Ich brauche in allen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit Hilfe. Wer also Öffentlichkeitsarbeit machen will, oder wer etwas Zeit über hat, soll mich bitte direkt am Anschluss an diese Rede ansprechen. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr konstruktive Kritik habt, wenn ihr was besser könnt, und das könnt ihr sicher, ich bin für jeden Piraten zu erreichen. Der Landesvorstand braucht eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Ihr seid die Partei. Eine Partei im Aufwind, weil sie die einzige Alternative ist zu den Lügen, der Dummheit und den müden Antworten der Etablierten. Eines hat sich im letzten Jahr bewahrheitet. Wir sind die einzige Partei Deutschlands, bei der der Bürger im Mittelpunkt steht. Die Bürger kriegen das nach und nach mit. Morgen werden die Berliner Geschichte schreiben und als Erste einen Landtag ändern. 2013 werden wir die Chance haben. Dafür müssen wir aber jetzt und hier anfangen. Wenn wir bis Mitte nächsten Jahres kein Programm haben, packen wir es nicht. Wenn wir kein starkes, aktives Team in der Öffentlichkeit haben, Öffentlichkeitsarbeit haben, packen wir es nicht. Wenn nicht jeder sich einbringt mit dem, was er am besten kann, packen wir es nicht. Aber wir werden in den Landtag einziehen, im Bundestag, in den Bezirken und Kommunen und im Europaparlament. Wir resozialisieren Deutschland und ihre etablierten Parteien. Allen voran die Grünen, bevor sie wieder mit den Schwarzen koalieren. Wir sind die sozialliberale Alternative zur asozialen Gesetzgebung der Etablierten. Wir müssen aber hart arbeiten, damit jeder Bürger begreift, dass wir die Alternative sind. Ich habe Zettel dabei, da kann sich jeder eintragen, der mitmachen möchte, vor allen Dingen in der Öffentlichkeitsarbeit. Und jeder, der dabei sein will, wenn wir Bayern und Deutschland ändern. Aber Vorsicht, ich werde eure Hilfe annehmen. Wir haben einiges vor, wir haben einiges zu tun. Wir müssen Deutschland, wir müssen Bayern, wir müssen die Welt verändern. Und das beginnt hier und jetzt. Vielen Dank. Und weiter geht's im Programm, das Positionspapier 06, unabhängige Staatsanwaltschaften. Ich bitte den Tobias nach vorne, um seinen Antrag kurz vorzustellen. Ist Tobias scheint nicht hier zu sein? Ist jemand da, der für Tobias diesen Antrag vorstellen möchte? Auch niemand, der den Antrag vorstellen möchte? Gibt es Kommentare zu diesem? Ach, zur Not, okay. Oh, ich bitte um Entschuldigung, ich war ein Antrag zu weit. Wir sind beim Antrag, beim Positionspapier 05, Antragspapier gegen Pseudo- und Parawissenschaften. Da bitte ich den Boris nach vorne, diesen Antrag vorzustellen. Genau, also der Antrag behandelt unsere Position gegenüber den unterschiedlichsten Pseudo-Wissenschaften, Parapsychologie, Paramagie und was es da alles für homöopathischen Humbug noch gibt. Die Piraten sind eine fortschrittliche Partei und Fortschritt kommt auch von ehrlicher Forschung, von ehrlicher Wissenschaft. Und wenn staatliche Förderung und Förderung bedeutet zum einen Geld, zum anderen auch Anerkennung, an Disziplinen fließt, die zwar eine wissenschaftsartige Sprache bedienen, aber keinerlei Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllen, die nicht darauf aus sind, ehrlich neue Erkenntnisse zu generieren oder ehrlich Erkenntnisse anzuwenden, sondern die darauf aus sind, mit unklaren Formulierungen, mit Halbwahrheiten, die Bürger in einen Irrglauben zu verleiten, da wäre irgendwas dran, während das in Wirklichkeit Scharlatanerie ist. Das sind Sachen, die wir als Piraten nicht akzeptieren dürfen. Und dieser Antrag besagt, dass wir eben in allgemeiner Form gegen jegliche staatliche Förderung von Para- und Pseudowissenschaften auftreten. Das bedeutet, der Staat soll keine anerkannte Universitätsabschlüsse in Astrologie und sonstiger Chiromantie anbieten und anerkennen, der Staat soll bei den Krankenkassen keine Ausnahmeregelungen für Homöopathie oder irgendwelche unwissenschaftlichen Behandlungsmaßnahmen anbieten. Das ist, denke ich mal, eine Forderung, die eine fortschrittliche Partei machen soll und machen muss, weil es hat Jahrhunderte der Aufklärung gedauert, bis die Menschen von Irrglauben, von Aberglauben befreit wurden und bis wir den wissenschaftlichen Fortschritt wirklich angehen konnten. Herr Bochers, ganz kurz bitte, wir haben einen GO-Antrag. Kann ich ein Mikro? Ja. Ich würde gerne ein Meinungsbild haben. Ich wüsste gerne, ob es sich überhaupt lohnt, darüber zu diskutieren. Wer würde denn für diesen Antrag stimmen, wenn es zur Abstimmung käme? Okay, dann diskutieren wir halt. Okay, wir haben einen weiteren GO-Antrag. Ich weiß nicht. Können wir dann zu der Fragerunde kommen? Also sprich, GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf noch eine Minute. Okay, wir haben einen GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit von einer Minute. Gibt es da Gegenreden? Es gibt eine Gegenrede. Also prinzipiell bin ich ja auch dafür, kurz und knackig zu halten. Auf der anderen Seite denke ich, ein Antrag muss anständig vorgebracht werden dürfen und wenigstens das Einbringen muss erlaubt sein, ohne dass man hier schon eine Begrenzung der Redezeit hat. Trotzdem für Boris nicht zu lange, bitte. Gut, dann bitte ich um kurze Abstimmung. Wer ist für eine Begrenzung der Redezeit? Ich denke, das ist ein eher Nein. Der GO-Antrag ist damit abgelehnt. Boris, bitte. Genau, also die Jahrhunderte der Aufklärung sollten nicht dafür verschwendet und in die Tonne getreten werden, dass wir im 21. Jahrhundert uns wieder von der Wissenschaft zu irgendwelchen Aberglauben und Homöopathie und Magie und sonstigen unwissenschaftlichen Mitteln uns wenden. Und es ist zudem noch ein Schlag ins Gesicht eines jedes ehrlichen und gewissenhaften Forschers. Die haben es heutzutage eh nicht leicht, weder materiell, weil der Staat immer damit argumentiert, wir haben kein Geld für euch, noch von der öffentlichen Wahrnehmung, weil sich je mehr Kanäle die sich öffnen, desto mehr Spinner springen voraus und bezichtigen die Wissenschaft aller möglichen Todsünden. Und da sollte zumindest der Staat eine klare Position beziehen, dass der Staat einen Unterschied macht zwischen einer Wissenschaft und Humbug. Und wir sollten uns dafür eintreten. Danke. Gut, Redebeiträge zu diesem Thema? Boris, sicher stimmst du mir zu. Das ist noch nicht mal eine Frage. Dass es viel zu viel Verlefanz und Hokuspokus in dieser Welt gibt, viel zu viel Ausnutzung von Aberglaube. Es lassen sich die Klimakatastrophe, was auch immer, auch nicht wegbeten. Das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite frage ich dich, es ist auch Tatsache, dass Homöopathie vielen Menschen hilft. sicherlich nicht, weil es hilft, ein Molekül an Wasser vorbeizutragen und das entwickelt dann irgendeine Wirkung, sondern weil sie daran glauben. Und ist es richtig, diese zwei Dinge in einen Pott zu werfen? Auf der einen Seite Parawissenschaften, Schneckschnack, auf der anderen Seite Homöopathie, auf die wirklich viele schwören und für die es auch hilft und auch das anzugehen. Okay, wir haben einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es einen Gegenantrag? Okay, es gibt einen Gegenantrag, dann bitte ich um Handzeichen. Wer ist für die Annahme dieses Antrages? Das ist ein mehrheitliches Ja. Insofern, wer noch was sagen möchte, bitte jetzt vortreten. Danach ist die Rednerliste geschlossen. Gut, die Rednerliste ist jetzt geschlossen. Okay, also die Antwort auf deine Frage und auch eigentlich eine allgemeinere Antwort, weil es gibt sehr viele Bereiche, die strittig sind, die auch viele Befürworter haben. Und also grundsätzlich zielt der Antrag nicht darauf ab, irgendeine Art von Ungleichbehandlung oder Zensur für wissenschaftliche oder medizinische oder sonstige Bereiche einzuführen, sondern es zielt darauf ab, eine Gleichbehandlung einzuführen. Es kann nicht sein, dass jedes Medikament, bevor es überhaupt zugelassen wird, geschwiege denn von den Kassen übernommen, eine Menge rigoroser Tests durchlaufen muss, aber sobald jemand sagt, das ist das getrocknete Ohr einer tibetischen Wildkatze und wirkt homöopathisch, wird das sofort als Homöopathie übernommen. Homöopathie gilt nur für Pflanzen. Nicht für Ohren. Eine getrocknete Wurzel einer tibetischen Bergkartoffel. Das heißt, der Antrag zielt darauf ab, dass es eine Gleichbehandlung gibt. Es gibt einheitliche Kriterien, wissenschaftliche Kriterien und nach diesen Kriterien in den Bereichen, wo die Wissenschaft gilt und dazu zählt eben auch Medizin, müssen alle Präparate und alle Behandlungsmethoden, egal ob die jetzt von einem Pharmaunternehmen stammen oder von irgendwelchen tibetischen Heilpraktika, müssen die dieselben Kriterien passieren. Und wenn ein homöopathisches Mittel aus welchem Grund auch immer diese Tests und diese Kriterien passiert, dann ist nichts dagegen einzuwenden. Aber es müssen dieselben Kriterien für alle gelten und zwar wissenschaftliche Kriterien. Danke Boris. Mit der Erklärung kann ich zustimmen. Boris, ich habe da ein sehr großes Problem mit dem Antrag. Zum einen, weil er gegen den Paragrafen 5 verstößt, dass wir eine Forschungs- und Lehrefreiheit an der Universität haben. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Und die andere Sache ist, klar, bei diesen Pseudowissenschaften gibt es tatsächlich jede Menge Humbug. Vor 250 Jahren gab es auch jede Menge Humbug und hätte damals die Kirche einen Antrag wie den hier durchgelassen. Da hätten wir nie eine Aufklärung gehabt. Danke. Ja, also ich kann eigentlich nur wiederholen, es handelt sich nicht um Zensur, sondern darum, dass für alle Wissenschaftsbereiche und wissenschaftsartige Disziplinen dieselben Kriterien gelten. Und es heißt nicht, dass wir von Anfang an, keine Ahnung, Astrologie als Pseudowissenschaft abtun. Nein, wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt sind, dann kann es auch gut sein, dass wir Astrologie als Wissenschaft reinnehmen und anerkennen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt mir persönlich Homöopathie und Astrologie vorgeknöpft habe, weil ich die nicht mag. Sondern es müssen einfach, es muss einheitlich sein. Hallo. Wer definiert diesen Begriff Pseudowissenschaften? Definierst es du? Haben wir wissenschaftliche Kriterien? Ich glaube nicht, dass man das wirklich definieren kann und auch nicht darf. Also das ist, ich bin wirklich gegen die Annahme dieses Antrags, obwohl ich natürlich Homöopathie selbst auch als Humbug ansehen. Also es gibt anerkannte Definitionen der Wissenschaftlichkeit. Es sind nicht Definitionen von Pseudowissenschaften, es gibt bloß bekannte Beispiele und auch weniger bekannte, aber es gibt Definitionen von Wissenschaftlichkeit, eine Wissenschaft, die wissenschaftlich ist, die muss beispielsweise Vorhersagungen treffen und die müssen dann auch überprüfbar sein. Eine Wissenschaft muss Aussagen treffen, die falsifizierbar sind. Das sind in der Methodologie der Wissenschaft sind es bekannte Kriterien, die einfach dazu entwickelt wurden, damit nicht jemand herkommen kann mit irgendeiner Aussage, die eigentlich nicht beweisbar, nicht widerlegbar ist und dann müssen sich alle damit beschäftigen, einfach weil er sagt, ja und warum nicht? dieser Antrag ist verfassungswidrig, er verstößt gegen Artikel 5 Grundgesetz, es gibt tatsächlich eine Definition über Wissenschaft, aber wenn der Staat Gelder für etwas ausgeben möchte, du kannst ihn nicht reinreden, du kannst den Wissenschaftlern nicht reinreden, über was sie sich, um was sie sich kümmern können, womit sie sich beschäftigen sollen, das tut dieser Antrag und deswegen erachte ich den als verfassungswidrig. Also erstens, wir sind dazu da, um den Staat, wie du es ausdrucks, etwas reinzureden und Wissenschaftler, die nicht die an die Kriterien, die einer Wissenschaft beziehungsweise einer Disziplin nachgehen, die nicht eine, die keine Wissenschaft ist, weil sie nicht wissenschaftlich ist, die werden nicht diskriminiert, indem man ihnen sagt, dafür kriegt sie unsere Steuergelder nicht, sondern die werden in einem einheitlichen Verfahren gesagt, okay, jetzt zeig es mal, ist das eine Wissenschaft oder wollt ihr einfach unsere Kohle haben? Und wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, dann ist es egal, ob das eine Astrologie ist oder ob es irgendein theoretischer Physiker ist, der irgendwas erfunden hat, was nicht nachprüfbar ist, dann bekommen beide das Geld nicht und auch die Anerkennung nicht, weil wie ich schon gesagt habe, wenn wir diese völlige Gleichsetzung von Wissenschaft, Nichtwissenschaft, Pseudowissenschaft, wenn wir diese völlige Gleichsetzung vorantreiben, dann ist es für alle, die gewissenhaft Wissenschaft machen, noch eine weitere Ohrfeige und viel mehr können sie nicht nehmen. Aufhören! Ja, es gibt zwei Dinge, die ich hier in den Raum werfen möchte. Das ist zum einen, ja, auch ich stehe nicht auf Homöopathie als Beispiel, ich vertraue lieber da auf die sogenannte Schulmedizin, allerdings ich glaube nicht, dass wir uns das Recht herausnehmen sollten, darüber zu entscheiden, ob das Leuten hilft oder nicht. Ich habe einen Spruch oder einen Zitat im Kopf, das heißt, wer heilt, hat Recht und es gibt ganz viele Leute, die dadurch irgendwie wieder besser leben können, ob sie jetzt gesund sind oder nicht, ist die andere Frage. Und jetzt zu sagen, der Staat darf nicht Geld ausgeben, auch daran zu forschen, das ist nämlich der nächste Punkt, ob der Staat jetzt für Homöopathie bezahlt oder nicht, darüber kann man sich streiten, aber auch der Staat dürfte mit diesem Antrag kein Geld mehr dafür ausgeben, für Universitäten zu bezahlen, um solche Sachen zu überprüfen, ob eben der Homöopathie hilft oder nicht. Und deshalb bitte ich darum, oder meine Meinung ist, dass ich den Antrag ablehne. Also ich würde dir raten, den Antrag nochmal durchzulesen, da steht explizit, dass Forschung, also wissenschaftliche Forschung, auch, ja, aber, die die Kriterien erfüllt, wird, aber, dass du auch Parawissenschaften und Pseudowissenschaften und alles wissenschaftlich erforschen kannst und das soll natürlich gefördert werden, weil wir wollen ja im Endeffekt auch besonders bei angewandten Sachen rausfinden, ob das nun Humbug ist oder nicht. Deshalb ist die Forschung, also das, was du sagst, ist einfach falsch. die Erforschung von homöopathischen Mitteln und von deren Wirkung und ob die eine Wirkung haben, die ist durch den Antrag nicht ausgeschlossen und auch die staatliche Förderung dazu nicht. Was ausgeschlossen ist, ist, wenn erforscht wurde, dass keine Wirkung ist oder wenn noch nicht ausreichend Forschung vorliegt, dass dann die Präparate nicht bezahlt werden. Das finde ich fair. Ich hätte eine Frage. Ich verstehe die Intention von mir ist schon relativ klar, dass es ganz viele Freak Wissenschaften gibt, die würde ich auch nicht so als Wissenschaften bezeichnen. Ich denke, so etwas setzt sich relativ schnell durch, nämlich im wissenschaftlichen Betrieb, dass es reiner Humbug ist, aber wahrscheinlich gibt es unter diesen tausenden Freak Wissenschaften eine, wo vielleicht was halbwegs Sinnvolles dabei rauskommt. Wenn du es aber anfangen willst und definieren willst, was du als Wissenschaft Gesellschaft die Freiheit sein soll, vollkommen vor. Ich bin mir ganz klar, dass ich Homöopathie niemals als Wissenschaft definieren kann, aber nicht du als Politiker, sondern die Wissenschaft an sich. Und deshalb ist der Antrag abzulehnen. Ich rate noch mal dazu, einen Antrag durchzulesen. Es steht da nicht, dass die Definition von dem, was Pseudo- und Parawissenschaften sind und was eben finanziert wird oder nicht und was wissenschaftlich ist, dass die gerade dieser wissenschaftlichen Gemeinschaft und da gibt es Definitionen, die eben aus Jahrhunderten von Wissenschaft kommen, die eben diese Definitionen kommen nicht von oben, von mir oder von der Piratenpartei oder von der Regierung, sondern die Politik soll sich an diese in der Wissenschaft intern anerkannten Definitionen halten und entsprechend dieser Definition und der definierten Kriterien entscheiden. Ganz kurz bitte, das Gemurmel von dem Raum nimmt hier oben immer mehr zu. Ich bitte euch, die Unterhaltung einzustellen und die Diskussion zu verfolgen. Andernfalls bitte ich euch, den Raum zu verlassen. Danke. Ja, also ich muss einfach sagen, das Wissen generell für mich, also menschliches Wissen ist erstmal temporär meistens und auch recht willkürlich. Dieser Antrag meiner Ansicht nach ignoriert einfach den Absatz 5 des Grundgesetzes, die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre, da hier Wissen als politisch bestimmt angesehen wird. Also man definiert einfach, man autorisiert einen Lobbyverband, die GWUB pauschal, die auch schon kritisiert worden ist, man kann das nachlesen, gerne im Wiki. Es impliziert eigentlich eine herrschaftliche Zentralisierung allen relevanten Wissens, also man definiert einfach, was Wissen ist oder schafft eine Institution, die das machen kann, also man maßt eigentlich Wissen an andere Menschen an oder sein Wissen an andere Menschen und irgendwo ist es für mich auch dann eine zentral wirtschaftliche Unsinn, der die politische Planbarkeit des Lebens voraussetzt, also man weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Generell ist es auch eine intellektuelle selbst referenzierende Möbius-Schleife, die sich selbst referenziert und die letztendlich die Leute nicht mehr über den Rand ihres Tellers hinaus gucken lässt. Also ich halte das alles für sehr kritisch und würde auch darum bitten, einfach das mal abzulehnen. Ich habe noch mehr Punkte aufgeschrieben, aber die Zeit möchte kritisch, sondern wissenschaftlich ist, aber ansonsten habe ich in vorherigen Antworten eigentlich alles schon beantwortet, also das wiederholt sich jetzt irgendwie immer wieder. Wenn sich das vorher schon beantwortet hat, hilft es vielleicht das nicht zu wiederholen. Okay, ich möchte nur kurz Bezug nehmen auf diejenigen, die Kritik daran geübt haben, dass der Staat hier etwas entscheidet. Selbstverständlich entscheidet der Staat hier etwas. Schließlich ist der Staat muss irgendwie wissen, für was er Ressourcen aufbringt und für was er nicht tut. Die Wissenschaft hat ihre wissenschaftliche Methode, die in Erfahrung bringt, ob etwas klappt, ob etwas funktioniert oder ob es nur Humbug ist. Und selbstverständlich muss der Staat an irgendeinem Kriterium festlegen, wofür er seine Ressourcen ausgibt und dieses Kriterium, das die Wissenschaft hervorgebracht hat, ist ein Sinnvolles. Und daher rate ich dazu, diesen Antrag zu unterstützen. Wir sollten kein Geld dafür ausgeben, Dinge zu finanzieren, zu unterstützen, die nachweislich gar nicht funktionieren. Dabei geht es nicht darum, Sachen nicht zu erforschen, sondern die Ergebnisse der Forschung dementsprechend anzuwenden. Das Ganze, was er als Kriterien bezeichnet, hängt an der Evidenz. Irgendwas muss bewiesen sein, damit es gefördert werden kann. Als Jurist kenne ich jetzt mindestens vier Methoden der Evidenz. Das sind die vier Beweis Qualitäten. Erstens den logisch zwingenden Beweis, Mori geometrico, der hat leider den Nachteil, dass er nur in einem gegebenen axiomatischen System möglich ist. Zum Beispiel in der Mathematik. Nur hat der Kurt Gödel schon in den 30er Jahren nachgewiesen, dass in jedem axiomatischen System, wie es auch die Naturwissenschaft ist, in jedem dieser Systeme Sätze auftreten, die mit den Mitteln dieses Systems weder bewiesen noch widerlegt werden können. Das ist das Gödel'sche Unschärfetheorium. Das zum ersten Evidenzkriterium, mori geometrico. Das zweite ist der naturwissenschaftlich statistische oder probabilistische Beweis. Da ist mehr oder weniger gewillkürt, ab welchem Signifikanzniveau man etwas als bewiesen ansehen will. Für die Höhe des forensische Beweis, den auch die Kriminalisten benutzen, in Deutschland hat man aus guten Gründen die freie Beweiswürdigung eingeführt, weil es lässt sich da nichts definieren. Und viertens gibt es den sogenannten sozialwissenschaftlichen Beleg, der streng genommen kein Beweis ist. Also man musste sich auf ein Kriterium eignigen, wann etwas als bewiesen gilt und wann nicht. Und selbst wenn man das könnte, stelle ich Also ich erlaube mir mal die Diskussion zur Evidenztheorie auf einen späteren Zeitpunkt auszulagern außerhalb des Parteitags. Allerdings nur eine Antwort bezüglich Musiktheorie. Es gibt auch sehr viele andere Bereiche, die gar nicht vorgeben eine Wissenschaft zu sein, die aber trotzdem für das menschliche Leben und für die Gesellschaft eine große Rolle spielen. Und die gesamte Philosophie und auch der gesamte Bereich der Religion sind solche Disziplinen, die eben auch gar nicht einen Anspruch erheben, eine Wissenschaft zu sein. Die Rednerliste ist geschlossen. Und dennoch wichtig sind und dennoch auch gefördert werden können oder auch nicht. Deshalb ist der Antrag explizit, da steht nichts darüber, was mit solchen Disziplinen geschehen soll. Das ist ein Antrag, da steht nichts über Verhältnis von Staat und Religion. Das ist auch eine interessante Sache, können wir auch diskutieren. Aber wenn da jetzt steht, es sollen keine Pseudowissenschaften im naturwissenschaftlichen Bereich gefordert werden, dann fällt da eben Religion und auch Theologie und auch Philosophie und auch von mir aus Musik Wissenschaft nicht drunter. Der Antrag ist über was anderes. Er soll nicht den Eindruck erwecken, Wissenschaft sei allmächtig. Es gibt Menschen, die essen hoch subventionierten Zucker, nennen das dann Globuli. Für diese Menschen ist das eine Religion. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich mit denen anlegen wollen, ob das so wie das hier kontrovers diskutiert wird, ob wir das wirklich zu einem Piratenthema machen wollen. Ich bin absolut deiner Meinung. Wenn ich tatsächlich in den Bundestag gewählt wäre, würde ich in der Richtung stimmen. Aber ich würde niemanden aus der Piratenpartei vergrollen wollen, der hier eine andere Meinung ist. Das ist kein Piratenthema. Das ist meine Meinung. Ich muss sagen, ich unterstütze den Antrag aus einem einzigen Grund. Es geht hierbei darum, dass es gewisse wissenschaftliche Kriterien gibt, die 80% der Bevölkerung schlichtweg nicht sagen. Es dreht sich ja, soweit ich das verstanden habe, um genau diese wissenschaftlichen Kriterien erfüllt sein müssen, um gewisse Dinge machen zu können. Wenn ich jetzt hingehe, um zum Beispiel zum Heilpraktiker gehe, das ist schlichtweg nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Wenn ich dann den Leuten diesen pseudowissenschaftlichen Aspekt mit auf den Weg gebe, ich meine, das hat nichts mit Wissenschaft direkt zu tun. Ich kann sagen, das ist ein guter Handwerker, der weiß, was er tut, weil er eine gewisse Erfahrung hat. Aber man muss hier ganz klar unterscheiden, was ist Wissenschaft und was Okay, die Rednerliste ist geschlossen. Wir kommen damit zur Abstimmung über das Positionspapier 05, Antragspapier gegen Pseudo- und Parawissenschaften. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Ich erkenne eine Mehrheit, die dagegen stimmt. Stimmt mir lehnt. Zum Organisatorischen, das war der letzte Antrag, den wir heute behandeln. Wir werden jetzt noch die Ergebnisse aus der Wahl und noch ein kleines organisatorisches Thema klären und danach wäre die Veranstaltung durch. Gut, so, also, wir hatten beim zweiten Wahlgang für den Beisitzer einen kleinen Rechenfehler in der Abrechnung. Der Leo hat nicht 31, sondern 41 Stimmen bekommen. Das Ergebnis ändert sich dadurch aber nicht. Gut, und die Kandidaten für die Ersatzrichter sind mit 193,55 Prozent gewählt worden. Okay, dann kurze Frage noch, nehmt ihr die Wahl an oder sind die gar nicht mehr anwesend? hier, nehmt an, nehmt ebenfalls an. Dankeschön, nehmen beide die Wahl an. Okay, dann bitte ich den Stefan für ein paar wärmende Abschlussworte auf der Bühne. Ja, irgendein Grüner hat mal eine Rede gehalten und glaube ich, hat er 13 Stunden am Stück geredet und als er fertig war, hat er gesagt, das war schon alles, was ich sagen wollte. Ja, aber ich tue es euch nicht an, ich bin netter, weil ich bin nicht grün. Wir sind gleich fertig, deswegen würde ich meine neu gewählten Vorstandskollegen bitten, auch gleich mit hochzukommen oder zumindest herzukommen oder hochzukommen. Ich habe noch drei Punkte, die ich kurz erwähnen wollte. Und zwar findet am 12. November in Nürnberg ein Franken Plenum statt. Das heißt nur deswegen Franken, weil es in Nürnberg ist. Nicht, weil die Oberbayern und die anderen Bayern da nicht hin dürfen. Wenn ihr hin wollt, wenn ihr Politik machen wollt, das wäre die erste Gelegenheit. Wir werden versuchen, ähnliche Veranstaltungen auch in anderen Bezirken zu machen, um einfach was zu bewegen. Wir müssen uns nämlich ein bisschen beeilen, um politische Inhalte zu erarbeiten. Ich glaube, der hat Recht, auch wenn er sonst immer nicht Recht hat. Was da besprochen wird? Ich glaube, das erste Thema ist Bildung und weitere kommen noch. Das wird dann über die Mailinglisten schon kommuniziert. Das machen die schon. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, und zwar brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten. Das ist ein kleines Problem. Es gibt aber eine Lösung und die Lösung heißt, wir brauchen einen Datenschutzbeauftragten Assistenten. Das kann jemand sein von euch, der sagt, ja, ich habe ab und zu mal eine halbe Stunde Zeit, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es geht einfach nur um Datenschutz. Wir sind eine Datenschutzpartei. Die Vorstellung, dass wir keinen Datenschutzbeauftragten Assistenten in Bayern zusammen bekommen, die macht mir tierisch Angst. Ich hätte gerne irgendjemanden, der nachher noch sagt, ich kümmere mich drum. Oder am besten zwei, damit wir einen Ausfall haben. Danke für das Angebot, die Ausbildung zu zahlen, Dietmar. Der dritte Punkt, ach, das war kein Angebot. Der dritte Punkt, und damit komme ich dann zum Ende. Wir brauchen tatsächlich Geld. Die Frage, die ich an die Beisitzer gestellt habe, wer das Thema Spenden und Fundraising übernimmt, ist leider nicht nach meinem Geschmack ausgegangen. Das haben nicht alle gesagt ich. Falls jemand von euch das Gefühl hat, dass er sich mit dem Thema Spenden Akquise beschäftigen kann und möchte oder schon Erfahrungen in dem Bereich hat, meldet euch bei mir. Bitte, wir brauchen dringend René macht's ein Traum. Unser Bundesstaatsmeister kümmert sich in Zukunft auch um die bayerischen Spenden. Okay, ganz generell, Alex hat's vorhin schon gesagt, wenn ihr Hilfe anbieten wollt, meldet euch einfach. Wir beißen nicht. Wenn wir nicht sofort reagieren, dann liegt es halt daran, dass gerade Mitternacht ist oder kurz danach, was aber auch kein Argument ist. Wir brauchen Hilfe. Der Landesverband Bayern besteht aus euch allen. Wir sorgen bloß, dass in den nächsten zwölf Monaten die Verwaltung einigermaßen läuft und wir nicht in völligen Chaos versinken. Aber die Piraten in Bayern, die seid ihr. Und nur zusammen können wir die nächsten zwölf Monate etwas erreichen. Damit bin ich Michel. Gebt ihr mal das Saal-Mikro bitte noch kurz frei. Dein Datenschutzbeauftragter, geht es um interne Sachen oder geht es darum, extern zu präsentieren? Intern. Okay, danke. Okay, gut, damit bin ich fertig. Möchte von euch noch, nein, ihr kriegt jetzt kein Mikro, ich habe es. Ich bedanke mich für euer Vertrauen, auch im Namen meiner Kollegen. Ich wünsche uns allen die nächsten zwölf Monate ein erfolgreiches Jahr. Wir werden das hinkriegen und damit beende ich den sechsten Landesparteitag der Piratenpartei in Bayern. Dankeschön für die Teilnahme. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das stimmt. Das stimmt.